Ich bin im Namen von Ortearchitekturnetzwerk Niederösterreich, hier in der Landesbibliothek Niederösterreich in St. Pölten, aber auch bei Ihnen zu Hause, im Büro oder anderswo zum Raumplanungssymposium, das wir heute live streamen. In den letzten Jahren hätte ich an dieser Stelle immer sagen können, es freut mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es freut mich, dass Sie gekommen sind und ich hoffe, dass die, die heute nicht hier sein können, uns, also auch aus der Ferne teilnehmen können und es genauso spannend finden wie in den letzten Jahren. Es ist heute das zehnte und letzte Raumplanungssymposium und es trägt den Titel Öffentlich versus Privat. Normalerweise würde ich jetzt auch an dieser Stelle unsere Referentinnen und Referenten begrüßen, und weil aber noch nicht alle da sind und auch jemand zugeschaltet wird, darf ich das Reinhard Zeiss übertragen, den ich herzlich begrüße und der auch dieses zehnte Programm zusammengestellt hat und möchte ihn ganz kurz vorstellen, obwohl man ihn bereits sehr gut kennt. Hier, Reinhard Zeiss studierte Raumplanung an der TU Wien. Er ist Stadtplaner und Berater, Filmemacher und Fachpublizist. Er ist lehrender und vortragender im In- und Ausland. Reinhard Zeiss ist Mitglied des Beirats für Baukultur im Bundeskanzleramt und Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Herzlichen Dank. Ich denke, wir erkennen alle, dass sich unsere Gesellschaft gerade jetzt in einer Zeitenwende befindet, die uns vielleicht nicht unbedingt solidarischer macht, weil den stattfindenden Wertewandel nicht alle gleichermaßen bewerkstelligen können. Trotzdem lassen sich sehr viele Bewegungen in Österreich ausmachen, die Enormes bewirken, die durch Überzeugungskraft Veränderungen hervorrufen. Ich möchte gerne einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen, in der besonders in Niederösterreich Bürgerinnen großes zivilgesellschaftliches Engagement bewiesen haben. Denken wir etwa an das Atomkraftwerk Zwentendorf, das eine der größten Investitionsruinen der Republik darstellt und das nach seiner Errichtung im November 1978 mit 50,47 Prozent im Rahmen einer Volksabstimmung abgelehnt wurde und somit nie in Betrieb ging. Diese epochale Entscheidung führte im Dezember 1978 zum Atomsperrgesetz, nach welchem in Österreich auch in Zukunft keine Kernkraftwerke ohne Volksabstimmung gebaut werden dürfen. Erinnern wir uns auch an die Besetzung der Heimburger Au im Dezember 1984. Sie war von großer umwelt- wie demokratiepolitischer Bedeutung für Österreich. Die Heimburger Au, eine naturbelastende Flusslandschaft, ist seit 1996 Teil des Nationalparks Donauauen. 1982-83 hatte der World Wildlife Fund Österreich seine Kampagne Rettet die Auen gestartet und die Öffentlichkeit auf die drohende Zerstörung eines Teils der Donauauen durch ein dort geplantes Wasserkraftwerk aufmerksam gemacht. Mit der sogenannten Besetzung der Heimburger Au wurde ein energiepolitischer Markstein in Österreich gesetzt, was seinesgleichen sucht. Und wie damals kämpft heute erneut eine Gruppe um den WWF, den Naturschutzbund, Riverwatch, Birdlife, dem Forum Wissenschaft und Umwelt und der Aktionsgruppe Lebendiger Kamp gegen den Ausbau eines Wasserkraftwerks in Rosenburg, um die letzten paar Kilometer naturnaher Fließstrecken zu retten, da der Kampf für eine geringe Stromausbeute geflutet bzw. ausgepackert werden soll, was für viele eine Zerstörung eines einzigartigen Naturraums gleich käme. Ich darf Ihnen zu Beginn unseres Symposiums ein paar aktuelle und beispielgebende österreichische Initiativen vorstellen, die sich für gesamtgesellschaftliche Interessen einsetzen und damit einzelnen Gewinninteressen entschieden entgegentreten, die zivilgesellschaftliches Engagement für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung beweisen, die Menschen als Partner betrachten und sie zu Komplizen für eine gute Sache machen. Zunächst zum Thema Bodenverbrauch. Er liegt aktuell bei 13 Hektar pro Tag in Österreich. Die horrende Verbauung der Landschaft, die Vernichtung fruchtbaren Bodens durch den Bau von Straßen oder Gebäuden ist schon seit 20 Jahren ein von Expertinnen wie beispielsweise von der Plattform Baukultur angeprangertes Übel, das bisher von keiner Regierung aufgehalten wurde. Das türkis-grüne Regierungsprogramm hat eine österreichweite Bodenschutzstrategie für sparsamen Flächenverbrauch angekündigt. Auf nennenswerte Maßnahmen warten wir noch. Daher hat der WWF kürzlich eine Petition gegen den Flächenfraß gestartet und fordert einen Bodenschutzvertrag, den die Bundesregierung mit Ländern und Gemeinden vereinbart, um den Bodenverbrauch auf maximal einen Hektar pro Tag zu reduzieren. Die Forderung untermauert der WWF mit einer Umfrage, die das Market-Institut im Auftrag des WWF Österreich durchgeführt hat. Demnach verlangen 86 Prozent der knapp 1.000 Befragten strengere Gesetze und Maßnahmen gegen die Verbauung der Landschaft und den Flächenverbrauch. 87 Prozent sind dafür, dass bei der Genehmigung von Infrastrukturprojekten strenger auf die Natur geachtet wird. 76 Prozent kritisieren, dass die Politik zu wenig gegen den Flächenverbrauch tut. 73 Prozent orten deutlich zu viel Neuverbauung in der unmittelbaren Wohnumgebung und mehr als die Hälfte sieht Erholungsgebiete im eigenen Bundesland vom Flächenfraß bedroht. Daher, so der WWF, braucht es eine Reform der Raumordnung und des Steuersystems mit dem Ziel, Flächen zu sparen und somit die wichtigen biologischen Funktionen gesunder Böden zu erhalten. Die Raumordnung zu reformieren, hat sich auch die niederösterreichische Landesregierung vorgenommen und will damit die Verbauung eindämmen bzw. besser steuern, weil auch hierzulande täglich etwa ein Hektar versiegelt wird. So soll unter anderem jede neu gewidmete Fläche auf sieben Jahre befristet sein. Wird in dieser Zeit nicht gebaut, erfolgt eine Rückwidmung, damit Bauland nicht gehortet werden kann. Offensichtlich betrifft das nur jede neu gewidmete Fläche und nicht auch die bereits seit Langem bestehenden Widmungen. Auch soll die Anzahl der Parkplätze bei neuen Handelsflächen künftig stark reduziert werden etc. Wir werden sehen, wie die neuen Maßnahmen der Versiegelung Einhalt gebieten. Auch im Land Oberösterreich wird derzeit eine Raumordnungsnovelle vorbereitet, die eine Initiative auf den Plan gerufen hat, die sich Fair Planning nennt. Mit dem schönen Slogan bringen wir den Raum in Ordnung, fordert Fair Planning das Land, die Städte und Gemeinden auf, im Interesse der Allgemeinheit transparent und fair zu planen. Der Schutz von Boden, Luft und Landschaft zum Wohle aller muss über die Verwertungsinteressen einzelner gestellt werden. Orts- und landschaftsprägende Bauvorhaben sollen öffentlich diskutiert, nachvollziehbar verhandelt und gemeinwohlorientiert geplant werden. Die Raumordnungsziele müssen ernst genommen, die Instrumente der Raumplanung ausgeschöpft werden. So das Credo der Fair Planning Aktivistinnen. Mit der sprichwörtlich roten Karte, die wir aus dem Fußballsport kennen, macht diese Initiative also auf Planungsmissstände und mangelnde Fairness aufmerksam. Vor zwei Tagen haben die Fair Planning Akteurinnen eine Presseaussendung gesandt, in der sie Landesrat Markus Achleitner Scheingefechte gegen den Bodenverbrauch vorwerfen. In der Aussendung heißt es unter anderem, mit der roten Karte macht die Initiative Fair Planning die Bürgerinnen, vor allem aber die oberösterreichischen Landtagsabgeordneten, darauf aufmerksam, dass sich dieser Entwurf als ein Foul erweisen wird und in dieser Form von allen, die das Beste für dieses Land und seine Bewohnerinnen wollen, nur abgelehnt werden kann. Gehen wir weiter. Die Debatten über den angespannten Wohnungsmarkt und absurde Mietpreise, nicht nur in Wien, haben das Thema Leerstand publik gemacht. Wo Städte wachsen und Kampf um Raum herrscht, steigt die Spekulation mit dem Betongold. Jetzt soll die Politik handeln. So fordern beispielsweise die Mietervereinigung und die IG Kultur Wien und verlangen verpflichtende Leerstandsmeldungen und eine Abgabe auf leerstehende Immobilien. Sie haben eine Online-Plattform geschaffen, wo Leerstände im Stadtplan markiert sind. Diese Kampagne versteht leerstehende Räume als städtische Ressourcen, die als Gemeingut möglichst vielen Menschen zugänglich sein sollen. Das hauptsächliche Ziel des Leerstandsmelders ist die Sichtbarmachung, dass auf der einen Seite kostengünstiger Raum dringend gesucht und benötigt wird, der vorhandene Raum aber trotzdem leer bleibt und nicht genutzt werden darf. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, direkt zwischen Angebot und Nachfrage zu vermitteln und nicht darum, die Rolle eines Immobilienportals zu übernehmen, vielmehr will man sich nach dem Hamburger Vorbild gegen die Präkarisierung des städtischen Lebens und eine neoliberale Stadtentwicklung wehren. Auch in Salzburg gibt es eine ähnliche Vernetzungsplattform. Super! Initiative für Zwischennutzung von Leerständen als kulturelle Handlungsräume. Dieser Verein wurde 2015 gegründet, um in vorübergehend leerstehenden Räumen zumindest kreative Zwischennutzung zu ermöglichen. Eine ganz andere Initiative zum Thema Wohnungsmarkt ist die nicht ganz neue Netzwerkgruppe Habitat, die die Strukturen des deutschen Mietshäuser-Syndikats in den österreichischen Rechtsraum übertragen und sich zum Ziel gesetzt hat, selbstverwaltete und solidarische Hausprojekt-Initiativen zu realisieren. Durch das Wegfallen von Eigentum wollen diese Aktivistinnen Immobilien langfristig dem Markt und der Spekulation entziehen. Realisiert haben die Habitat-Akteurinnen ihre Zielsetzung bisher mit sechs Hausprojekten in Linz, Salzburg, Wien und Innsbruck. Man will nun auch ländliche Projekte ins Habitat integrieren, wie zum Beispiel Hofprojekte in der Steiermark und in Oberösterreich. Auch der öffentliche Raum und Verkehr bewegt die Bevölkerung. Zum Beispiel die Initiative Geht doch Wien. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft fürs Zu-Fuß-Gehen und den öffentlichen Raum, die in Wien das Ziel verfolgt, mehr freie, vor allem konsumfreie Plätze im öffentlichen Raum zu schaffen, die eine faire Verteilung des Straßenraums sowie mehr Raum für aktive Mobilität anstrebt und für weniger Autoverkehr eintritt. Eine ähnliche Initiative ist auch der Chains Walk Vienna, der von Bürgerinnen geführte Spaziergänge in Erinnerung an die amerikanische Stadtkritikerin Jane Jacobs anbietet. Auch die Initiative Platz für Wien beschäftigt sich mit Verkehr. Sie will eine klimagerechte und verkehrssichere Stadt schaffen und hat in einer Petition konkrete Maßnahmen für attraktive Straßen, eine sichere Mobilität für Kinder, eine durchgängige und sichere Radinfrastruktur, sichere Kreuzungen und Multimodalität durch attraktives Umsteigen gefordert. 56.650 Menschen haben dieses Begehren unterschrieben, auch Vertreterinnen der Grünen, der NEOS und der SPÖ. Die Politikerinnen dieser Parteien haben die Inhalte sogar in ihre jüngsten Wahlprogramme übernommen. Auch in Niederösterreich gibt es eine nennenswerte Initiative zum Thema Verkehr. Nach derzeitigen Bestrebungen soll eine Transitschneise ab ca. 2045 von Freistaat im Mühlviertel über den touristisch und naturräumlich höchst wertvollen Freiwald ins nördliche Waldviertel führen und von dort über den Bezirk Weidhofen bzw. Zwettl nach Horn und weiter nach Hollerbrunn. Der Verein Verkehrs- und Regionalforum Waldviertel, der mit einer Petition gegen den Bau dieser Waldviertelautobahn mobil macht, schreibt dazu auf seiner Website. Damit würde der derzeit vom Waldviertel ferngehaltene Lkw-Transit ins Waldviertel zurückkehren und viele Milliarden würden dafür verschwendet, die Entleerung der Region weiter zu treiben, den Gütern-Personenverkehr auf der Franz Josef Bahn zu konkurrenzieren und wertvolle Landschaften zu zerschneiden und zu entwerten. Die Liste weiterer österreichischer Initiativen ließe sich noch lange fortsetzen. Doch schon an diesen herausragenden Beispielen zeigt sich der Wille und die Fähigkeit der Zivilbevölkerung, Nachhaltiges zu schaffen. Diese Beispiele führen uns vor Augen, wie wir von Vorbildern und Modellen lernen können und wie Albert Schweitzer sagte, das gute Beispiel ist nicht eine Möglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen, es ist die einzige. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Heidrun Schlögl, für diesen sehr profunden Überblick über zivilgesellschaftliche Initiativen, über Initiativen von Vereinen, die auch eine Reaktion darauf sind, dass Politik, dass der Staat in den letzten Jahrzehnten viele Dinge, die von hoher gesellschaftlicher oder auch räumlicher Relevanz sind, entweder ignoriert oder geringschätzt oder eben nicht die entsprechenden Maßnahmen setzt, um sie zeitgemäß weiterzuentwickeln oder zu ändern. Die Gesellschaft ist im Wandel. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Die Frage ist, ob das nicht auch sehr deutlich eine Reaktion auf den Wandel von Politik oder Staat im jeweiligen Selbstverständnis, Rollenverständnis und auch eben das Platzgreifen der Wirtschaft, die heute auch ein Thema unseres Symposiums ist. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem zehnten und, wie Heidrun Schlögl schon gesagt hat, letzten Raumplanungssymposium, das eben ab in einem Monat, am 19. November, in die neue Schiene der Nachhaltigkeitssymposien von Orte übergehen wird. Ich möchte jetzt kurz auf diese angeklungenen, veränderten Rollenverständnisse, vor allem von Staat und Politik und eben die Wechselwirkung zum wirtschaftlichen Selbstverständnis der immer größeren Akteure, da einen Blick drauf werfen. Und ich möchte einfach beginnen, um diese Raumrelevanz nochmal herzustellen. Vor 30, 40 Jahren war der Staat noch der, der sich mit Bausünden sozusagen sehr verändern ins Stadtbild eingeschrieben hat. Immerhin, es waren Institutionen wie das alte AKH, das Allgemeine Krankenhaus in Wien oder das Büro, also die Zentrale des Hauptverbands, der Sozialversicherungsträger oder ein Studentenheim oder auch sozialer Wohnbau. Also im Grunde Zwecke, die zumindest der Allgemeinheit etwas gegeben haben, wenn sie auch die Stadt für uns alle oft zu ihrem Nachteil verändert haben. Heute sind es mehrheitlich private Akteure, die sich ins Stadtbild einschreiben, egal ob Bausünde oder nicht, aber das sozusagen Plakative hervortreten großer Projekte, die in der Regel mehr dürfen als alle anderen, die in der Regel mehr Ressourcen auf sich binden als der normale Projektentwickler. Das sind, ja, einfach finanzwirtschaftliche oder auch bauwirtschaftlich, ja, sagen wir, große Akteure, die im Grunde hier das Heft an sich gerissen haben. Das Beispiel ist der Ihnen sicher bekannte, also das Projekt eines Luxuswohnturms am Rande der Wiener Innenstadt, das eben auch zu internationaler Beachtung gefunden hat, weil es eben mit der UNESCO da einen Konflikt um die Erhaltung des historischen Stadtbilds geht. Interessant ist, das ist die Präsentation zunächst einmal nur der städtebaulichen Rahmenbedingungen in diesem Bereich, wo dieses Projekt stattfinden wird, dass hier eine Person fehlt, bei diesem Gruppenbild mit Dame oder mit Damen. Wir haben hier drei politische Vertreter, wir haben zuvor, dass die damalige Planungsstaaträtin, links und rechts noch zwei Bezirksvertreter, wir haben zwei Vertreter des Investors, der Investor selbst und seine Mitarbeiterin, und hinten rechts noch einen Planer, allerdings einen freien Planer, einen Hochschulprofessor, der parallel auch sein Planungsbüro betreibt, aber es fehlt hier eigentlich der Stadtplaner, der Beamte des Stadtplaner, der vor 20 Jahren, 30 Jahren sicher noch mit am Foto gestanden wäre, der Planungsdirektor von Wien oder der Leiter der zuständigen Abteilung, der fehlt hier und zwar eigentlich ganz zu Recht, weil er in dieser Planung für die städtebaulichen Rahmenbedingungen gar keine Rolle gespielt hat. Was ist passiert? Politik hat auf Wunsch eines Investors einen offenen Planungsworkshop gemacht, wo man die richtigen freien, vermeintlich freien, unabhängigen Planer eingeladen hat, ein paar Beamte waren auch dabei, und man hat halt sozusagen in einem Genialitätsfindungswettbewerb das Ideale gesucht für diesen Standort. Das ist ganz etwas anderes als Stadtplanung, Städtebau vor 30, 40 Jahren noch war, wo man aus der Analyse eines Ortes und zwar in der Unabhängigkeit von Beamtetenplanern etwas Ideales, vermeintlich Ideales gefunden hat. Hier hat man aufgrund eines Projektinteresses mit einer willkürlichen Auswahl von Planern etwas aus dem Hut gezaubert, das eben jetzt so aussehen wird, ist aus meiner Sicht jetzt nicht die große Katastrophe. Die Katastrophe für mich dahinter ist, wie das zustande gekommen ist. Und es ist symptomatisch, dass dieses Planen eigentlich ohne die klassischen stadtplanerischen Intentionen in allen Bereichen Platz gefunden hat. Man denke an das Hochhauskonzept von Wien aus dem Jahr 2001, das wurde noch in den Amtsstuben unter Einbeziehung vieler Externer, aber trotzdem in den Amtsstuben geschmiedet und verantwortet. War auch nicht besonders gut, aber immerhin, das Hochhauskonzept, das neue von 2014, ist bereits beauftragt worden an einen freien Planer, der auch Universitätsprofessor war, aber eben auch sein Planungsbüro hatte, auch interessanterweise mit dem Projekt, das ich zuvor vorgestellt habe, eng verbunden war. Also da gibt es ein Auslager, ein Abgeben von Verantwortung. Und ich finde das äußerst problematisch, wenn sozusagen das Rathaus, die Politik, die Verwaltung, ihre Verantwortung nicht mehr wahrnimmt, sondern sozusagen outsourced. Und in dieser, auf diesem Bild ja auch durchaus herauslesbaren Union von Politik und Investor, gibt die Politik natürlich ihre Kernaufgabe preis, nämlich Interessensausgleich zwischen allen Akteuren und Betroffenen eines Planungsprojektes zu sein. Ja, dasselbe Phänomen, nämlich einen Rückzug aus der Verantwortung und ein Übergeben an Akteure des Marktes, finden wir im Infrastruktur- und Verkehrsbereich. Ihnen ist allen bewusst, dass die, wenn sie mit der ÖBB angereist sind, sie mittlerweile mit einem privatwirtschaftlich zu agieren habenden Unternehmen gereist sind und nicht mehr mit einer Staatsbahn. Die ÖBB ist verpflichtet, auf Rondit zu schauen, auf wirtschaftliche Effizienz zu schauen, auf betriebswirtschaftliche Effizienz zu schauen. Und das heißt dann eben, dass große Investitionen in Bahnen, wo aufgrund des geringen Angebots ohnehin niemand fährt, natürlich ausbleiben. Dass es eine Konzentration auf Hauptstrecken gibt und die flächenhafte Versorgung mit attraktivem öffentlichem Verkehr natürlich unter die Räder kommen muss. Das ist jetzt nicht die ursächliche Schuld der ÖBB, sondern das ist politischer Wille, dass man sich auch hier von der Verantwortung, von der Daseinsvorsorge öffentlicher Verkehr zurückzieht. Und dann trotzdem noch über Defizite klagt. Beim Autobahnbau, auch hier haben wir eine Privatisierung. Sie wissen, die Nordautobahn durchs Weinviertel ist das erste PPP-Projekt gewesen, wo eben die öffentliche Hand sozusagen mit einem privaten Partner, natürlich aus der Finanzwirtschaft, diese Autobahn realisiert hat. Wir alle wissen, und wir haben hier noch profundere Fachleute, dass das für die öffentliche Hand nicht unbedingt billiger kommt. Aber sei es drum, interessant, über Defizite beim Autobahnbau oder bei der Autobahnerhaltung wird eigentlich nie gesprochen. Natürlich ist das auch keine gewinnbringende Sache. Und in der Schweiz, interessanterweise, ich war vor kurzem dort, ist mir gesagt worden, spricht man nicht von einem Defizit der Bahn. Die Bahn ist nicht defizitär in der Schweiz, auch wenn sie weit nicht so viel einnimmt, wie sie braucht. Aber sie bekommt eine völlig unstrittige Basisfinanzierung durch die öffentliche Hand. Und auf diesem Sockel macht sie sogar Gewinne. Das ist für das Image natürlich ganz was anderes, wie wenn alle, die irgendwie mit der Bahn nicht so gut stehen, immer wieder behaupten können, naja, das ist doch ein permanentes Milliardengrab. Also auch da, von der Einstellung her, wie ich etwas verstehe und auch kommuniziere, ein großer Unterschied. Ja, die Liste ließe sich fortsetzen. Und immer wieder auch, natürlich sieht man die dahinterstehenden persönlichen oder, wenn wir so will, privaten Beziehungen hinter diesen vermeintlich öffentlichen Entscheidungen. Wir haben hier unseren Ex-Infrastrukturminister und späteren Bundeskanzler Werner Faymann. Und im Vordergrund Horst Böchacker, langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der POR, eines der größten Baukonzerne in Österreich, der dann sozusagen am Tag nach seiner Pensionierung dort vom Bundeskanzler oder damals noch Infrastrukturminister zum Aufsichtsratsvorsitzenden der ÖBB und zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der ASFINAG für unsere deutschen Gäste, die Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungs-AG bestellt wurde. Also das finde ich schon eine gehörige Chuzpe. Jemanden zum ÖBB und Autobahn-Entscheidungsträger sozusagen zu machen und dann noch dazu mit dem ja nicht abgestreiften Hintergrund eigentlich Chef eines der größten Baukonzerne zu sein. Also der Vergleich mit dem Bock zum Gärtner machen ist da eigentlich fast zu wenig. Und diese Vermischung von Autobahn und ÖBB auch eine interessante Sache, sagen wir so. Gehen wir weg vom Tiefbau, kommen wir hin zum Boden. Eine zentrale Frage, wo der Staat natürlich aufgerufen wäre, wo Politik aufgerufen wäre, Rahmenbedingungen zu setzen, für eine nachhaltigere Entwicklung, für eine urbanere Entwicklung, für eine effizientere Entwicklung. Was wir beobachten, ist aber im Grunde ein Überlassen der Stadtentwicklung, der Siedlungsentwicklung, dem Preisdiktat des Bodenmarktes. Wir haben hier am Wiener Berg im Süden von Wien dahinter relativ teure, künstlich verteuerte, es war früher ein Gewerbegebiet, das erst durch die Stadt Wien eben aufgewertet wurde, relativ teure Gründe, wo sozialer Wohnbau so dicht gebaut hat, dass es dann halt wieder rentabel ist. Soziale Wohnbauträger so dicht gebaut haben, dass es dann wieder rentabel ist. Gleich am Grundstück daneben, der Einzelhandel kann es sich leisten, auf so teurem Grund eingeschossig mit ebenerdigen Parkplätzen zu bauen. Also alleine dieses Bild zeigt, wie verantwortungslos und kurzsichtig es ist, wenn man eine öffentliche Aufgabe, wie ich sie sehe, nämlich den Bodenmarkt zu regulieren, vernachlässigt, völlig preisgibt im Grunde. Und das Interessante ist, in vielen Bereichen hat Politik von Anfang an erkannt, dass es eine Regulierung braucht. Bei der Energie, bei der Telekommunikation, im Bodenmarkt interessanterweise nicht. Oder es gibt kein Reglement, wenn ich Bauland kaufe, kann ich dort etwas errichten, auch wenn es dann im Grunde jahrelang leer steht. Finanzwirtschaft hat Investitionsbedarf und da wird dann eben im Grunde auf Verdacht Büroraum geschaffen, den allerdings niemand mehr braucht, weil es viel zu viel davon gibt. Dass diese Flächen in diesem Fall direkt im Grunde oder sehr nahe an der U-Bahn, U3 in Simmering, für Wohnbau fehlen, wird eigentlich nicht bedarf. Wohnbau wird dann ein bisschen weiter weg von der U-Bahn, dafür näher an der Autobahn, neben einem Gewerbegebiet errichtet, und zwar in einer Massierung, wo man sagen muss, der Plattenbau in den kommunistischen Ländern bis 1988, 89, eigentlich eine aufgelockerte und sehr humane Siedlungsform und Wohnform. Das hier ist im Grunde Massenhaltung von Menschen, wie es bei den Tieren, bei den Hühnern eigentlich gar nicht mehr erlaubt ist. Und dass das auch keinen Stadt, keinen Städtebau, keine Stadt ergibt, zeigt eine andere Ansicht. Wir haben hier eben das Verwahren von Gütern und daneben das Verwahren von Menschen. Der öffentliche Raum, den Heidrun Schlögl auch schon angesprochen hat, den sehen Sie in seiner Qualität dazwischen. Also das ist eigentlich ein Bild, das sagt, Boden privaten Interessen und Kräften zu überlassen, im urbanen Raum, ist absolut verantwortungslos. Da kann kein Bebauungsplan, da kann keine Wohnbauförderung und gar nichts mehr irgendwas herumreißen. Zum Thema Wohnbauförderung, auch das ist ein Wesen, dass mit der Wohnbauförderung die Politik lange Zeit einen qualitätssichernden Hebel hatte, was da entsteht. Dadurch, dass das Zinsniveau seit vielen Jahren im Grunde bei Null ist, braucht eigentlich keiner mehr Wohnbauförderkredite. Insofern wird privat, vom privaten Markt zunehmend Wohnbau geschaffen. Also in Wien war es bis vor, ich glaube bis Ende der 90er Jahre so, dass 80 Prozent des Wohnbaugeschehens öffentlich finanzierter, kofinanzierter Wohnbau war. Mittlerweile hat der private Bereich mehr als 50 Prozent übernommen. Und das sieht dann halt auch so aus. Nicht nur so, aber auch so. Es sind Vorsorgewohnungen, Anlegerwohnungen, sprich Wohnbau wird nicht quasi zur Befriedigung des Wohnbedarfs errichtet, sondern im Grunde zur Geldanlage und als Spekulationsobjekt. Auch da fehlt im Grunde der politische Zugriff, der natürlich möglich wäre. Spekulation mit Grund und Boden. Ein Beispiel aus St. Pölten, eine alte Gewerbebrache, die seit langem Brach liegt, wo verkauft wird und wieder weiterverkauft wird. Der Preis steigert sich mit dem Effekt, dass irgendwann der dritte Käufer, schrägstrich spekulant sagt, ich brauche jetzt die und die Flächenwidmung, sonst rentiert sich das alles gar nicht mehr. Erstens mal liegt wertvoller Grund und Boden in bereits erschlossenen Stadtgebiet jahrelang Brach. Und zweitens entsteht dort zwangsläufig etwas, das nicht gut sein kann, nämlich eine viel zu hohe Dichte. Also auch hier, wir überlassen nach wie vor, und da ist Österreich nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme mittlerweile, wenn man den westeuropäischen Vergleich heranzieht, wir überlassen den Bodenmarkt völlig dem Spekulationsfeld. Sie wissen, in Amsterdam gibt es, glaube ich, seit nach dem Zweiten Weltkrieg kein privates Grundeigentum mehr. Also man quasi baut auf Gründen, die die Stadt zur Verfügung stellt. Da gibt es keinen Widmungsgewinn, da gibt es keine Spekulationsmöglichkeit, kein Bodenhorten mehr. Amsterdam oder Holland ist ein um sicher so liberales Land wie Österreich oder um einiges liberaler. Aber man hat erkannt, in Holland natürlich auch durch die spezifische Situation der allgegenwärtigen Bodenknappheit, dass das auf keinen Fall ein Gut des freien Marktes sein kann. Ja, und kommen wir zurück zum Ursprung. Im Grunde ist auch in der Landwirtschaft nach wie vor die vierte oder fünfte Fruchtfolge, wie es so schön heißt, nämlich die Umwidmung von Acker und Wiesen im Bauland immer noch gang und gäbe. Das heißt, der Widmungsgewinn bleibt durch einen Federstrich, nicht durch Investitionen des Grundeigentümers, rein beim Grundeigentümer. Auch das eine Triebfeder für Umwidmungen und so weiter und so fort. Man wird sehen, wie weit die von Heiron Schlögl angesprochene Novellierung des niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes hier mit der Befristung von Widmungen hier etwas ändern kann. Ich habe nur die Beobachtung gemacht, auch in Niederösterreich, wo ein Wille da immer auch ein Weg. Oder sagen wir es so, da wo Politik-Staat wirtschaftliche Interessen spürt oder auch ausgedrückt, deutlich ausgedrückt bekommt, findet sich immer eine Ausnahmegenehmigung, eine Übergangsregelung und so weiter und so fort. Und wir dürfen nicht vergessen, auch in der Gesellschaft ist der Anteil derer, die mit diesem Modell sehr gut zurechtkommen und dieses Modell in Anspruch nehmen, immer noch ein sehr großes. Die angesprochenen Initiativen sind immer noch eine Minderheit in unserer Gesellschaft. Vielen Dank und ich freue mich auf viele interessante Referate, die manche dieser Dinge noch deutlich vertiefen werden, die ganz andere Aspekte unseres heutigen Themas noch ansprechen. Und ich möchte gleich zum ersten Referenten überleiten. Sekunde. Prof. Dr. Andreas Nowy, darf ich dich gleich bitten, zum Podium zu gehen. Andreas Nowy ist studierter Volkswirtschafter und hat im Grunde seine gesamte berufliche Laufbahn an der Wirtschaftsunionität Wien bisher bestritten. Er ist Leiter des Instituts für Multi-Level Governance und Development an der WU. Und ja, durch zahlreiche Publikationen, ich würde mal sagen systemkritische oder auch wirtschaftskritische Publikationen, fielen von Ihnen sicher ein Begriff. Ich freue mich auf dein Referat. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank auch für die einführenden Worte meiner beiden Vorredner. Zukunftsheges Wirtschaften war die Aufgabe. Ich werde ein bisschen über sozial-ökologische Infrastrukturen als Fundamente nachhaltiger Entwicklung sprechen, den Vortrag aber schon ein bisschen nach dem, was ich gehört habe, auch adaptieren, weil es da ein paar, glaube ich, spannende Bezüge gibt. Im Wesentlichen, was ich vortrage, ist ein Teil dessen, was ich vor kurzem mit Kollegen zusammen als Buch verfasst habe, Zukunftsheges Wirtschaften. Ein Buch, das wir in einer Lehrveranstaltung an der Wirtschaftsuniversität verwenden, in der Einführung. Das sind dann zweieinhalbtausend Studierende im Jahr, in vier großen Lehrveranstaltungen, wo wir versuchen, ein Wirtschaftsverständnis zu vermitteln, dass das einen breiteren, einen größeren Blick gibt, so wie wir es an unserem Department Sozioökonomie auch machen. Und so wie das Wort Sozioökonomie auch anzeigt, geht es darum, Wirtschaft als eingebettet in Gesellschaft und Natur zu verstehen. Und ich glaube, das ist ein Zugang, der hilft, einiges auch von dem, was wir da blitzlichtartig, aber in geballter Form schon gehört haben, auch einzuordnen, zu verstehen, besser zu verstehen und dann vielleicht auch besser und wirksamer zu agieren. Was ich vorstelle, es werden drei Blöcke sein, eine Welt in Transformation, das heißt darüber auch ein Stück weit, was ist Zukunftsfähigkeit. Das sind jetzt nicht die allerletzten Folien, aber ich schaffe das. Kein Problem. Strategien, zukunftsfähigen Wirtschaftens und ein paar Gedanken zu Wirtschaftspolitik. Ja, diese Lehrveranstaltung eben am Anfang, wir haben da mehrfach, der Rektor Badelt hat vor zehn Jahren das Thema Nachhaltigkeit an der Wirtschaftsuniversität stark verankert und auch dafür gesorgt, dass alle Studierenden sich damit beschäftigen müssen. Wir sind dann aber dazu gekommen, hier einen anderen Begriff verstärkt zu verwenden, nämlich eben den der Zukunftsfähigkeit. Vielleicht auch interessant für die neue Namensgebung Ihrer Veranstaltungsreihe in Zukunft, weil Zukunftsfähigkeit unserer Meinung nach ein bisschen mehr beinhaltet als das Konzept der Nachhaltigkeit, weil es eben bei Zukunftsfähigkeit um die Fähigkeit geht, mit Widersprüchen umzugehen. Und ein bisschen ist es bei deinem Vortrag durchgedrungen, es gibt immer wieder Spannungsverhältnisse. Wir sind in einer Zeit, wo die Wirtschaft, wirtschaftliche Interessen zunehmend an Dominanz gewinnen, aber diese wirtschaftlichen Interessen ja nicht nur Partikularinteressen sind eines Herrn Benke oder eines Herrn Mateschitz, wie immer sie heißen, sondern auch zu einem guten Teil, die systemisch notwendig sind, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Einkommen zu produzieren. Und das schafft Spannungsverhältnisse, warum dann auch politische Akteure immer wieder dazu neigen, diesen wirtschaftlichen Interessen nachzugeben und zu gesellschaftlich nicht optimalen Ergebnissen zu führen. Daher die Fähigkeit, diese Spannungsverhältnisse wahrzunehmen, ich werde darüber dann ein bisschen ausführlicher auch Aspekte darlegen als Individuum. Also sagen, wie, was mache ich, vor die Wahl gestellt. Ich habe heute am neuen Turing auch referiert, wo dann jemand aus dem Publikum gesagt hat, was mache ich, der Flug kostet 20 Euro, die Bahnreise 350 nach Brüssel. Nach Brüssel, ich bin zwar Regionalmanager und angestellt vom Klimafonds, aber geflogen bin ich trotzdem. Wir kennen diese Geschichten und diese Spannungsverhältnisse. Ich werde auch dafür argumentieren, dass man die ein Stück weit weniger wichtig nimmt. Das sind systemisch produzierte Widersprüche, mit denen wir umzugehen haben. Ich fände es spannender und wichtiger, dass wir mit genau diesen Spannungsverhältnissen als Gesellschaft umgehen lernen, wie wir auch Institutionen schaffen, die Spannungen zwischen Wirtschaft und Ökologie, aber auch Spannungen zwischen individueller Freiheit und Gemeinwohl, so wie es ja in der Corona-Zeit immer wieder auch aufpoppt, zu sehen und lernen, damit als Gesellschaft auch konstruktiv umzugehen. Und das wird so fast zwangsläufig dazu führen, dass wir einen anderen Blick auf Wirtschaft brauchen oder einen erweiterten Blick, Wirtschaft nicht so reduzieren, als darauf Güterdienstleistungen, die immer ressourcenintensiv hergestellt werden, als zentrale Form der Bedürfnisbefriedigung zu sehen, sondern durch die Schaffung von Institutionen. Und hier sind öffentliche Räume, grüne Räume, als eine dieser Institutionen, Infrastrukturen schon genannt worden, öffentlicher Verkehr, derartige Infrastrukturen, die uns dann ermöglichen, ein Stück weit unabhängig von Massenkonsum zu werden. Weil, so, und jetzt zu diesem Themenfeld und diesen Spannungsverhältnissen, ausgehend von dem, Nachhaltigkeit, Raumplanung als enger Kronex, dass wir ja nicht ein Problem haben. Wir haben nicht eine Klimakrise, die im letzten Jahr so im Zentrum gestanden ist, sondern die Klimakrise ist eng verwoben mit anderen Krisen. Die Krise der Biodiversität nur als eines, die exzessive Nutzung von Böden und die damit Versiegelung, damit verbundenen Probleme. Und die ökologische Krise ist wiederum nur Teil dessen, was die in der Wissenschaft als multiple Krise bezeichnet wird, also Umbrüche in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und wenn wir diese Getriebenheit der Politik hier in unserem Land beobachten, so wie in vielen anderen reichen Industriestaaten oder ehemaligen Industriestaaten, so ist das vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Krisen zu sehen. Und eine der, glaube ich, ganz, ganz wichtigen, weil es auch kulturell sehr viel bedeutet, ist, mit dem Umstand umzugehen, dass wir immer weniger der Narbe der Welt sind. Also der Aufstieg Asiens, die veränderten geopolitischen Machtverhältnisse, das hat für uns im Westen einiges an Konsequenz. Und eine der Strategien ist halt der Versuch, auf Teufel komm raus, vielleicht so gesagt, hier weiter konkurrenzfähig zu sein oder dominant zu bleiben, vermeintlich eben durch immer größere, Anführungszeichen, Wettbewerbsfähigkeit, die dann eben heißt, dass gesellschaftliche ökologische Interessen zweitrangig sind. Wir haben, du hast ein Plädoyer für einen aktiven, handlungsfähigen Staat gemacht. Wir haben ja gleichzeitig eine massive Legitimationskrise, wo man dem Staat das auch gar nicht zuspricht, solche starken Eingriffe vorzunehmen. Probieren Sie mal, Parkraumbewirtschaftung durchzusetzen und hören Sie dann, wie das die arme Oma, die dann nicht mehr auf die Kinder aufpassen kann und so weiter und so fort. Sie haben dann eine Menge Eingriffe, wo viele Menschen finden, das ist nicht legitim. Wir haben eine Krise des sozialen Zusammenhalts in manchen Teilen Europas, auch der Demokratie. Also das politische System ist ja massiv im Umbruch und daher ist das, was ich vollkommen unterstreichen würde und auch glaube, dass es notwendig ist, dass wir einen handlungssägen demokratisch legitimierten Staat haben, das ist zum einen nicht einmal Konsens. Also viele Leute wären sehr froh und zwar nicht nur neoliberale Politiker, wenn der Staat schwächer wäre. Aber ich glaube, darüber müssen wir uns auch austauschen oder auch dessen Bewusstsein, dass es da heftige gesellschaftliche unterschiedliche Vorstellungen gibt. Ich überspringe das, damit ich die wichtigen Punkte, die nämlich auch an das anschließen, wie die Debatte aufgemacht wurde, anschließen können. Und da ist die große Beschleunigung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dieser Umstand, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, das unter vielen Gesichtspunkten, eine wirtschaftliche, eine gesellschaftliche Ordnung, 200 Jahre ein Erfolgsmodell war. Also wenn Sie Sozialindikatoren hernehmen, wenn Sie Lebenserwartung hernehmen, wenn Sie Zugang zur Bildung, zur Gesundheit hernehmen, ist es für Westeuropa insbesondere, aber auch für eine Reihe anderer Teile der Welt, eine Erfolgsgeschichte. Worauf passiert diese Erfolgsgeschichte? Dass diese letzten 200 Jahre sich vollkommen unterscheiden von der gesamten Menschheitsgeschichte davor. Dieses statische Kreislaufwirtschaften, die Eltern, die Kinder arbeiten das Gleiche, wir, die Eltern haben den gleichen Lebensstandard, die gleichen Lebensabläufe, die gleiche Ressourcennutzung. Es ist eine stabile, eine sich reproduzierende Gesellschaft. Und das bricht. Und es kommt eine Dynamik des Wachstums, der Innovation, der Verbesserung, die sich dann darin ausdrückt, dass exponentielles Wachstum ein Merkmal ganz vieler gesellschaftlicher Bereiche wird. Sie sehen es eben hier von der Bevölkerung angefangen, vom Wirtschaftswachstum, der Wassernutzung, der Papiernutzung, bis halt auch zu ökologischen Faktoren, wo es ist beim CO2-Ausstoß, beim Verlust der Regenwälder und so weiter. Überall diese einheitlichen, exponentiellen Kurven gibt. Und wir wissen, das kann so nicht weitergehen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist in der Bevölkerung auch angekommen. Gleichzeitig ist aber die Konsequenz, die daraus folgt, eine ziemlich bedrohliche. Was heißt das für mich selber? Und daraus entstehen dann auch diese widersprüchlichen Umgangsweisen. Während auf der Seite der Politik der verständliche Ansatz herrscht, dass das weiter so die sicherste Strategie ist. Und viel von dem, was wir da an Auswüchsen gesehen haben, resultiert aus dem Versuch, an diesem Wachstumsmodell festzuhalten. Was in der Debatte um Zukunftsfähigkeit in den letzten Jahren stark dazugekommen ist und was ich für einen entscheidenden Fortschritt halte, ist die Einsicht, dass wir die sozialen Themen, die ökonomischen Themen, Entschuldigung, die ökologischen Themen nicht ohne soziale und ökonomische Themen oder Verbindungen denken können. Und daher ist die Frage der Ungleichheit eine extrem bedeutsame. Und dieser exzessive Ressourcenverbrauch, hier beispielhaft am Vereinigten Königreich, dargestellt, dass 10 Prozent der Bevölkerung 50 Prozent der Ressourcen verbrauchen. Das heißt, dieser Massenkonsummodell ist dann auch, sagen wir, nicht vorrangig von der Masse in Anspruch genommen, sondern ist dann auch wieder gesellschaftlich sehr ungleich verteilt. Und wenn wir über andere Wirtschaftsmodelle reden, dann ist die Frage der Gleichheit und der gleichen Lebenschancen für alle ein ganz wichtiger Punkt. Und aus dem Grund, sagen wir, ist das Wort Transformation in der Debatte um Zukunftsfähigkeit so wichtig geworden. Und ich glaube, zu Recht, weil wir eben in einer Zeit grundlegender Umbrüche leben. Und Karl Polany hat das vor 60 Jahren mit der großen Transformation auch ausdrücklich so genannt, nämlich diese Transformationen, die in verschiedenen Bereichen gleichzeitig stattfinden. Das wurde vor wenigen Jahren dann auch aufgegriffen vom wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Und seitdem wird das in der Wissenschaft auch massiv diskutiert, nämlich dass es in dem, was im 21. Jahrhundert mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit auf uns zukommt, um etwas Ähnliches geht, wie das, was in der Menschheitsgeschichte eigentlich nur zweimal stattgefunden hat, nämlich die Neolithische und die Industrielle Revolution. Also eine grundlegende Änderung der Art und Weise, wie wir leben, wie wir produzieren, wie wir essen, wie wir uns fortbewegen. Also von einer mobilen Jägersammlergesellschaft zu einer sesshaften bäuerlichen Gesellschaft, die Neolithische Revolution und dann der Übergang von einer ländlichen zu einer städtischen, von einer landwirtschaftlichen zu einer industriellen, modernen Gesellschaft in der industriellen Revolution. Das Wichtige ist, damals war das eine Veränderung, die alle Bereiche umfasst hat, des gesellschaftlichen Lebens und des Produzierens. Und die Vermutung ist, so etwas Ähnliches steht uns jetzt auch bevor. Und wenn die Leute, die sich, sagen wir, wesentlich mit Ökologie und Klimapolitik beschäftigen, einen verengten Fokus auf Dekarbonisierung, auf erneuerbare Energieträger, auf grüne Produkte, auf grünes Wachstum haben, dann ist das eine vermutlich zu enge Sicht beziehungsweise auch eine Sicht, die nicht ermöglicht, wirklich zukunftsfähig zu sein. An ein paar Beispielen aufgezeigt, der erste Punkt, und da ist ja dieser Fokus auf die Immobilienwirtschaft in der Stadt ein Ausdruck dessen, diese Hoffnung mit einem grünen Wachstum, mit einer Ökologisierung des Bauens und so weiter, Lösungen, oder sagen wir, eine Vereinbarkeit von Wirtschaft und Ökologie zu erzielen, dass die Grundannahme dieses grünen Wachstums ist, dass so etwas wie Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum möglich ist, und zwar absolute Entkopplung, relative wäre, das E-Auto ist sparsamer als der Verbrennungsmotor, in dem Sinn haben wir relativ weniger Ressourcenverbrauch, selbst das ist umstritten, die Glühlampe und die Energiesparlampe ist vielleicht sozusagen LED, ein anderes Beispiel, das ist aber noch lange nicht ausreichend, weil wir wissen, wenn es irgendwo Produktivitätsfortschritt gibt, dann wird mehr konsumiert, absolute Entkopplung will dann heißen, dass tatsächlich in Summe auch weniger Ressourcen verbraucht werden. Das ist etwas, was eine Gruppe österreichischer und anderer Ökonomen, Helmut Haberl von der BOKU, auf eine Art und Weise untersucht haben, wie es zunehmend üblicher wird, nicht selber zu forschen, sondern Forschungen auszuwerten, die andere gemacht haben, 835 Artikel zum Thema grünen Wachstums, und da festzustellen, dass es bei ganz wenigen in einzelnen Ländern, in einzelnen Bereichen möglich ist, dass es so etwas wie absolute Entkopplung gibt durch Effizienzsteigerungen, dass es aber systemisch nicht gelingt. Also sagen, nach Jahrzehnten des Setzens aufs grünen Wachstum findet es fast nirgends statt. Was aber dann das Beeindruckende ist und was das Dilemma zeigt, in dem wir uns befinden, wenn wir dann schauen, was in diesen Artikeln an Politikempfehlungen ausgesprochen werden von den Leuten, die vorher in der Empirie festgestellt haben, absolute Entkopplung beobachten wir nicht. Die Forderung ist trotzdem grünes Wachstum. Ressourceneffizienter werden grüne Technologien, grüne Produkte. Dieses Festhalten an der Art und Weise, wie wir es gewohnt sind, die Dinge zu tun. Das, was dann eine gewisse logische Konsequenz wäre, nämlich Degrowth im Sinne einer Entkopplung, also mehr Wohlbefinden, aber weniger Ressourcenverbrauch. In diesen wissenschaftlichen Studien waren das die Politikempfehlung von drei Prozent so etwas wie Suffizienzrevolution als Vorschlag. eine Reorientierung, eine Qualitative dessen, wie Wirtschaft sich organisiert. Und wir wissen, in dem Sinn, sind ja die dargestellten Politiker, Politikerinnen nicht die Ausnahme, wie, wo gibt es Leute, die in dem Sinn auch das ansprechen. Das passiert sehr selten deswegen, weil damit vermeintlich hohes Risiko verbunden ist, beziehungsweise weil auch der Weg nicht klar ist, die Konsequenzen dessen ein Stück weit dann auch zu tragen. Wir werden vom Kollegen Hülsberger dann sicher einiges dazu hören, aber die, die in Österreich leben, haben es ja vor ein paar Tagen erlebt, wer traut sich, und das ist ja schon ein bisschen zynisch, dann auch sich vor die Lkw-Arbeiter in Steyr zu stellen und sagen, es ist eigentlich ein ziemlicher Beitrag zum Klimawandel, wenn hier nicht mehr Lkws mit Verbrennungsmotoren produziert werden, so wie es wahrscheinlich aufgrund von Kostenstrategien des Konzernes der Fall sein wird und die Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren. Es sind schwierige Zielkonflikte, in denen die Politiker dazu tendieren, auf der sicheren Seite zu bleiben oder zumindest kurzfristig auf der sicheren Seite. Die Herausforderung, die sich aber für die Wissenschaft stellt, aber vielmehr noch für uns als Gesellschaft, ist in dieser Folie da abgebildet, dass wir eben auf der einen Seite einen Teil der Menschheit haben, einen Teil der Menschen, die eine sehr hohe Niveau menschlicher Entwicklung haben, also hohe Bildung, leben lange, haben ein gutes Einkommen, das sind dann Belgien, Schweden, Österreich und andere Länder, gleichzeitig aber hier einen ökologischen Fußabdruck, der deutlich über dem ist, was die Tragfähigkeit des Planeten erlauben würde und dann haben wir die große Menge an afrikanisch-asiatischen Ländern, die ökologisch nachhaltig sind, in dem Sinn, dass sie diesen Ressourcenverbrauch nicht exzessiv in Anspruch nehmen, die aber deutlich kürzer leben, ein geringeres Einkommen haben, ein niedrigeres Bildungsniveau, kein einziges Landschaftes Ökologie und soziale Entwicklung zu verbinden. Das heißt, das, was die Herausforderung ist, ist etwas Neues zu finden. Die Herausforderung der Transformation oder auch ein zukunftsfähiges Wirtschaften, es gibt keine Best Practice, die wir abschauen können, sondern wir müssen hier etwas Neues ausprobierend uns aneignen, das auch in einer relativ kurzen Zeit angesichts der Dringlichkeit auch der ökologischen Krise. Grünes Wachstum kann es also nicht sein und diese anderen Business As Usual Strategien. Komme ich zum Zweiten, das hat enge Bezüge zur Aufwertung staatlichen Handelns, kollektives Entscheiden statt individuellen Wählen. Was ist damit verbunden? Es gibt eine Tendenz, wenn Sie in den Medien das Thema Klimaökologie verfolgen, einer ganz starken Individualisierung. Auf der einen Seite, dass dann auch sehr rasch diese moralischen Zuschreibungen, mit welchen Verkehrsmitteln sind sie zur Veranstaltung gekommen, warum sind sie geflogen, man spricht ja dann auch von Ablass, wenn man ökologisch gesinnt ist und trotzdem fliegt, dann zahlt man irgendwas, also diese Ausrichtung auf die marktlichen Konsumentscheidungen, als wäre das die Frage von Leben und Tod, ob die Transformation gelingt. Und viel weniger Aufmerksamkeit und Bedeutung wird diesen Fragen des kollektiven Entscheidens, der Rahmenbedingungen und des Umfelds, das wir uns gemeinsam geben wollen, gewidmet, wie wohl diese kollektiven Entscheidungen eigentlich in viel größerem Ausmaß Relevanz haben. Raumordnungsentscheidungen legen Flächennutzung fest und dann gäbe es eine strikte Raumordnung, dann ist der Entscheidungsspielraum individueller Akteure auch deutlich eingeschränkt. Wenn es gar nicht möglich ist, die Versiegelung in der Art und Weise voranzutreiben, weil es verboten ist, ist die Umsetzung von Dorfkern, Revitalisierung von verdichteteren Wohnen und Leben auch in dörflichen und in städtischen Zusammenhängen viel, viel einfacher. Und wir wissen aus der Verhaltensökonomie, dass diese Menschen eingeschränkt im Einzelfall entscheiden, ob ich dieses oder jenes tue, sondern sehr stark Routinen getrieben sind, Gewohnheiten, wie man sein Leben organisiert und wenn man einmal die Grundentscheidung trifft, Superbahn zu wohnen, dann ist mobilitätsmäßig sehr viele Vorentscheidungen getroffen und Routinen, die sich dann daraus ableiten. Und wenn eben die Politik, so wie das Beispiel hier steht, eine dritte Piste für einen Flughafen baut, so sind das jahrzehnte wirkende Fahrtabhängigkeiten, die es dann schwieriger macht, Regionalflughäfen zu schließen, eine Verkehrswende in Gang zu setzen. Daher ist der Fokus auf diese kollektiven Entscheidungsfindungen und die verbindliche Umsetzung von diesen Entscheidungen glaube ich der gesellschaftliche Lernschritt, der ansteht, weil das Wählen dem Individualismus so entgegenkommt und in dem Sinn auch dem Zeitgeist deutlich näher ist. Das Entscheiden impliziert, Optionen auszuschließen. Um jetzt wieder auf die Parkraumbewirtschaftung zu kommen, machen, du kannst dann nicht mehr parken, wenn ein bestimmtes Gebiet oder nicht mehr Dauerparken, wenn es eine Kurzparkzone wird, während wenn ich das über Wahlentscheidung regle, dann kann ich sagen, das ist dann halt einfach teurer, da gibt es eine Steuer darauf, ändert aber eben nicht das grundsätzliche, nicht in dem Ausmaß, das grundsätzliche Verhalten. Dieses kollektive in den Vordergrund stehen und damit ein bisschen weg von der Frage nach nachhaltigen Konsumentscheidungen ist, glaube ich, auch das, was ein Stück weit die Intention hier dieses Symposiums ist, weil es ausdrücklich dann darauf hinaus läuft, das Öffentliche zu stärken und wenn wir darüber diskutieren und da schließe ich jetzt auch wieder deine Ausführungen an, das Öffentliche ist nicht zwangsweise das Staatliche. Also ich glaube schon, dass es bei dem, was deine Intention ist, dass es handlungsfähige öffentliche Instanzen gibt, da der Staat eine Rolle spielt und ein handlungsfähiger ein starker Staat, dass es aber auch darum gehen könnte, andere öffentliche Institutionen, Genossenschaften, Commons, dezentralere Entscheidungsfindungen aufzuwerten, um nicht nur, sagen wir das, an staatlichen Institutionen im engeren Sinn festzumachen, aber alle diese Institutionen haben gemeinsam, dass es gemeinsam kollektiv verbindlich für ein Gemeinwesen bestimmte Dinge festgelegt werden und damit Handlungsspielräume geschlossen werden. Bestimmte Dinge sind dann nicht mehr möglich, wenn man eben sagt, man will mit einer Verkehrswende ernst machen, wird man bestimmte Verkehrsformen erschweren, benachteiligen oder verunmöglichen und andere Handlungsspielräume und Freiheitsräume aufmachen für zu Fuß Gehende, für Radfahren, für den öffentlichen Verkehr. Das sind aber, und das ist der Unterschied, das sind dann für alle gültige Regeln und das ist kulturell aktuell nicht einfach. Also die Idee, dass ich selber weiß, in der Corona-Krise wie in der Klimakrise, was für mich und für alle gut ist und ich daher einen massiven Widerstand habe, mich kollektiven Regeln zu unterwerfen, ist in dem Themenfeld, glaube ich, eine der Herausforderungen, über die wir reden müssen und mit denen wir uns beschäftigen müssen. Da sehe ich einen Zusammenhang zwischen Corona-Krise, Klimakrise, Verkehrswende. Diese ist es legitim und bis zu welchem Grad und in welcher Art und Weise in private Entscheidungsräume einzugreifen. Ich rede nicht viel über Mobilität, weil das glaube ich kommt noch Kompetenteres in der Folge, aber die ganz klare Geschichte und ich habe es eh gesagt, wir brauchen zwei Vorgangsweisen, wenn es um zukunftsfähiges Wirtschaften geht, dass bestimmte Dinge gefördert werden. Wir nennen das sozialökologische Infrastrukturen, Wohnen, öffentliche Räume, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Begegnungszonen ausbauen, aber gleichzeitig auch, und das ist schon auch ökonomisches Denken, das wird nicht gehen, ohne dass andere Infrastrukturen ein Stück weit zurückgebaut werden. Das sind zum wesentlichen Teil Infrastrukturen, die fossiles produzieren, fördern, die mit massiven fossilen Nutzungen fossiler Energieträger einhergehen und die die Grundlage auch dieser Globalisierung sind, die aus anderen Gründen auch noch problematisch ist. Zum letzten Punkt, wie viele Minuten habe ich noch? Du sprichst es. Gut, ja, es ist schon der vorletzte vom Schluss. Und in dem Zusammenhang sind wir eben auf das Konzept der Alltagsökonomie gestoßen. Es gibt ein Foundational Economy Collective, eine internationale Forschergruppe, die sich einige Leute in Österreich auch angeschlossen haben, nämlich einen Zugang zu Wirtschaften und so würden wir dann auch zukunftsfähiges Wirtschaften verstehen, der sich von dem verabschiedet, dass es nur eine Form von Wirtschaften gibt, nämlich die Wirtschaft als Marktwirtschaft und die Idee, dass Wirtschaftswissenschaft oder wirtschaftlich sein, heißt zu optimieren. Ökonomisch heißt möglichst sparsam, möglichst effizient, diese Reduktion des Verständnisses von Ökonomie auf Optimieren ist ein Problem beziehungsweise erfasst nicht das, was Wirtschaften eigentlich alles umfassen sollte, nämlich einen weiten Verständnis von Wirtschaft als die Bereitstellung der Lebensgrundlagen, die ermöglichen, dass wir unsere Bedürfnisse befriedigen, Gesellschaft auf eine Art und Weise zu organisieren, dass Bedürfnisse befriedigt werden können und das heißt, dass natürlich der Wirtschaftsbereich handelbarer Güter und Dienstleistungen, also die Marktwirtschaft ein wichtiger Bereich des Wirtschaftens ist, aber eben nicht der einzige, sondern es gibt einen Bereich, nach BIP gemessen sind es 40%, wenn man noch die Hausarbeit und die unbezahlte Arbeit dazu nimmt, ist es ein Großteil der Arbeit, die von Menschen erbracht wird, da geht es um Essen, Wohnen, sich erholen, fortbewegen, bilden, diese alltäglichen Tätigkeiten, wo manche über Märkte organisiert werden, aber viele davon im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, zum Großteil noch in der Pflege, nach anderen Logiken, als Tätigkeiten und auch Freizeit kann man natürlich mit Städtereisen und anderen Tourismus Angeboten befriedigen, man kann es aber auch konsumfrei, wenn der öffentliche, wenn die Nachbarschaft in einer Art und Weise organisiert ist, die Raum dann auch qualitätsvoll gestaltet. Und dieser Bereich der Ökonomie des Alltagslebens, der sollte unserer Meinung nach mehr Bedeutung bekommen. In gewisser Weise hat da die Corona-Krise auch geholfen, weil mit der ganzen Lockdown Problematik klar geworden ist, es gibt Bereiche, die sind unabdingbar für unser Zusammenleben, die können auch in den schlimmsten Situationen nicht geschlossen werden, Lebensmittel, bestimmte Gesundheitsdienste und anderes und andere, die sind eben nicht ganz so wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mit Corona festgelegt wurde, was wichtig ist und was unwichtig ist, das führt nämlich in gefährliche Gefilde, aber sie stellt eine spannende und wichtige Frage, die, glaube ich, für die Klima- und Ökologie-Krise interessant ist, dass wir gesellschaftliche Debatten darüber führen sollten, welche Wirtschaftsbereiche haben welchen Stellenwert für uns und sind daher zu benachteiligen oder zu fördern. Und diese kollektive Debatte sehe ich als eine Zentrale, wenn wir über Zukunftsfähigkeit reden. Und dann gibt es einen dritten Sektor, da ist vorher einiges an Bildern auch gezeigt worden, die Rentenökonomie. Adam Smith hat über die Großgrundbesitzer gesagt, sie ernten, wo sie nicht gesät haben. Die Rentenökonomie, dann Mariana Mazzucato, eine sehr bekannte Ökonom in den letzten Jahren, unterscheidet zwischen Value Maker und Value Taker, also die, die etwas produzieren und zum gesellschaftlichen Reichtum beitragen, die Entrepreneurs, die Beschäftigten, und diejenigen, die aus dem, was produziert wurde, sich ein Stück weit was abschneiden, Marx hat von den Couponschneidern geredet, aber die, die sich die Dividenden auszahlen, die die Aufwertungsgewinne in Anspruch nehmen oder eine Stunde gearbeitet zu haben, diese Value Taker haben in den letzten 40 Jahren, wenn man Neoliberalismus ökonomisch kurz beschreiben will, dann ist es eine Machtverschiebung von der Real zur Finanzwirtschaft oder in dieser Begrifflichkeit von den Value Makern zu den Value Takern und das ist politisch gemacht, das war ein politisches Projekt und das gehört umgedreht wieder, das heißt, aus meiner Sicht ist auch sehr klar, dass die Value Taker die Ersten sind, die Lasten der Corona-Krise einen Beitrag leisten sollten und für die Stadtentwicklung wäre es ein Segen wäre es ein Segen wenn die Value Taker einen geringeren Stellenwert hätten im Entscheiden darüber, wie eine Stadt ausschaut, weil nur das was, du hast das ja auch angedeutet, aber diese enge Verbindung von Immobilien Wirtschaft und Finanzwirtschaft, die durch globalisierte Finanzmärkte erleichtert ist, diese Möglichkeit Geld auch relativ problemlos hin und her zu schieben, verschiebt die Machtverhältnisse von denen, die in Wien leben und davon abhängig sind, da eine Wohnung zu kaufen, zu denen, denen das eigentlich schnurzegal ist, sondern die sich in Wien spekulieren oder sie spekulieren in Singapur, wo es im Übrigen fast auch kein Eigentum an Grund und Boden gibt, das wäre ja sogar mit ziemlich liberal-kapitalistischen Vorstellungen vereinbar, diesen Sektor mehr zu besteuern. Adam Smith, David Ricardo, die großen Vordenker der Marktwirtschaft waren große Gegner des Immobiliensektors. Also von daher, ja, aber die Idee, dass diese drei Sektoren, die Marktwirtschaft, die Rentenökonomie, die Alltagsökonomie nach anderen Logiken funktionieren, ist eine ganz wichtige Erkenntnis und dann kann man eben daran gehen, was ist die Stärke der Alltagsökonomie dass sie kleinräumiger organisiert ist, dass sie sich auf das, was man im deutschen Daseinsvorsorge und Nahversorgung nennt, fokussiert, also auf Grundbedürfnis, auf relevante wirtschaftliche Bereiche, sei es jetzt die Bildung, Gesundheit und andere Infrastrukturen und bei der Nahversorgung das, was eine funktionierende Stadt, ein funktionierendes Dorf ausmachen. Diese zwei Bereiche sind durch die neoliberale Politik massiv unter Druck geraten in den letzten Jahrzehnten und gleichzeitig sind es die, die ressourcenmäßig das Potenzial haben, hier deutlich nachhaltiger zu sein, als die global ausgerichtete Massenkonsumsgesellschaft. Es hat ein ökologisches Potenzial, aber es hat auch ein soziales Potenzial, weil es tendenziell die alltäglichen Bedürfnisse aller in einer Stadt, in einem Dorf wohnenden befriedigt und daher auch den sozialen Zusammenhalt stärkt, das Öffentliche, das Gemeinsame stärkt und ein Stück weit von diesen privaten Konsumorientierung, um die Begriffe des Symposiums zu nehmen, zu einer öffentlichen gemeinsamen Wirtschaftsgestaltung verschiebt. Daher, und das ist die letzte Folie, eigentlich alles auch schon gesagt, aber für das Weiterdenken und Diskussion, die politischen Konsequenzen, Rentenökonomie schrumpfen, eine andere Ausrichtung der Marktwirtschaft, aber dann eben vor allem verstärkte Regionalisierung Durchschwächung von globalen Plattformen, ein Stück weit auch Rückbau globaler Finanzmärkte, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und dann auf der Gegenseite Alltagsökonomie stärken und da ist eine zukunftsfähige Raumplanung, nicht meine Kernkompetenz, aber, glaube ich, ein ziemlich wichtiger und sich ideal ergänzender Baustein in einer derartigen wirtschaftlichen Umorientierung sowohl im Ausbau von Infrastrukturen, die die Qualität von Orten stärken und verbessern und tendenziellen Rückbau von Infrastrukturen, die die Raumüberwindung erleichtern, weil sie in aller Regel bei den digitalen vielleicht nicht ganz so ganz stark auf CO2-Emissionen und fossilen Energieträgern beruhen. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Novi. Darf ich dich noch zu mir bitten und dir gleich auch für die Diskussion diesen Sitzplatz und das orange Mikrofon zuordnen? Den neben dir. Ja, der gefährlichste. Gut. Dankeschön. Ja, unsere nächste Referentin hat bereits auch Platz genommen. Wir bitten Sie noch um drei Minuten Geduld und dann geht es mit Ihnen weiter. Super. Andreas, du warst im ersten Teil deines Vortrags noch etwas verzeihlicher, im zweiten Teil dann sehr klar Rentenökonomien schrumpfen oder auch beschneiden. Du hast im ersten Teil noch verständlich gesagt, naja, die Politik ist dann halt gern immer auf der sicheren Seite. Wie weit ist es denn nicht unglaubwürdig, dass Politik nicht unterscheiden kann zwischen jemandem, der halt investiert, auch seinen Profit macht, aber für die Gesellschaft etwas bringt, seien es Arbeitsplätze, seien es Wohnraum, was auch immer, oder Struktur, Stärkung, Nahversorgung, etc. etc. Und jenen, die quasi taken. Da wird aus meiner Sicht in Österreich noch sehr wenig unterschieden. Das heißt, in Wien werden Bürotürme, die spekulativ errichtet werden, nicht nur als Arbeitsräume, sondern als Arbeitsplätze, die geschaffen werden, in den Medien kolportiert. Braucht es da einen stärkeren Druck von Experten aus der Bevölkerung, da einfach zu einem höheren Niveau, dass die Politik wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen durchaus hat, aber in der Öffentlichkeit so agiert, als ob man quasi von all diesen Zusammenhängen gar nichts wüsste und blauäugig im guten Willen sozusagen dahintrottet in der Spur der letzten 20, 30 Jahre. Wie kommen wir da hin, dass wir ein anderes Niveau in der Diskussion und auch in der Entscheidungsfindung in der Politik haben? Ja, ich habe jetzt ganz schnell nachgedacht und muss dir recht geben, dass sich der Tuktus geändert hat im Laufe des Vortrags. Der Punkt ist, dass ich ja zwei Sachen auch versuche. Das eine ist, zu verstehen, was gegenwärtig stattfindet und diese konservativ zurückhaltende agierende Politik mit dem einen zu tun hat, dass es in der Vergangenheit funktioniert hat. Das ist das eine und das andere, dass es weiter so Sicherheiten vermittelt. Der neue alte Wiener Bürgermeister verkörpert das ja in gewisser Weise, dieses Sicherheitsbedürftes und die vermeintliche Fähigkeit, das auch zu können. Das muss man, glaube ich, sehr ernst nehmen, weil die, die dann eher auf der Transformationsseite sind, da würde ich mich dazunehmen und vermutlich auch ein guter Teil des Publikums, dann ein Stück weit unterschätzen, wie wichtig den Menschen Sicherheit ist. Und wenn es keine klare Perspektive gibt, wie in einer Transformation Sicherheit vermittelt werden kann, bleibt dieses Konservative Agieren attraktiv und wird auch gewählt. Das ist jetzt zum ersten Teil dessen, was ich präsentiert habe, weil ich dir natürlich vollkommen recht gebe, dass hier viel mehr notwendig wäre und dass die Dringlichkeit, dass es eigentlich am Tisch liegt und nicht so schwer verständlich ist, zu sagen, es gibt diese und jene wirtschaftlichen Tätigkeiten und wenn wir beschränkte Mitteln haben, davon reden ja alle ständig, dann heißt es doch fokussiert in die Bereiche zu gehen, die wir brauchen und die anderen auch den Mut zu haben, zu sagen, dieses und jenes wollen wir nicht. Und ich glaube auch, dass man dafür auch gesellschaftliche Mehrheiten finden könnte. Also ich glaube jetzt nicht, dass das mit dem Weiter so, dass das unglaublich überzeugend ist. Es müsste sagen, dass und deswegen bin ich halt auch so ein Fan des Alltagsökonomie Ansatzes, weil er Sicherheit vermittelt und weil er in dieser Notwendigkeit ökologisch grundlegend was zu verändern gleichzeitig mittragt, dass die Grundversorgung vorrangig gesichert wird. Und das halte ich für wichtig. Aber dann bin ich vollkommen deiner Meinung, dass wir und ich glaube es geht in die Debatte diese Unterscheidung von Value-Taker, Value-Maker und eine Reihe anderer reinbringen. Du hast von einem Legitimationsproblem gesprochen, dass ein vermeintlich wünschenswerter starker Staat hätte heute. Gleichzeitig hast du die Corona-Krise angesprochen und da sehen wir wie sehr Bevölkerung in Krisenzeiten und es ist der Heinz hat glaube ich zwei Tage nach dem Lockdown den ersten Artikel geschrieben, warum verkaufen wir nicht die Klimakrise als eben solche Krise wie die Corona-Krise und ergreifen die entsprechend drastischen Maßnahmen auch. Ist es nicht ein Vermittlungsproblem, dass wir bei Corona sozusagen akzeptieren, dass wir im Grunde entmündigt werden und ich meine das jetzt gar nicht kritisch und dass wir bei anderen Bereichen so tun, als ob die heutige Gesellschaft quasi es nicht mehr verdient, gegängelt zu werden oder vorgeschrieben zu bekommen, ob sie jetzt mit dem Auto oder mit dem Zug fährt oder auf 1000 Quadratmeter oder auf 200 Quadratmeter Grundstückfläche ihr Häuschen baut. Also haben wir da einfach der Gesellschaft und vielleicht auch den Medien eine Freiheit eingeräumt, die niemand, der Kinder hat, seinen eigenen Kindern je einräumen würde, nämlich so das völlige laissez-faire und haben jetzt aber gesehen, dass Gesellschaft, wenn bewusst wird, welche Probleme wir dadurch kriegen, sehr wohl, sehr bereit ist, das mitzutragen. Also wäre das eine Chance, da in Bereichen wie Klima, wie Boden, wo es ebenfalls um Existenzielles geht, nicht jetzt drastischere Maßnahmen zu ergreifen und was hält die Politik davon ab? Also zur vorletzten Frage würde ich sagen, ja, die Corona-Krise wäre eine Riesenchance, also habe ich auch gelesen, der Punkt ist, je länger sie dauert, gibt es auch ein Problem, weil wir haben, akropos Rolle des Staates, wir haben China, wo das sagen, autoritär problembezogen ziemlich gut gelöst wird, und wir haben Amerika, und ich kenne leider Brasilien recht gut und die USA kennen alle hier sehr gut und da ist kein Unterschied zwischen USA und Brasilien, ein Modell, das ganz stark sich vom Staat ja eigentlich nichts mehr erwartet und sagt, die Stärkeren setzen sich durch, ich habe es auch gehabt, Corona, mir hat es nichts geschadet, wer so lebensfähig ist wie ich, der wird das auch überleben, das heißt, und dazwischen haben wir Europa, das versucht diesen Balanceakt zwischen Freiheiten aller Amerika und regulierenden Staat aller China zu gehen, und ich würde ganz klar sagen, das ist mein Modell, und gleichzeitig merken wir, wie die Zustimmung bröckelt, gegenwärtig, und trotzdem glaube ich, das Buch endet ja auch mit einem Plädoyer, die Kunst des Abwägens, dass es um dieses Balancieren zwischen Freiheitsrechten und starken Vorgaben, dass das die große Lernleistung ist, und ich würde sagen, wenn es bei Corona gelingt, ist es eine Riesenchance für die Klimakrise, wenn es bei Corona scheitert, ist es desaströs, für das, was in der Klimapolitik ansteht, weil man dann eben nicht sagt, dass ich jetzt zu diesem und jenem Einschränkung meiner Mobilität, meiner Gewohnheiten, was auch immer, nicht bereit bin, weil das hat ja schon damals nicht funktioniert. Danke fürs Erste, wir sehen uns bei der abschließenden Diskussion noch einmal. Gerne, ja, und wir kommen zum nächsten Vortrag und darf Ihnen vorstellen, Laura Valentukiewicz-Jute aus Berlin, herzlich willkommen. Danke nicht. Ja, wunderbar, perfekt. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie haben Social Sciences studiert, also Sozialwissenschaften, sind Mitbegründerin und Vorstand von der Initiative Gemeingut in Bürgerinnenhand, also da sind wir bei einem sehr fordernden Ansatz, dass Dinge, die bis jetzt dem Markt oder zuletzt dem Markt überlassen wurden, wieder eine Gemeinnützigkeit kriegen und in Bürgerinnen- und Bürgerhand zurückkommen. Sie waren davor Mitarbeiterin bei Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und zu ihren Schwerpunkten zählen eben die Themen Daseinsvorsorge und Privatisierung. Wir haben immer wieder und sehr gerne Referentinnen und Referenten aus Deutschland und der Schweiz hier bei den Orte-Raumplanungs-Symposien eingeladen, weil wir neidlos anerkennen müssen, dass in diesen beiden Ländern oft sehr viel plakativer, sehr viel kräftiger, sehr viel grundsätzlicher an all diesen Themen gearbeitet wird und insofern freue ich mich sehr auf einen Bericht dessen, was Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter machen. Wir haben dem Ganzen den Titel gegeben Gebt dem Bürger was des Bürgers ist und Sie werden uns einiges berichten über Ihre Vorstellungen eines neuen Verhältnisses von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Bitteschön. Ja, Dankeschön. Ich freue mich auch, dass das irgendwie geklappt hat, auch wenn es schade ist, dass ich nicht dabei sein kann. Ich hätte gerne mit Ihnen und euch live diskutiert und jetzt habe ich nur leider diesen einen Vortrag danach auch keine Möglichkeit wirklich zu diskutieren, weil ich zwei kleine Kinder habe, die ich jetzt abholen muss. Ich darf ergänzen, dass die Fragen des Publikums in Ihrem Fall dann einfach gleich nach Ihrem Referat gestellt werden. Ja, sehr gut. Gut, dann steige ich gleich ein mit meinem Vortrag. Sie sehen mich da nicht, aber dann später, wenn wir dann diskutieren. So, zum Einstieg. Sie haben ja den Titel Gebt dem Bürger was des Bürgers ist vorgeschlagen, und ich habe den ja auch nicht geändert und möchte nur an dieser Stelle hinweisen, dass wir in unseren Texten und auch unserem Namen die Form Bürgerinnen bevorzugen, wie Sie auch sehen, Gemeingut in Bürgerinnenhand. Ich möchte mich damit entschuldigen, dass es eine Abwandlung eines Zitats ist. Das habe ich verstanden. Genau, deswegen habe ich das auch so gelassen. Ja, aber für uns ist diese Form Bürgerinnen wichtig, weil einerseits die Daseinsvorsorge von Frauen in der Regel für Frauen eine größere Rolle spielt als für Männer, nicht zuletzt, weil sie immer noch weniger verdienen und deswegen von öffentlichen Leistungen mehr abhängig sind. Nur ein Beispiel Nutzung des öffentlichen Verkehrs und nicht Autos. Da ist zumindest in Deutschland die Zahl der Frauen geringer bei Autonutzung. Andererseits wollten wir signalisieren, dass wir in unserem Netzwerk gegen Privatisierung der Daseinsvorsorge explizit auch Fraueninitiativen begrüßen, weil es solche auch viele gibt und wir wollten sie auch explizit ansprechen. Ich bin Mitbegründerin und eine der fünf Hauptamtlichen in Teilzeit in unserem Verein und Gemeingut in Bürgerinnenhand haben wir vor ziemlich genau zehn Jahren gegründet, weil wir eine Organisation haben wollten, die sich explizit gegen die Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge bundesweit einsetzen. Es kamen aus verschiedenen Initiativen, zum Beispiel gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn, gegen die Wasserprivatisierung, Außertag und vielen anderen Bündnissen. Als 2008 die formelle Privatisierung der Bahn erfolgte, also früher schon erfolgte, aber der Börsengang nicht mehr zustande kam, war das auch ein Erfolg von unseren Bewegungen. Wir haben danach uns zusammengesetzt und überlegt, was ist denn der nächste große Angriff auf die Daseinsvorsorge und haben darauf, dass jetzt die nächsten großen Privatisierungen oder kleineren und größeren Privatisierungen in Form von Public-Private Partnership oder öffentlich-private Partnerschaften ÖBPs stattfinden wird. Das haben Sie auch schon, Herr Seiss, erwähnt. Die BPs ist ja auch in Österreich nicht unbekannt. Und haben deswegen auch diese Form der Privatisierung zu unserem Schwerpunkt der Arbeit gemacht. Unsere Arbeit umfasst deswegen Kritik und Aufklärung über die BPs. Das heißt, wir arbeiten auf der Metaebene, aber auch in Bezug zu konkrechen wie Wassersorgung, Autobahnen, Schulbau, S-Bahn. Aktuell haben wir auch das Thema Daseinsvorsorge und Klimaschutz heran. Zum Beispiel Bauen und Wohnen, Mobilität, Telekommunikation oder Gesundheitsversorgung. Wo kann man Klimaschutzmaßnahmen besser implementieren überhaupt haben und ganz aktuell und intensiv beschäftigen uns mit dem Thema Krankenhausschließung bundesweit. Ich möchte zunächst kurz erklären, was das bedeutet, worüber wir reden, wenn wir über Daseinsvorsorge reden. Diesen Begriff nutzen wir schon seit Jahrzehnten, aber was genau darunter fällt, ist es leider nicht eindeutig definiert. Das Bundesverfassungsgericht sah sich deswegen sogar zu einer eigenen Auslegung des Begriffs genötigt. Und danach ist die Daseinsvorsorge eine Leistung und ich zitiere jetzt, derer der Bürger zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz unumgänglich tat. Das ist auch unsere Grundlage unserer Arbeit. Daseinsvorsorge ist für uns Güter und Dienstleistungen, ohne die die Menschen nicht in Würde leben können oder gar nicht überleben können. Der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof und am Bundesverfassungsgericht Prof. Siegfried Broos spricht an dieser Stelle von den staatlichen Infrastrukturbereichen und listet auf, welche Bereiche er dazu zählt. Da sind zum Beispiel Wasserversorgung, Gesundheitsfürsorge, Bildungseinrichtungen, Energieversorgung, Beförderungsleistungen, Postleistungen, Abfallentsorgung, Umbereinigung von Abwasser sowie eine angemessene Beteiligung am Kulturleben. Gleichzeitig sagt er, dass diese Liste nicht abgeschlossen ist. Und er zitiert, da es nur auf Antrag tätig werden darf, also das Bundesverfassungsgericht, sind Mangelsklage nicht alle Bereiche von dem Bundesverfassungsgericht behandelt und beurteilt worden. Das heißt, man kann diesen Begriff der Daseinsvorsorge nochmal erweitern und es hängt von einer Gesellschaft ab, was sie zu Daseinsvorsorge zählt. Und es können auch immer weitere neue moderne Bereiche dazu zählen. Parallel zum Begriff Daseinsvorsorge wird mittlerweile auch der Begriff Gemeindüter benutzt. Das ist eine Übersetzung vom englischen Commons und hier zieht nicht nur das Wort Gut, sondern auch das Wort Gemeinschaft. Das heißt, es sind Güter, die gemeinsam von einer Gemeinschaft wirtschaftet werden. Und früher ging es dann bei Gemeindüter eher um Weiden- und Wasserquellen. Heute versteht man berufe auch Urban Gardening auf dem Teppelhofer Feld oder die gemeinsame Entwicklung einer freien Software und ähnliche. Und dieser Begriff Gemeindüter etabliert sich immer mehr in der Diskussion und auch wird immer mehr für die Infrastrukturen der Daseinsvorsorge benutzt. Wir nutzen diesen Begriff Gemeindüter gerne, weil das ein emanzipatorischer Begriff ist, zumindest emanzipatorisch als Daseinsvorsorge ist. Und es signalisiert aber auch die Notwendigkeit, Rahmenbedingungen in den politischen Debatten und ich meine damit die gesetzgeberischen Prozesse, ist aber nach wie vor der Begriff Daseinsvorsorge beziehungsweise Infrastrukturen der Daseinsvorsorge gebräuchlicher. Hier nur, ich werde das alles nicht vorlesen, nur kurz als Überblick. Das ist unsere Zusammenstellung von den Bereichen, Daseinsvorsorgen der sozialen Infrastruktur zählen. Das heißt, das sind materielle technische Infrastrukturen wie Energieversorgung, Kommunikation, Her- und Entsorgung, Verkehr, materielle Sozialinfrastrukturen wie Bildung, Gesundheit, Legislative, Judikative, Exekutive, Pflege, Kultur und Sport, immaterielle technische Infrastrukturen wie immaterielle Sozialinfrastrukturen und dann gibt es auch noch Grenzfälle. Dazu zählen leider auch zum Beispiel Wohnungsbau. Bei diesen ganzen Infrastrukturen geht es auch in der Daseinsvorsorge und die rechtlichen Konstruktionen. Also wie sind sie dann aufgestellt? Die meisten sind die Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge immer noch öffentlich organisiert, das heißt in der öffentlichen Hand und öffentlich betrieben. Aber durch die Privatisierungen wie komplette Verkäufe oder Teilverkäufe oder öffentliche private Partnerschaften gibt es jetzt mittlerweile auch viele Zwischenformen. Und die bekanntesten oder die üblichen bis heute sind zum Beispiel für die öffentlichen Infrastrukturen in öffentlicher Hand sind die Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts. Dann ist der Übergang Genossenschaften und dann gibt es Aktiengesellschaften, GmbHs und GmbHs und Co. KGs. Wie das genau in Österreich aufgestellt ist, weiß ich leider nicht. Es ist zumindest eine Aufstellung in Deutschland. Jetzt zum Thema Privatisierung. Privatisierung, den Begriff kennen ja alle sicher von denjenigen, die hier beim Symposium sitzen, deswegen werde ich das jetzt nicht noch weiter ausführen. Was wichtig für uns ist, dass öffentliche Güter ein enormes Kapital darstellen in Form von öffentlichem Eigentum an Infrastruktur, Flächen oder Güter, sowie in Form von Einnahmen über die Gebühren für Dienstleistungen. Das heißt, es sind Besitzer Eigentümer sozusagen und Einnahmen. Das Ziel der öffentlichen Daseinsvorsorge ist die Bedarfsbefriedigung der Bürgerinnen und die erwirtschafteten Gelder, sondern die Reparatur, Erneuerungen oder den notwendigen Ausbau dieser Infrastruktur fließen bzw. als Rücklagen zurückgelegt werden. Wenn diese Bereiche privatisiert werden, ändert sich der Zweck der Gesellschaften und sie müssen gewinnmaximierend arbeiten und das steht dann als oberstes Ziel und nicht mehr diese Bedarfsbefriedigung. Und in Bezug auf die großen Infrastrukturen bedeutet das, dass das große Geldmenge der öffentlichen Daseinsvorsorge entzogen werden und woanders in der Regel in die Anlagen und Projekte einen noch höheren Gewinn versprechen. Und diese fehlenden Investitionen in der Daseinsvorsorge führen dann zur Abnutzung und zum Verschleiß mit den allgemein gefährlichen Folgen und das haben wir zum Beispiel bei den privatisierten Berliner Wasserbetrieben gesehen. Kurz in den letzten Jahren vor der erzwungenen Rekommunalisierung kam es dann zu einigen gefährlichen Rohrbrüchen, weil die Infrastruktur nicht wie nötig geworden ist. Hier ist ein kurzer Überblick, was für Privatisierungen überhaupt in Deutschland stattgefunden haben. Ähnlich ist es auch in ganz Europa stattgefunden, insbesondere auch in Großbritannien, allerdings in noch größerem Maße. Zunächst fing es nach dem zweiten Weltweg damit an, dass die öffentliche Hand die Bereiche der Gaseins Vorsorge ausbaut. Aus unterschiedlichen Gründen, aber die meisten Parteien haben das dann auch unterstützt. Privatisierungen kamen erst 15 Jahre später, das heißt ab ca. 1960. Dann stelle ich kurz diese Wellen dar. Ich will mich da jetzt nicht lange aufhalten. Trotzdem finde ich sie ganz interessant um zu verstehen, wie das Ganze eigentlich so massiv von der öffentlichen Hand in die private Hände übergegangen ist und mit welchen Argumenten. Also fing an mit den 60er Jahren und das war die erste Welle. Die war dann bis zu Ende der 80er Jahre. Verkauft wurden vor allem die Unternehmensanteile im Industrie- und Finanzsektor. Darunter waren die Anteile zum Beispiel von Volkswagen oder von FEBA Vereinigte Elektrizität und Werkwerks AG. Und da noch mehr privatisiert wurde ab 1985 unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Der hat dann weitere Teile von den damaligen verkauften Volkswagen weiterverkauft. Lufthansa, Salzgitter AG und viele andere vereinigte Industrieunternehmen und so weiter verkauft. Und hat ja dann auch noch gefördert, dass Kunden auch ihr Eigentum verkaufen. Dieser Trend war, wie gesagt, in ganz Europasicht, insbesondere in Großbritannien unter Margaret Thatcher. Das werde ich jetzt nicht noch weiter ausführen. Befördert wurde das durch den Zusammenbruch des Bretton-Ruth-Systems Anfang der 70er Jahre, wodurch sehr viel freies, vagabundierendes Kapital entstand, das nach Anlagemöglichkeiten suchte. Und natürlich die ganzen Lobbyisten und so weiter, die angefangen haben, Druck aufzuüben, ob der Staat die Unternehmen verkauft oder die Anlagemöglichkeiten für dieses vagabundierende Kapital hergibt. Die Ölkrise von 1973 hat das auch sehr stark gefördert, weil dann das Wachstum der Länder und die Staatseinnahmen angefangen haben zu schrumpfen und so hat man angefangen mit den Privatisierungen sozusagen, hat man versucht, die Wirtschaften zu stabilisieren und mehr Geld in die Staatskasse einzunehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte vor allem das wirtschaftspolitische Ziel Vollbeschäftigung und soziale Sicherheit und das wurde dann zunehmend durch das Ziel Wettbewerbsfähigkeit ersetzt. Das war die erste Welle. Die zweite Welle war dann der Mitte der 80er Jahre. Das waren vor allem verkaufte Infrastruktur, Netzwerke und Medien. Es ging vor allem um Fernsehen, Energie- und Wasserversorgung, Bahn, Telekommunikation und Post. Da häufig erfolgte die Privatisierung in mehreren Schritten. Zuerst wurde formell privatisiert, das heißt ein Unternehmen blieb dann öffentlich in Eigentum, aber schon als eine Aktiengesellschaft aufgeteilten Aktien, die dann im späteren zweiten Schritt zum Teil verkauft worden sind. Und dann nach einiger Zeit erfolgte dann Vollprivatisierung. Also alle Anteile wurden verkauft. In einigen Fällen gibt es dann bei der formellen Privatisierung, wie zum Beispiel bis heute bei der Deutsche Bahn AG, bisher Aktiengesellschaft, aber vollständig in der Bundeshand, auch wenn es bestimmte Strecken zum Beispiel an die Privaten vergeben worden sind. Das andere war zum Beispiel, dass einige Teile, wie bei Telekom, behielt dann dennoch die öffentliche Hand und ein Teil wurde verkauft an die Privaten. Im öffentliche Fernsehen an die Landrechte. Vor allem versuchte man durch diesen Verkäufe auch wiederum die Haushaltslage vieler Kommunen zu verbessern. Es führte aber dazu, dass es eigentlich zu keinen landfüßigen Verbesserungen führte und vor allem die Auswirkung war, dass sehr viele Menschen entlassen worden sind. Die Deutsche Bahn AG zum Beispiel baute ihre Beschäftigten Zahl von 1994 bis 2012 im Inland sogar auf 130.000 Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Bei Telekom 77.000 Stellen wurden bestrichen. Bei Telekom die Mitbewerber haben aber bei Weitem nicht bei in der Menge die Stellen wieder aufgebaut. Von daher kann man hier in dieser Welle davon reden, dass der Arbeitsmarkt vereinigt worden ist, sehr viele Stellen abgebaut worden sind. Die dritte Welle, das ist eine parallel verlaufende Entwicklung, die überlappen sich diese Wellen auch, das ging um die Privatisierung der Treuhand, ausverkauft das WDR Volksseigentumst. Treuhand kennen ja sicher alle dem Saal sitzen, da muss ich jetzt nicht noch mal mehr dazu erzählen. Damit wurden 30.000 Verleihungen privatisiert und es ist eigentlich ein riesiger Verlust für die Wirtschaft Ostdeutschland entstanden und bis heute haben wir immer noch einen riesigen Schuldenberg, das in einem externen Haushalt abgebildet ist, weil diese ganzen Verkäufe einfach so verlustbringend abgewickelt worden sind zum Teil oder zum großen Teil um die Konkurrenz für den westlichen Teil von Deutschland einfach abzuschaffen, vom Markt zu schaffen. Das hat zu einer enormen Arbeitslosigkeit im ehemaligen DDR geführt und insgesamt die Wirtschaft im Osten ziemlich zerstört. Die weitere Welle, es ging um die Einführung einer neuen Form von Privatisierung in der vierten Welle, es ging um Post-Border-Leasing, das ist das Modell, das aus USA gekommen ist. Insgesamt haben ca. 50 Städte und Zweckverbände ca. 150 sogenannte Port-Border-Leasing-Verträge abgeschlossen, das war möglich von 1995 bis 2003, es ging vor allem um den öffentlichen Personen- und Nahverkehr sowie um die Wasserversorgung und Ernstorgung. Das war ein kompliziertes Modell, was eigentlich eine Art aus USA sozusagen ein Modell Kommunikationsbegriffungen erlaubt haben und diese Verträge abgeschlossen haben. Danach hat man gesehen, diese Verträge laufen um 100 Jahre und man hat sehr intransparente auf Englisch verpasste Verträge und bei jedem Anliegen muss man den Vertragspartner in USA konsultieren, fragen, wenn man bestimmte Renovierungen zum Beispiel nicht miträgt, Investitionen Verträgen dürfen auch nicht gemacht werden. Genau, von diesem Modell ist jetzt Abstand genommen worden, unter anderem vor allem deswegen, weil die Regierung in den USA das nicht mehr möglich gemacht hat. Die nächste Privatisierungswelle war die fünfte Welle, ich nenne das für soziale Sicherungssysteme, das war so um die Jahrtausendwende oder ab Jahrtausendwende stattgefunden und vor allem im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, das heißt soziale Wohnen, Gesundheit und Pflegedienste, kommunale Krankenhäuser, aber auch Bildung und Wissenschaft, auch die öffentliche Rentenversicherung wurde damit zum Teil privatisiert mit der Einflussführung der Riesland-Rürup-Renten und diese Welle der Privatisierung haben sehr viele europäische damit gemacht, um nicht zu sagen, alle wahrscheinlich, die damals Euro einführen wollten. Das war ja mit den Maastricht-Kriterien vorgeschrieben von 1992, dass sie bestimmte Neuverschuldungsgrenzen nicht überschreiten dürfen und alle, die das erreichen wollten, haben gesagt, die Gesamtverschuldung war auf 60 Prozent begrenzt und Neuverschuldung auf 3 Prozent und alle, die diese Grenzen einhalten wollten, haben sozusagen künstlich ihre Budgets aufgehübscht, indem sie Anteile an Unternehmen verkauft haben. Das waren sozusagen auch in Griechenland der Teil, in Italien, in Frankreich, in Deutschland, auch in Spanien, Portugal und so weiter. Also alle haben dann nach Euro eingeführt und danach ist das Ganze wieder eingekommen. hat auch keine langfristige Vendigung der Haushalte herbeigeführt. Weil es klar ist, wenn man die entscheidenden Wirtschaftsunternehmen aus der Hand gibt, dann hat man auch nicht mehr die Einnahmen und nicht mehr das Kapital, was die drei eindringen. So, diese Welle vielleicht erzähle ich mir nicht. Die sechste Welle ist die Welle ÖPP. Das ist auch ein damals neues Modell, was eingeführt worden ist. Es kam auch aus Großbritannien. Ende der 90 Jahre hat man die ersten BPP-Verträge abgeschlossen. Einer der Bekannten waren zum Beispiel die Wasserbetriebe, gegen die wir unsere erste Kampagne gemacht haben. Ich erkläre BPP nur kurz. Ich weiß nicht, wie viele das kennen wissen, deswegen nur in wenigen Sätzen und dann können wir wenn Bedarf besteht, dann später das noch erklären. Also bei BPP ist es so, dass die öffentliche Hand ein privates Unternehmen mit der Planversammlung für den Bau und dem anschließenden Betrieb von bestimmten Bereichen zum Beispiel von Autobahnschulen, Bäder, Rathäusern und so weiter beauftragt. Das sind zumal sehr langgelaufende Verträge von 25, 30, manchmal auch 50 Jahre, 100, nicht, 100 Jahren bis Cross-Border-Leasing. Um diese Aufgabe zu erfüllen, nimmt der private Partner einen Kredit auf, den die öffentliche Hand aber zurückzahlt mit den dementsprechend höheren Zinsen, weil die Privaten sich teurer verschulden als die öffentliche Hand. Verschuldung gilt aber trotzdem nicht als öffentliche Verschuldung und so war dieses Modell öffentlich belaute Partnerschaften insbesondere in Zeiten der Schuldenbremse sehr attraktiv für Kommunalpolitiker, Landespolitiker und auch für Bundespolitiker, weil sie damit sozusagen Projekte sich verschulden konnten, ohne dass diese Verschuldung irgendwo auftauchte und konnten damit kurzfristig diese Verschuldung verstecken. EPP-Projekte sind nicht wirtschaftlich, das muss man schon gleich sagen, das hat aber ewig, also ziemlich lange gedauert, paar Jahrzehnte, bis das wirklich angekommen ist, seit 2006 circa kritisiert Bundesrechnungshof und Landesrechnungshof dafür die BPP-Verträge, die BPP-Projekte und diese Kritik ist endlich angekommen, das ist auch unter anderem auch, würde ich sagen, auch unserer Arbeit zu verdanken, dass wir als Initiative das schon seit zehn Jahren kritisieren und auch die Kritik des Bundesrechnungshof und der Landesrechnungshöfe oder auch einige Universitätsprofessoren das auch in die Öffentlichkeit noch weitertragen und verbreiten, das ist dann in Verruf geraten und deswegen sieht man an diesen Kurven, die ich jetzt eingeblendet habe, wie der Verlauf ist, also 2015 sieht man auch nur noch sozusagen ein sehr niedriger Niveau etabliert an diese Projekte und insgesamt haben wir so circa 200 Projekte bundesweit und hier sieht man auch 2018 ist nur ein Projekt 3, 2 dieses Jahr sind auch ein Projekt zum Recht zustande gekommen die Wende ist dabei was man an der unteren Grafik sieht das Volumen ist zwar aufgesunken aber trotzdem ist das relativ hoch weil nämlich hier immer noch sozusagen mittlerweile ist man weg abgekehrt von den damals sehr vielen kommunalen Projekten kleine kommunale Projekte wie Bädersanierung oder Schulbau Rathaussanierung usw. Das macht die Mehrheit der Projekte auf heutzutage werden dort kaum oder gar keine KUPP-Projekte mehr gemacht sondern auf der Bundesebene und das sind vor allem die Bundesautobahnen die diesen riesigen Volumen haben deswegen geben wir noch immer noch ziemlich viele Projekte aber es kommt nur ein zwei Projekte zustande also es ist ja auch der Nachteil dass zum Beispiel ein Bundesverkehrsminister wie der letztige Andreas Scheuer ohne weiteres einfach ein PPP-Projekt unterschreiben und vergeben kann und wir fordern deswegen dass solche Projektunterzeichnungen nicht nur einem Minister unterliegen sondern zum Beispiel auch der Haushaltsausschuss des Bundestags sich damit beschäftigt und die genehmigen muss Frau Valento Keviciute darf ich Sie kurz unterbrechen wenn ich sehe dass jetzt Folie 7 von 22 also circa ein Drittel absolviert sind die Tonqualität hat im Vergleich zum Beginn nachgelassen darf ich Sie folgendes Sie haben jetzt gerade im Grunde das erste Mal angesprochen was Sie konkret tun nämlich dass Sie fordern dass eben der Verkehrsminister nicht einfach so aus der Hüfte geschossen irgendwelche PPP-Projekte für den Autobahnbau unterschreiben oder vergeben kann darf ich Sie bitten den Schwerpunkt aufgrund dessen dass wie gesagt die Tonqualität nicht so gut ist und die mit der Dauer natürlich auch das anstrengend wird für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier darf ich Sie bitten dass Sie den Fokus auf die Dinge legen die Sie machen das wäre das wäre super können wir machen also ich muss trotzdem aber zu der Folie davor gehen weil ich zeigen möchte dass es die siebte Welle der Privatisierungen gibt und die heißt Infrastrukturgesellschaften und ÖÖP das sind öffentlich-öffentliche Partnerschaften wie das gerne sozusagen genannt wird und hier ist unser Projekt was wir angegangen haben als es darum ging neues Modell zu finden weil ÖBP nicht verruf geraten sind da hat der damalige Wirtschaftsminister Gabriel von der SPD eine Kommission ins Leben gerufen die sogenannte die ausloten sollte wie man trotz des negativen Rufs private Gelder in die öffentliche Infrastruktur zu geben und von Privaten auch die lenken zu lassen wie man das trotzdem machen kann also die mögliche Strategien für die mögliche Umgehung für ÖBP und Privatisierung das ist jetzt wie er das eingetütet hat er hat damals auch sehr damit sympathisiert Versicherungen und Investitionsfonds als Investoren dazuzulassen was auch sehr große Ablehnung in der Gesellschaft erfahren hat der Wirtschaft hatte versprochen dass es wir werden den Aufschwung schaffen ohne dass es Belastungen dafür gibt der hat allen bescheinigt wir werden keine Neuauflage von ÖBP Projekten machen weil es ihm klar war dass die BPs einfach nicht mehr keine Sympathien der Gesellschaft finden als Politiker wollte er natürlich gewählt werden die Vorschläge dieser Kommission waren dann zum Schluss Zentralisierung und Bündelung der Projekte insbesondere im Autobahn- und Schulbereich und das bedeutete dass wie auch angedacht war und später auch zustande gekommen ist es wurden auch große Gesellschaften wie diese Autobahn GmbH gegründet die dann eigenständig ÖBPs machen dürfen da muss auch kein Verkehrsminister oder jemand noch irgendwas unterschreiben das war sozusagen unsere Aktivitäten die ersten Bilder davon wie wir Gabriel die Strategie von Gabriel entlösen wollten wir haben mehrere Aktionen da gemacht vor dem Wirtschaftsminister und so weiter das war oben sieht man das Bild wo wir das bei der Vorstellung des Abschlussberichts der Kommission hier eine Aktion machen der untere Bild ist wie wir die Pressekonferenz von Gabriel gesprengt haben und unsere Unterschriften eingebracht haben obwohl das das hat ihn sehr überrascht vor laufenden Kameras wir haben ein Bündnis mit Organisationen mit Gewerkschaften mit Umweltorganisationen wie hier sieht man Frau Dostra ist die Straßenswerter Gewerkschaft auf die Beine gestellt und mit denen gegen einigen Abgeordneten aus dem Bundestag von Grünen und von Linken dagegen protestiert ein Aufruf gestartet und hier sieht man auch 254.000 Unterschriften überreicht das ist mit dem Berliner Ministerpräsidenten überreichen wir ihm die Unterschriften vor dem Bundesrat Aktionen gemacht als es sich gebrochen haben bis man transparent über diese Sachen redet und auch den Kern transparent macht hier ist ein Bild von den dezentralen Aktionen wo die Leute sich auch vor Ort insbesondere auch viele aus den Straßenbaumeistereien aber auch aus Bauämtern und so weiter aus den politischen Gruppen sich dagegen gewerbt haben und wir haben ein Klärvideo gemacht und Postkarten und sogar eine Anzeige Süddeutsche wo wir gesagt haben dass die stimmt mit Nein gegen diese Grundgesetzänderung weil es eine Grundgesetzänderung bedurfte ansonsten werden wir euch am 24. September in der Bundestagswahl abwählen das hatte zur Folge dass die Sitzung am 19. Mai plötzlich verschoben wurde das heißt die Abgeordneten wollten nicht die Situation erleben wo auf die die Kameras gerichtet sind wie sie jetzt abstimmen mit Ja oder Nein und da plötzlich als die Privatisierer stehen wir haben das leider nur noch vor paar Wochen verschoben am 1. Juni haben sie dann abgestimmt dadurch dass Anzeigen sehr teuer sind haben wir nicht noch eingeschaltet dann wurde es leider auch abgestimmt und war dafür auch wenn mit einigen Änderungen wir haben Studien dazu verfasst und waren auch in den Bundestags Anhörungen als Sachverständige eingeladen vor allem aber eben dann auch von der Opposition von den Grünen und den Medien wir haben sehr viel Pressearbeit dazu gemacht und auch selbst Zeitungsbeilagen gemacht mit den Medien kooperiert und es gab viel kritische Berichterstattung dazu das ist von der Abschluss von dem Bundestag mit unserem großen Bündnis und hier muss ich sagen dass es der Bundestag sich eigentlich sehr sehr gedrückt hat davor offen zu machen wofür sie dann gestimmt haben wir haben die ganze Zeit gesagt wir haben jetzt die Privatisierung verhindert Gabriel hat selber gesagt jede Privatisierung ausgeschlossen rote Linie gezogen Privatisierungsplätze eingebaut und so weiter und so fort in der Tat hat man gesehen dass es Privatisierungen und ÖPG tatsächlich ermöglicht worden sind es gab aber trotzdem eine Änderung die vom Bundesrechnungshof vorgeschlagen worden ist es gab mehrere Vorschläge von denen eine wurde übernommen dass man die Abschnitte auf 100 Kilometer begrenzt wir haben kritisiert dass das der längst bisher abgeschlossene ÖPG Vertrag ist 72 Kilometer lang das heißt keiner reicht bis 100 allerdings hat es in der letzten also in neuesten Vergangenheit schon ein Projekt verhindert allein durch diese Beschränkung auf 100 Kilometer trotzdem gibt es aktuell neue ÖPG Projekte in dem Autobahnbereich und das ist eben dieses A3 das schon letztes Jahr zustande kam und A49 dieses Jahr genau die nächste die nächste Kampagne die im Rahmen dieser Gabrielskommission als Folge Folgearbeit von uns war war die Privatisierung im Schulbereich die sogenannte Berliner Schulbau Offensive es geht auch in ähnliche Richtung man zentralisiert in einer Gesellschaft Bau und Betrieb von mehreren Schulen ähnlich wie bei der Autobahn GmbH dass es jetzt nicht jedes Land nicht mehr zuständig ist für deren Autobahn Bau und Betrieb sondern zentralisiert eine bundesweite GmbH so ist es auch hier in Berlin beschlossen worden die große Wohnungsbaugesellschaft WoWoG die ist im Privatrecht aber im Landesbesitz sie zu beauftragen zehn neue Schulen zu bauen und Großsanierungen zu erledigen gegen dieses Projekt läuft immer noch sozusagen laufen Proteste das Ganze ist noch nicht entschieden das ist ein Bild von unserer Volksinitiative wir haben in kurzer Zeit über 30.000 Unterstiften gesammelt und das hat gereicht um eine Anhörung im Abnorden aus Berlin durchzuführen und das hat dazu geführt dass das Ganze ausgezögert wurde mehr Öffentlichkeit bekam viele Medien dazu kritisch berichtet haben und vor ein paar Wochen erschien der Bericht des Landesrechnungshof von Berlin der genau die Kritik von uns auch sozusagen ausführt es geht um die Verteuerung des Schulbaus um die Verzögerungen und darum dass es die Vergabe an Hovo G nicht rechnen war und wir hoffen also die Verträge die entscheidenden Verträge mit Hovo G sind noch nicht unterschrieben worden und wir versuchen jetzt weiterhin Druck auf die Bezirksbürgermeister zu machen dass sie diese Verträge nicht unterschreiben weil auch jetzt schon die Erfahrung zeigt wenn die Bezirke das selber weitermachen wie vorhin den Schulbau dann sind sie schneller und billiger als wenn sie das an Hovo G machen So und jetzt bin ich fertig weil meine angedachte Zeit fertig wäre Dann sage ich herzlichen Dank und möchte gleich eine Frage nach folgen lassen Sie haben mir sehr schön gezeigt dass sowohl auf kommunalpolitischer Ebene solche Privatisierungsentscheidungen oder Umstrukturierungsentscheidungen getroffen werden als auch auf der mittleren Ebene der Länder und des Bundes und natürlich auch auf europäischer Ebene da gehörig was jetzt zum Beispiel die Neuverschuldung betrifft Einfluss genommen wird die in diese Richtung eben unser System treiben Jetzt würde ich mal sagen dass wir an der EU-Politik etwas ändern ist jetzt kurzfristig mal eher unrealistisch bei der Bundespolitik in Deutschland nehmen wir auch wahr dass es da einen fast programmatischen Schulterschluss zwischen Politik und finanzwirtschaftlichen Interessen gibt ich möchte verweisen auf den Rettungsschirm den vor allem Frau Merkel sehr stark betrieben hat für die vermeintlich leichtsinnigen Griechen die ja in Wahrheit vielleicht eher ein Rettungsschirm für die verantwortungslosen Banken waren die quasi um einen Gläubiger umgefallen sind oder eben wenn die Autoindustrie jammert ist die Bundespolitik die erste die hilfreich zur Seite steht aber auf kommunaler Ebene wo auch denke ich mir das Verständnis ein größeres ist wenn man sich ansieht welche Pflichten die Kommunen in Deutschland haben wie wenig Geld sie dafür bekommen und wo auch die Kompetenz oder die ja das Durchschauen dieser Strukturen vielleicht nicht ganz immer so von Anfang an da ist da scheint schon so als ob da zum Teil eben aus einer Notsituation heraus auch gehandelt wird gleichzeitig denke ich mir dass da auch wenn sie jetzt ihre Aktivitäten betrachten hier nicht nur demonstrieren und Pressekonferenzen stürmen können sondern vielleicht auch ins Gespräch mit den Verantwortungsträgern dort kommen meine Frage ist auf kommunaler Ebene da ein Umdenken möglich sind da Umdenkanstöße von ihrer Seite zum Teil willkommen wie schaut es aus da auf der unteren politischen Ebene zu einer neuen Sicht auf diese Dinge zu kommen auch vielleicht aus den Schadenserfahrungen heraus wir kennen ja die Beispiele dass Kommunen ihre Wasserversorgung wieder zurückgekauft haben weil sich herausgestellt hat es ist völlig unwirtschaftlich und die Qualität sinkt wir kennen aus Berlin die Informationen über eine ja über sehr harsche Eingriffe bei Wohnungsspekulation das bis hin zur Forderung nach der Enteignung einer nicht ganz so seriösen Wohnungsgesellschaft läuft sprich gibt es da Bewegungsspielraum den Sie bereits orten also zunächst zu der Aussage zu Griechenland Griechenland wurde plötzlich deswegen so verschuldet unter anderem weil sie ihre ÖPP-Schulden offengelegt haben wenn Deutschland und andere Länder ihre extra Haushalte die ÖPPs sind offenlegen würden würde zu ähnlichen wahrscheinlich Abstürzen kommen das ist jetzt noch nicht der Fall aber kann auch kommen deswegen sind diese ÖPP-Verträge auch so gefährlich weil sie ein Land plötzlich in die Zahlungsunfähigkeit und viel niedrigeres Rating zu ihrer Frage mit direkten sozusagen Kontakten in der Kommunalpolitik also ich muss sagen es hängt von den häufig auch von den gewählten Politikern ab also welcher Partei die angehören und trotzdem gibt es auch viele CDU-Politiker die auch das kritisch sehen und auch zum Beispiel in Berlin haben wir die Unterstützung von einem CDU-Politiker die dieses Berliner Schumbau-Offensive sehr kritisch sieht es liegt vielleicht auch darin dass die CDU in der Opposition ist das muss man immer so ein bisschen sehen sind sie in der Position in der Regierung oder in der Opposition die Politiker die Linke hat als sozusagen als Regierungspartei sehr vieles mitgemacht die haben ja die Wohnungsbestände verkauft an die jetzige Deutsche Hohne jetzt wettern sie gegen die Deutsche Wohnen und unterstützen dann in diesen Teilen und so weiter aber haben die ja selber mitgemacht 2004 sie haben die 99 als die Berliner Wasserbetriebe privatisiert wurden auch mitgemacht 2003 sogar Verfassungsänderung mitgemacht nach der dann die Gewinner in den Privaten gesichert worden sind also deswegen würde ich jetzt so nicht sagen dass man mit lokalen Politiker unbedingt ganz gut reden könnte ich sehe eher dass manche schon mit dem Lücken zur Wand stehen und deswegen unsere Kritik sich sehr sehr gerne anhören und mit uns gerne diskutieren aber also wenige also solange sich diese finanziellen Zwänge nicht ändern mit Schulden Bänze wird sich wenig bewegt da dass sie ja bei der Diskussion am Schluss nicht mehr zur Verfügung stehen können möchte ich jetzt fragen ob es auf dem Publikum Fragen an sie gibt weil wenn nein dann freuen sich ihre Kinder darüber dass sie ihre Mama jetzt wieder haben und wir würden Richtung Pause schreiten Sie freuen sich auch auf die Pause dann sage ich herzlichen Dank für Ihren Vortrag danke auch für die Einladung herzlichen Dank und auf Wiedersehen ja wir haben etwas Verzögerung aber ich schlage vor da wir entgegen unserer Gewohnheit sie mit einem köstlichen Buffet und Getränken zu versorgen das dürfen wir leider nicht ohnehin quasi sozusagen nur draußen stehen können ich lade sie ein dass wir vielleicht rausgehen weil da ist kein Maskenpflicht draußen und so weiter und für die die doch Durst oder Lust auf einen Kaffee haben es gibt gleich das Nachbarhaus ist das Niederösterreich Museum da gibt es einen Getränkeautomaten einen Kaffeeautomaten auch einen Kaffee bitte nicht dort hinsetzen das wird sich dann nicht mehr ausgehen aber ein Getränk zu holen das ist möglich ich würde sagen beschränken wir die ursprünglich länger geplante Pause auf 20 Minuten und treffen wir uns um fünf nach halb vier wieder ist das okay Dankeschön Ja wir setzen fort mit dem nächsten Vortrag und zwar von Dr. Heinz Hügelsberger er ist muss ich mir gleich entschuldigen im Programm steht Geograf er ist Geologe Studierter hat dann als Assistent an der Uni Wien und auch an der Uni Galway in Irland gearbeitet und ist dann für mehrere NGOs im Bereich Umwelt tätig gewesen zum Beispiel bei Greenpeace Österreich oder auch als Energie- und Verkehrsreferent bei Global 2000 von 2009 bis 2017 war er Verkehrs- und umweltpolitische Experte bei der Gewerkschaft wieder und seit 2017 ist er bei der Arbeiterkammer Wien zuständig für öffentlichen Verkehr in der Abteilung Umwelt und Verkehr parallel dazu ist er an der Uni Wien noch in einem Forschungsprojekt eingebunden wo es um die Konversion der Kfz-Industrie also dem Wandel der Automobilhersteller der zwangsläufig vonstatten gehen wird eingebunden ist lieber Heinz ich freue mich auf deinen Vortrag zum Thema wie öffentlich ist der öffentliche Verkehr und auch der öffentliche Raum denn in Wirklichkeit schöner Nachmittag herzlichen Dank für die Einladung die jetzt nach halbes Jahr nach der ursprünglichen Termin wirklich stattgefunden hat könnte wer die Projektion ändern Ich habe versucht das Thema umfassend abzuarbeiten ich werde mich darüber beschäftigen wem gehören die Verkehrsunternehmen in Österreich wie wird der öffentliche Verkehr finanziert wie sozial ist die Verkehrspolitik und kurz über Nutzungskonflikte zu reden wenn wir mit der Eisenbahn anfangen die österreichischen Bundesbahn und die ÖBB ist im Besitz der Republik ist noch immer ein integriertes Bahnunternehmen ich sage es deswegen weil das ist immer wieder umstritten die Europäische Kommission wollte mit dem neoliberalen Mainstream folgend die Eisenbahnunternehmen genauso anbandeln wie den Strommarkt dass man da wirklich verschiedenste die filetiert und auch die ÖVP hatte immer wieder die Idee die Infrastruktur Teil der ÖBB in so eine Art ÖAG hinüber zu schieben oder schlichten aber nach wie vor hat die ÖBB die Infrastruktur das heißt Schienen und Bahnhöfe und betreibt sowohl den Personenverkehr als auch mit der RCA den Güterverkehr hat 40.000 Beschäftigte das waren früher auch schon einmal mehr das hat schon mal angesprochen worden dass die Eisenbahnen eigentlich sehr viele Arbeitsplätze vernichtet oder reduziert haben im Laufe der letzten Jahrzehnte und bekommt ihre Aufträge darauf werden später zurückkommen via Direktvergabe es gibt da noch die sogenannten Privatbahnen die heißen deswegen so weil sie noch im Privatbahngesetz organisiert sind die meisten sind auch im öffentlichen Besitz und sind Landesbahnen es gibt aber auch zum Beispiel in Oberösterreich die Stern- und Haferlbahn die im Familienbesitz ist und dann gibt es die sogenannten Open Access Betreiber die auf eigene Rechnung fahren eigenwirtschaftlich wie die S-Bahn AG die so zwischen Wien und Salzburg pendelt und teilweise in dem Baulöwen Haselsteiner gehört und teilweise der staatlichen französischen Bahn der SNCF und zum Beispiel Regiojet die da zwischen Prag und Wien unterwegs ist im städtischen und im Busverkehr ist es so dass wir in Österreich noch immer sehr viele Großstädte haben die ihre eigenen Verkehrsbetriebe haben das ist auch in Deutschland teilweise anders oder in anderen Ländern das sind sogenannte irgendeine Betreiber wie die Wiener Linien in Wien oder die Linz Linien oder eben die Grazer Verkehrsbetriebe bei den Busunternehmen ist rechts diese Grafik ist schon ein bisschen älter da hat sich schon etwas geändert aber damals hat ungefähr die Hälfte dem Post quasi des Marktes des Marktanteils hat der Postbus gehört der auch wiederum den ÖBB gehören dann gibt es noch rund 20% städtische Verkehrs städtische Verkehrsmittel bei Verkehrsunternehmen das sind diese hellblauen die halt den Busverkehr haben und das andere sind interessanterweise hauptsächlich große Familienunternehmen also wie Dr. Richard Plagus Gwindel Zucklin also die gehören wirklich Menschen die den gleichen Namen haben und ich vermute dass in der Familie Richard jeder einen Doktortitel haben muss damit er mit dem Busnamen übereinstimmt soll nicht der erste Richard Tragan geheißen haben und das mit DR abgekürzt haben ja stimmt aber jetzt der jetzige der Ludwig Richard hat wirklich eine Dissertation gemacht damit er dem folgen kann was interessant ist es gibt kaum in diesem normalen in diesem Linienbusmarkt irgendwie so internationale Großkonzerne wie Stagecoach oder auch nicht irgendwie osteuropäische Player was es aber schon gibt ist zum Beispiel eigenwirtschaftliche Busunternehmen die auch nicht wieder im öffentlichen Verkehr integriert sind wie zum Beispiel Flixbus das ist aber kein Busunternehmen sondern eine Buchungsplattform ist eine eine Monopol aufgestellte wenn man es jetzt anschaut wie ist der öffentliche Verkehr finanziert so muss man sagen guter öffentliche Verkehr ist nie kostendeckend muss auch nicht sein also in Österreich ist es ungefähr so dass vom Betrieb ungefähr ein Drittel durch die Fahrkarteneinnahmen reinkommt und zwei Drittel durch die öffentliche Hand das heißt wir zahlen ein Drittel in unserer Eigenschaft als Fahrgäste und zwei Drittel zahlen wir in unserer Eigenschaft als Steuerzahler und Zahlerinnen und da eben öffentliche Gelder hineinfließen ist natürlich sofort muss das EU weit geregelt werden damit es dazu keinen Subventionen kommt oder 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 irgendwie unfairen bevorzugern von wem und das wird in der sogenannten PSO Verordnung geregelt PSO steht für Public Service Obligation und da wird eben EU rechtlich festgelegt wie das Ganze organisiert vergeben und finanziert wird und im Eisenbahnverkehr gibt es die Wahl zwischen Direktvergabe und Ausschreibung Direktvergabe heißt man sagt zu einem Unternehmen fährst du uns bitte diesen Fahrplan mit den und den Spezifikationen sag uns was das kostet damit es für dich kostendeckend ist und wir machen dann Vertrag und du bekommst das und so passiert das in Österreich mit ÖBB mit Stern und Haferl mit Graz-Köflacher Bahn und so weiter die Alternative wäre eine Ausschreibung ich schreibe ein gewisses eine gewisse Leistung aus und das möge der beste dann bekommen der beste ist dann aber immer der billigste das haben wir bemerkt und so passiert es bei den Linienbussen also der Busverkehr wird ausgeschrieben von den Verkehrsverbünden also im Namen der Bundesländer und da kommt es hauptsächlich zu Ausschreibungen was ich auch noch sagen wollte ist ja der Bahnverkehr da gibt es eine eigenartige Finanzierungsaufteilung der Bund also der Republik Österreich oder das Klimaministerium bezahlt das Grundangebot das war einfach der Fahrplan die Fahrplanleistung des Jahres 2000 das ist eigentlich im Gesetz so festgeschrieben relativ willkürlich und alles was darüber hinausgeht wenn es einen dichteren Schnellbahnverkehr geben soll oder so weiter das müssen dann die Länder mit ihren Verkehrsverbünden zahlen und im Stadtverkehr das zahlen dann die Städte selber also Linz, Graz und so weiter wie gesagt da geht es um einen Betrieb und was ich da unten noch geschrieben habe das bezieht sich dann schon auf die nächste Seite preisgünstige Öffis nützen natürlich nur jenen die einen Zugang zu öffentlichem Verkehr haben und laut ÖROG ist ungefähr ein Drittel der österreichischen Bevölkerung von einem von einem wirklich guten Angebot ausgeschlossen also wir haben da so Qualitätskriterien für wieder öffentlichen Verkehr quasi funktioniert von A hoch höchstrangige ÖV Erschließung und G ist dann die Basiserschließung ländlich Beispiel für G ist man wohnt mehr als ein Kilometer von der nächsten Haltestelle entfernt und es gibt höchstens vier Busse am Tag und da sieht man eben dass ungefähr ein Drittel der österreichischen Bevölkerung von einer guten Basiserschließung oder was darüber hinausgeht vom öffentlichen Verkehr ausgeschlossen ist im Umkehrschluss allerdings zwei Drittel haben eine ÖV Anbindung und das das schlägt sich nicht in den im Model Split also wie die Menschen in Österreich unterwegs sind nieder darauf komme ich dann eher später genau das war jetzt die Finanzierung des Betriebes und kurz die Finanzierung des der Infrastruktur da ist es so für das für das ÖPP Schienennetz muss die ÖPP Infra also die Infrastrukturunternehmen Kredite aufnehmen und der Bund haftet für diese Kredite und stottert sie mit 30-jährigen Annuitäten langsam ab und das führt dazu dass die ÖPP derzeit 25 Milliarden Euro Schulden hat bei Privatbahnen und der Wiener U-Bahn wird die Infrastruktur also der Bau neuer neuer Strecken vom Bund und dem jeweiligen Land je zur Hälfte finanziert Straßenbahnen O-Busse und so weiter da zahlen die Städte müssen das selber zahlen Autobahnen Schnellstraßen da gibt es eben die schon erwähnte Asfinac auch die muss Kredite aufnehmen und nimmt Kredite auf für die der Bund haftet und auch die Asfinac ist mit rund 10 Milliarden Euro verschuldet und da hat es einmal ein PPP Projekt gegeben du hast das erwähnt das ist Y im Weinviertel das war allerdings kein Erfolg keine Erfolgsgeschichte und die Asfinac hat sie von diesen PPP Modellen wieder schnell zurückgezogen klar Niederösterreich hat da länger gebraucht zum Beispiel die ziemlich überdimensionierte Umfahrung von Maisau ist so ein PPP Projekt wo man gesehen hat Geld spielt keine Rolle genau das sonstige Straßennetz das nicht das hochrangige Straßennetz ist es Autobahnen und Schnellstraßen von der Asfinac wird von den Ländern und Gemeinden bezahlt die Länder haben auch vom Bund die ehemaligen Bundesstraßen übernommen bekommen dafür allerdings auch einen Zuschuss des Bundes Gehe und Radwege ist Gemeindesache der Flughafen Wien der war mal zu 100% in öffentlicher Hand jetzt gehören jeweils 20% dem Land Niederösterreich dem Land Wien und die Mehrheit gehört einem australischen Pensionsfonds und die bezahlt sich natürlich ihre Infrastruktur selber oder muss sie bezahlen weil es eine AG ist also ich bin da sehr gespannt wann und ob da eine dritte Piste in der jetzigen Situation je gebaut wird und was die große Zukunftsfrage ist das ist die wem gehört die virtuelle Infrastruktur diese ganze Ticketing Plattformen diese Apps die es da gibt Online Demand oder auch diese Sharing Plattformen da haben wir nämlich das Problem dass es zum Beispiel wenn es so Dinge gibt wie Car2Go dass die dort angeboten sind wo man es am wenigsten benötigt nämlich im innerstädtischen Raum während dort wo es notwendig wäre im ländlichen Raum ist es kein Geschäftsmodell weil es da einfach zu wenig zu wenig Umsatz und zu wenig Gewinn gibt dort findet es nicht statt also das ist genau das perverse dass es dort angeboten wird wo man es nicht braucht vice versa und da müssen auch wieder das müsste man eigentlich zurück in die öffentliche Hand bringen kurz mehr Grafik mit diesen Vergabemöglichkeiten also wie gesagt man kann direkt vergeben an die Bahn an den internen Betreiber also die Stadt Wien kann den Wiener Linien sagen bitte fahrt den U-Bahnbetrieb also wir müssen nicht einmal bitte sagen das gehört Ihnen fahrt den U-Bahnbetrieb fahrt die Straßenbahnen wir decken das Defizit ab man kann es an Kleinunternehmen vergeben kleine Busunternehmen könnte man so am Leben erhalten und sagen ihr macht das macht es den Schülerverkehr oder was auch immer und bei Notfällen auch und sonst gibt es eben diese Ausschreibungen und wozu die genau gibt es diese Ausschreibungen auf die werde ich noch kurz zurückkommen die Finanzierungsströme des öffentlichen Verkehrs rechts wurde versucht das darzustellen es ist historisch gewachsen es ist erklärbar aber es ist nicht logisch und es ist urkompliziert die Deutschen sagen dazu glaube ich Spaghetti Finanzierung weil es aber so viele verschiedene Finanzierungsströme gibt hier auf der linken Grafik ist es klarer dargestellt da sieht man die öffentliche Hand zahlt für den Betrieb also ich rede nicht von Schienen und Straßenbau sondern nur für den Betrieb öffentliche Verkehrsmittel rund zweieinhalb Milliarden Euro Tendenz steigend die Zahlen sind aus dem Jahr 2014 weil es eben relativ kompliziert ist die zu erheben macht man das nicht alljährlich und der Großteil nämlich weit über eine Milliarde kommt vom Bund das sind einerseits eben diese diese Verträge für den Schienenverkehr andererseits aber auch die ganze Schüler Schülerinnen und Lehrlingsfreifahrt die über den Familienlastenausgleichsfonds vom Bund finanziert wird die Länder sind dann schon ein bisschen zurückhaltender das ist dieser hellgrüne Bereich das sind eigentlich faktisch die Busverkehre wenn sie nicht über die Schülerfreifahrt finanziert werden und dann zusätzliche Bahnverkehre und dann springt wieder unter den ich meine das sind acht Bundesländer hellgrün und hellblau ist dann Wien das neunte Bundesland das dann wiederum sehr viel Geld in den öffentlichen Verkehr investiert und rechts sind dann eben sozusagen die Kernstädte also andere Großstädte in Österreich und 25 das kleinste da dieser Balken sind dann halt andere Gemeinden also einerseits hat Wien sicherlich einen sehr guten öffentlichen Verkehr aber es kommt nicht von nichts der der Butter des Bundesland Wien auch sehr viel hinein zur Finanzierung das ist so wie die europäischen Bahnen was die für ein Verhältnis haben grau unterlegt Fahrkartenerlöse und hell quasi die Zahlungen von der öffentlichen Hand und man sieht da Österreich 56% ist also über dem Durchschnitt und das oszilliert halt von Ländern die wo es ein geringer Teil geringer Kostendeckungsgrad ist wie Bulgarien und ein relativ hoher wie die baltischen Staaten und was interessant ist Großbritannien da nehmen die Fahrgeldeinnahmen nicht 100% des gesamten Erlöse ein sondern 109% also da zahlen die Kunden sogar mehr was man an den Fahrkartenpreisen in Großbritannien auch gut sieht also nur so ungefähr wie Österreich in der Richtung aufgestellt ist das habe ich schon erwähnt die Bus die Busverkehre werden in Österreich ausgeschrieben wir haben in der AK vor zwei Wochen eine Veranstaltung dazu gehabt wo ein Referent gemeint hat Österreich in der Frage Musterschüler also da wird sehr die Liberalisierung sehr an die Spitze getrieben und wird mehr ausgeschrieben als notwendig ist und das Problem dabei ist man sieht das auf der linken Grafik das sind die quasi die Kostenfaktoren des Busverkehrs und man sieht diese grüne Torte dort ein Stück das ungefähr die Hälfte ausmacht das sind der Personalaufwand der Rest ist dann halt Materialaufwand und so weiter und da merkt man auch die Personalkosten sind bei Bussen immer ein großer Faktor und die sind der einzige Faktor der quasi beeinflussbar ist weil die Kosten der Fahrzeuge die Steuern der Treibstoff der kostet für alle Busunternehmen gleich wenn man allerdings bei Ausschreibungen gewinnen will und also der Billigsbieter sein will dann ist die einzige Stellschraube an der man drehen kann ist an den Personalkosten und darum haben wir im Busverkehr seit durch die Ausschreibungen eine Spirale nach unten von Sozialdumping also es gibt kaum noch ein Busunternehmen das mehr zahlt oder bereit ist mehr zu zahlen und mit mehr kalkulieren kann als den nackten Kollektivvertragslöhnen also jede Errungenschaft die in einem Bus und jede soziale Errungenschaft die in einem Busunternehmen passiert ist wird zu einem Wettbewerbsnachteil ist also ein bisschen eine perverse Logik und man sieht auch dass durch die Ausschreibungen durch das Verlieren von Synergien dieser Vergleich auf der rechten Seite Vor- und Nach-Ausschreibungen die Buskilometer pro Bus sind zurückgegangen die Lehrkilometer sind gestiegen ganz rechts die Kilometer pro Lenker Lenkerin sind zurückgegangen also das heißt dieses spielen wir doch freien Markt machen wir Wettbewerb hat auch zu Ineffizienzen geführt und die Gefahren für die Zukunft sind dass die neue PSO-Verordnung also diese Verordnung die die öffentliche Vergabe von Verkehrsleistungen regelt bis jetzt hat es beim Bahnverkehr also eine Wahlmöglichkeit gegeben und die ist jetzt eingeschränkt man muss jetzt nachweisen dass die die Direktvergabe die beste zur Verbesserung der Dienste führt also man muss bei einer Ausschreibung nicht nachweisen dass das eine gute Idee ist das wird quasi automatisch angenommen bei Direktvergaben muss man das nachweisen und wenn das nicht wenn dieser Beweis nicht gelingt dann kann man in Zukunft nicht mehr direkt ausschreiben und dann stehen natürlich zigtausende Arbeitsplätze bei bestehenden Bahnunternehmern wenn sie dann diesen Zuschlag nicht bekommen in Gefahr im aktuellen Regierungsprogramm steht auch schon abgestimmte Planung von Bahn- und Busverkehrsausschreibungen und wenn man dann hört Bahnverkehrsausschreibungen werden wir schon nervös weil das eben ein bewährtes Modell das zum Beispiel auch in der Schweiz passiert die Direktvergabe damit untergraben wird Direktvergaben nur unter Voraussetzung von Marktkonformität ja aber auf der positiven Seite die neue Regierung möchte das Bestbieter-Prinzip einführen also vom Billigbieter-Prinzip zu einem Bestbieter-Prinzip mit Qualitäts- und Sozialkriterien gehen und ein weiteres Problem was wir hatten das ist was sich zeigt das hat sich das ist eben das Problem dass Verkehrsbeschäftigte eben sehr mobil sind und das wird natürlich gern ausgenutzt zum Beispiel Henry am Zug hat in Ungarn Catering-Personal angestellt und auch mit ungarischen Gehältern und die sind dann auf den Railchats von Budapest bis Zürich oder München gefahren und eigentlich sagt die Entsenderichtlinie man muss in dem Land in dem man arbeitet den Gehalt des Landes bekommen und das hat dann aber das hat dann aber Henry am Zug eingeklagt und dann gibt es jetzt ein EuGH-Urteil die sagt die Entsendung findet in das Fahrzeug statt so wie wenn also ein Fahrzeug exterritorial wäre das heißt in Zukunft ist es möglich dass man mit Zügen oder Bussen in Österreich fährt aber die Gehälter und die Arbeitsbedingungen des Herkunftslandes nur zahlen muss und das ist natürlich das wird noch sehr spannend werden Gefahren für die öffentlichen Verkehrsmittelsee sieht man noch aha warum bin ich um eins schneller ich sehe hier was anderes als hier das finde ich spannend orientiere dich bitte an dem ja na gut gehen wir mal an das hängt jetzt du hängst uns frage dich dazwischen was ja fragen wir Großbritannien gilt als das Schreckensland der Bahnprivatisierung und dann zeigst du uns eine Grafik die natürlich erklärungsbedarf nach sich zieht 109% Kostendeckung durch Fahrkartenverkauf das heißt das fahren dort nur mehr so wenige Leute die so viel Geld zahlen oder wie funktioniert das na mit dem Rest muss quasi muss die Lizenz an die öffentliche Hand finanziert werden also das 100% geht dann ans Bahnunternehmen und die 9% also das heißt die haben keine Infrastrukturkosten im Grunde sie zahlen an die öffentliche Hand für die Infrastruktur Nutzung und die wird so gering bemessen dass im Grunde ihr Gewinn überbleibt genau ok aber was aber spannend ist ich da jetzt nicht darauf warten möchte ist gerade in Großbritannien gibt es nämlich schon seit Jahren gute Untersuchungen wer welche Einkommensklasse wie unterwegs ist und die haben das und da sieht man ganz eindeutig Ärmere gehen eher zu Fuß Wohlhabende fahren eher mit dem Rad Ärmere fahren häufiger mit dem Bus und die Reicheren fahren mit der Bahn was man wenn man sich die Bahn Preise dort anschaut natürlich was klar ist und nach wie vor auch in UK ist natürlich das Auto das Verkehrsmittel Nummer 1 ach ja da haben wir es jetzt super hat das Kabel gespornen anscheinend ja also hier oben sieht man das sind die die Einkommenszwanzigstel das heißt links das ärmste Einkommens die ärmsten 5% der britischen Gesellschaft rechts das reichste die reichsten 5% und das sind die Busfahrten die gingen wirklich wie mit einer Geraden hinunter und da oben unten sieht man dann die die Railtrips das heißt die Fahrten mit der Eisenbahn die nehmen mit dem Einkommen zu und wie gesagt Auto ist das ist die Verkehrsmittel Nummer 1 und mit dem Einkommen steigt auch hier Verfügbarkeit Anzahl der Fahrten zurückgelegte Kilometer und das Ganze gibt es natürlich auch für den Flugverkehr und da kann man sagen für die erste die ärmere Hälfte der britischen Bevölkerung fliegt in etwa ein halbes Mal pro Jahr und dann geht es erst so richtig rauf und die reichsten 5% haben dreieinhalb Flüge pro Jahr und was spannend ist ist seit Jahren verneint eine Mehrheit die Frage sind sie vergangenes Jahr geflogen das ist eben so quasi dieses blaue Feld das hat sich in den letzten Jahren nicht geändert das zeigt dass diese ganze Billigflieger dass der Boom an Billigfliegern das Fliegen nicht demokratisch gemacht hat die die wenig fliegen fliegen immer noch wenig und die Vielflieger fliegen halt noch ein bisschen mehr und freuen sich dass das billig ist auf Kosten wessen wissen wir seitdem die wissen wie bei lauter Motion Kollektivverträge verhandelt worden sind also das geht eben dann sehr auf Kosten der Arbeitsbedingungen in der Flugbranche die einmal gut waren in meiner Jugend und die jetzt aber wirklich unterhalb von von also die jetzt unter jeder Kritik sind und zum Beispiel in der Schweiz gibt es jetzt ein ein Umschulungsprogramm wo arbeitslose Piloten Pilotinnen Lokführer Lokführerinnen bei den SBB werden weil die SBB suchen Leute die Swiss hat welche über und die Gehaltsunterschiede sind nicht allzu gravierend ja in Österreich gibt es diese Daten von Großbritannien nicht was es aber gibt sind diese Haushaltszahlen das heißt vom ärmsten Zehntel bis zum reichsten Zehntel wie die österreichischen Haushalte das Geld ausgeben und wofür und da sieht man insgesamt gibt es reichte Zehntel zweieinhalb mal mehr aus als das ärmste ist natürlich alles mit Äquivalenzzahlen und Gewichte nach der Größe des Haushalts und so weiter für Öffis steigt allerdings steigen diese Ausgaben nur doppelt und fürs Autofahren das ist die blaue Linie viermal und für Urlaub sprich fliegen fünfeinhalb mal man sieht also auch hier wie man unterwegs ist ist eine Frage des Einkommens und generell zahlen in Österreich die österreichischen Haushalte fürs Autofahren 17 mal mehr als fürs Öffi fahren also es ist unglaublich und das ist auch für uns von der Arbeiterkammer so ein Argument wenn wir jemanden aus dem Auto raus und ins Öffi reinbringen dann hat der persönlich er oder sie persönlich eigentlich einen totalen Kaufkraft gewinnen weil einfach Öffi fahren um so viel billiger ist als als mit dem Auto fahren und hier sieht man auch eine VZÖ-Umfrage über das Flugverhalten in Österreich auch hier grün die Nichtflieger machen ein Drittel der Bevölkerung aus mehr als die Hälfte fliegt höchstens einmal im Jahr also einmal oder seltener und die Vielflieger die machen halt diese restlichen 20% aus also dieser Mythos wir fliegen ja alle und darum muss es billig sein ist eben ein Mythos ist heute auch schon erwähnt worden von der Kollegin vor der Pause Frauen sind anders unterwegs als Männer sie fahren weniger mit dem Auto holen aber im Laufe der letzten Jahre nach haben eine geringere PKW-Verfügbarkeit und haben mehr Hohl- und Bringdienste oder Wege und auch mehr Einkäufe das heißt die Männer die fahren Stuhl in der Früh in die Arbeit am Abend heim am liebsten mit dem Auto während die Frauen eben längere Wegeketten haben also man sieht das hier an dem Anteil der Wegezweck also die Männer sind im dunklerrot viel mehr Richtung Arbeit und zurück unterwegs als die Frauen und hier sieht man auch mit welchen Verkehrsmitteln sie sind also die Frauen sind blau rechts mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und auch mehr zu Fuß und wenn sie im Auto sitzen dann auch häufiger als Mitfahrerinnen als bei den Männern aber das kennen wir glaube ich ja eher aus unserer täglichen Ding aus unserer täglichen Praxis jetzt habe ich mir mal angeschaut eben mit diesem wie sind wie ist wer unterwegs links die eher ärmeren und rechts die eher wohlhabenden die eher ärmeren gehen attraktive Fußwege ist Kapitze-Thema stagniert Radwege werden hingegen schon ausgebaut ist aber eher was für die wohlhabenden öffentlicher Nahverkehr in den Städten das ist für alle Gruppen gleich relevant wird in wachsenden Städten auch immer ausgebaut öffentlicher Nahverkehr am Land mit Bussen was eher ärmere bevorzugen würde hängt vom Bundesland ab teilweise massiv reduziert teilweise ausgebaut wie in Vorarlberg Autofahren massiver Ausbau an Autobahnen im Bahnverkehr Regionalbahnen die eher den ärmeren zugute kommen da wurden hunderte Kilometer Schienenstrecken in den letzten Jahrzehnten stillgelegt du hast das eh mit dem schönen Foto erwähnt hauptsächlich hier werden Hauptstrecken ausgebaut damit man in zwei Stunden 22 zwischen Wien und Salzburg auf und ab fahren kann und fliegen auch eher was für wohlhabende wie ich versucht habe zu erklären auch hier werden die Flughafen Kapazitäten bislang laufend erweitert und das Bild hat mir insofern gut gefallen das habe ich gemacht eine der letzten Regionalbahnen die stillgelegt wurden das war mit letzten Fahrplanwechsel also vor einem dreiviertel Jahr das sogenannte Schweinbaterkreuz im Weinviertel bei Oberstdorf rechts sieht man eine der letzten Züge die da gefahren sind und wenn man sie dann um ein Viertel wenn man dann so um 90 Grad sich dreht man kann es nicht lesen aber ich hoffe Sie glauben es das ist neben der Schnellbahnstation Oberstdorf wo diese Bahn wegfährt wird die Parkendreitern Lage erweitert also das heißt die Regionalbahn wird eingestellt und die Parkplätze bei der Schnellbahn gebe ich zu knapp vor Wolkersdorf werden erweitert aber das ist eben Verkehrspolitik in Österreich genau und da haben wir die berühmten 2 Milliarden Euro an unökologischen Steuergeschenken die das WIFO im Verkehrssektor identifiziert hat und hier noch wir haben sowohl eine ökologische als auch eine soziale Schieflage die soziale Schieflage wollte ich zuerst erwähnen habe ich zuerst versucht nachzuweisen und hier sieht man die wie die Menschen in Österreich unterwegs sind und der Rote diese zwei Drittel Rot das ist der BKW und das war 2000 das war im Jahr 1990 also dem Jahr ab dem Österreich Klimaschutz betreiben sollte und rechts 2016 man sieht trotzdem viel geändert und wir sind sehr stolz auf unsere öffentlichen Verkehrsmittel die machen ungefähr diesen Bereich aus und die Menschen in Österreich sind ja EU-Meister im Bahnfahren also es gibt kein Land in der EU wo mehr Bahn gefahren wird nur die Schweizer fahren mehr und trotzdem ist die Bahn mit 10,8% ein Nischenprodukt also da muss man immer sagen Öffis super bauen wir es aus aber es ist nach wie vor ein Nischenprodukt und rechts sieht man ziemlich anschaulich quasi um wie viel die Öffis in dem Fall die Bahn die ÖBB sauberer sind als andere Verkehrsmittel also verglichen zum Bus Faktor 3 verglichen zum Pkw Faktor 15 verglichen zum Flügen Faktor 30 also das macht schon was aus mit was man unterwegs ist und jetzt noch gut Öffis nach Corona generell hat das Verkehrsaufkommen ja abgenommen Arbeitslosigkeit Kurzarbeit Homeoffice die Schulen werden nach Belieben auf und zu gesperrt mehr oder weniger da sind natürlich weniger Menschen unterwegs und obwohl es kein Ansteckungscluster in Öffis gibt es massive Fahrgastrückgänge also im Sommer waren die ÖBB haben die am Anfang des Sommers ungefähr die Hälfte der Fahrgäste gefehlt jetzt sind wir bei 60 70% des Fahrgastaufkommens die Wiener Linien haben auch ungefähr ein Viertel ihrer Kunden verloren also die Straßenbahnen und U-Bahnen sind leerer als zuvor wenn man sich aber anschaut die Grafik hier von den Zählstellen der Aspinag an Autobahnen in stadtnahen Gegenden also Rot Knoten Graz-West Linz Hellblau Linz Bindermiche die anderen drei Punkte sind rund um Wien Kaisermühl Nordbrücke und so da sieht man dass hier das Verkehrsaufkommen der PKWs das sind nur die gezählten PKWs fast wieder am alten wieder an der Ursprungsseite sind das heißt es hat einen Modalshift weg von den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Auto gegeben und die Verhaltensforscherin Elisabeth Oberzaucher hat das auch ziemlich klar benannt die Infektionsgefahr dient vielen als Ausrede um sich es bequem zu machen und das Auto zu nehmen das heißt es ist jetzt wieder gesellschaftlich akzeptiert ja ich fahre jetzt fahre ich wieder mit dem Auto weil mit den Öffeln zu fahren wäre ja so gefährlich und jetzt nur das Abschluss über Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum es ist aber gerade drüben aber ich habe versucht das Thema möglichst breit zu zu gestalten diese Initiative geht doch Wien ist heute schon in der in der Eröffnung erwähnt worden und da wurde zum Beispiel hat sich in der Corona-Krise und beim Lockdown gezeigt wie will man auf einen schmalen Gehsteig dieses Physical Distancing machen wie will man quasi aus dem Weg gehen und wir haben dann einen Aufruf gestartet an die Menschen in Wien uns Fotos zu schicken von schmalen Gehsteigen und da sind innerhalb von fünf Wochen über 200 Bilder zusammengekommen Reinhard hat auch welche geschickt und wir haben es dann wohl ausgewertet und man sieht ungefähr die Hälfte der Wege die schmal sind der Gehsteige die schmal sind sind deswegen schmal weil da dazwischen daneben noch so wie rechts hier auf dem Bild von einem Artikel aus der Presse weil da ein Parkstreifen ist dann hellblau das ist auch noch immerhin ein ergeglicher Anteil da haben schräg Parkende irgendwie nicht wusste wo der Parkplatz auffällt und der Gehsteig anfängt also da fährt man am besten gleich bis zur Hausmauer also da sind die Gehsteige sehr schmal gewesen und dann gibt es noch rot ungefähr fast ein Viertel also um 20% haben wir genannt verstellte Gehwege genau da steht ein Verteilerkasten da steht eine Stromtankstelle da steht genau im Weg ein Lichtmast und so weiter sodass da kein Durchkommen möglich sind und nur die wenigsten Fälle es ist wirklich auf schmale Straßen zurückzuführen also da gibt es wirklich einen Verteilungskampf und ein Beispiel wo ich wohne in der Töbinger Hauptstraße ist rechts sieht man die Situation jahrzehntelang ein schmaler Gehsteig daneben ein schmaler Parkstreifen die Autos sind immer breiter und fetter geworden und circa durchschnittlich jeden dritten Tag ist die Straßenbahn blockiert worden durch Falschparkende also ungefähr 100 Mal im Jahr ist der 37er gestanden und das hat sich das war jahre jahrzehntelang der Fall und knapp vor den Wahlen oh Wunder jetzt schaut die Situation so aus man hat auf einmal einen breiten Gehsteig es gibt keine Parkplätze ist auch nicht notwendig das ist Parkpick und die Straßenbahn und die Fußgänger und Fußgängerinnen können ungefähr nicht fahren und dass das nicht nur sozusagen ein Blitzlicht ist weil ich dort zufällig wohne das zeigt hier diese Aufteilung der Flächenverteilung in Wien also links sieht man grün der Balken Einwohner der höhere Balken und rot die Anzahl der PKWs in Wien und daneben die Verkehrsflächen für Rad für Rad Wege und Fußgängerzonen auch grün und rot der längere Balken sind die die Fahrbahnen und dann haben wir gedacht das ist eigentlich ziemlich verkehrtes Verhältnis wenig PKWs haben sehr viel Fahrbahnen zur Verfügung dann habe ich aber vergessen die gesamten Verkehrsflächen noch nämlich die Parkplätze dazu zu rechnen und dann wird das Verhältnis noch ein bisschen schräger also so ist es dann richtig und ja und da sieht man auch wiederum wie Verkehrspolitik gewichtig ist wie mit öffentlichem Raum umgegangen wird und wie gesagt das sind einfach Daten aus der statistischen Daten vom Land Wien wo man das sehr gut nachzeichnen kann ich danke für die Aufmerksamkeit Vielen Dank Heinz darf ich dich auf den zweiten Stuhl mit dem roten Mikrofon bitten und dir noch abrundend zu deinem interessanten Vortrag ein Zitat von dem deutschen Stadtforscher Dieter Hoffmann Axthelm nachreichen das du vielleicht eh kennst er hat gesagt die Breite des Trottoirs ist ein Zeichen der Wertschätzung des Rathauses gegenüber seinen Bürgern und darum heißt das Trottoir in Österreich Gehsteig und in Deutschland oder in Berlin Bürgersteig das sieht man auch an der Breite jeweils die Unterschiede dann was die Wertschätzung betrifft Vielen Dank ich hätte zwei Fragen an dich und zwar das eine ist du hast zum einen schon von den Schattenseiten der Ausschreibungsmanie gesprochen welche strukturellen oder auch Budget Zuteilungs und sonstige Hindernisse oder Probleme siehst du in Österreich wo wir den öffentlichen Verkehr quasi es gibt eine Bundeskompetenz eine Länderkompetenz dann gibt es die kommunalpolitische und so weiter also was müsste man bereinigen oder was müsste anders sein damit es dem öffentlichen Verkehr von dieser Seite her schon mal besser geht wir haben wie gesagt zum einen die auch wiederum zum Thema des heutigen Tages wo liegt die Verantwortung der öffentlichen Hand oder des Staates was eben dieses Abschieben von der Bundeskompetenz auf die Länder betrifft und die Länder in ihren zum Teil dann auch wieder limitierten Möglichkeiten legen dann nebenbahnen still und so weiter wo sind da deiner Meinung nach die großen Potenziale für Veränderungen das eine ist das hat ja auch schön erwähnt mit dem Herrn Böchacker dass jetzt jahrelang die Ausbaupläne auf der Schiene sehr Bauindustrie lastig waren sehr tunnellastig waren auf Zuruf der Landespolitik gebaut wurden also der Kohl im Tunnel geht auf den damaligen Landeshauptmann Haider zurück und man merkt es jetzt es ist ein neuer Rahmenplan für die nächsten sechs Jahre vorige Woche vorgestellt worden und jetzt passieren endlich Dinge die man schon längst gefordert hat dass Regionalbahnen elektrifiziert werden dass Geld auch in die Regionalbahnen investiert werden weil man hat teilweise einen ähnlichen Fehler gemacht nicht so extrem wie in Deutschland aber ICE-Linien man wollte unbedingt die Manager in den Zug bekommen und hat aber vergessen wo wirklich die Menschenmassen unterwegs sind und die sind eben nicht zwischen Wien und Salzburg sondern die sind zwischen Wien und Baden Wien und Mödling oder zwischen Linz und Traun unterwegs und da ist auch ein großes Problem was ich sehe ist dass die Verkehrspolitik oft an den Gemeindegrenzen oder an den Bundesländergrenzen aufhört und zum Beispiel Wien hat innerhalb der Stadtgrenze einen relativ guten Verkehrsmix aber bei den Pendler Pendlerinnen kommen drei Viertel mit einem Auto nach Wien herein und das ist nicht notwendig dann müsste man heute also diese Grenz oder Gemeindegrenzen überschreitenden Verkehre viel stärker ausbauen das ist das eine das zweite ist es müsste so etwas wie in der Schweiz geben ein Akkrumerationsfonds wo man eben solche Dinge ausgleicht und es müsste halt auch ähnliche Standards geben weil ich sehe nicht ein warum jemand der das Glück hat in Vorarlberg zu wohnen einen super öffentlichen Verkehr hat auch ins letzte Tal und wenn ich in Niederösterreich oder in Kärnten wohne habe ich das nicht und wir wohnen alle in Österreich und ich tendiere jetzt schon dazu zu sagen sieben Verkehrsverbünde in Österreich sind sechs zu viel weil wir sind ein Kleinstaat wir könnten es wirklich wirklich mehr insofern vereinheitlichen und dass man so etwas wie eine Mobilitätsgarantie hat nach dem Motto egal wo ich in Österreich wohne ich kann meine Alltagswege ohne den Besitz seines eigenen Autos durchführen und das heißt natürlich nicht dass ich jetzt überall hin eine Schiene lege oder dass überall ein 50-Sitzer-Bus fährt da muss man auch diesen Mikro-EV ausbauen aber der darf nicht so sein wie jetzt die letzte Zuflucht damit halt das alte Mutterl zum Arzt kann sondern eine Vereinslösung vielleicht noch wo Freiwillige dann halt mit einem Kleinbus fahren sondern das muss wirklich professionalisiert sein das muss in die Verkehrsverbünde oder in den Verkehrsverbund integriert sein dass das wirklich normal ist ich will von da jetzt in die in die Arbeit ich will ins Spital ich will ins Theater und so weiter dass das mehr geht ich meine was man was man schon sieht es gibt schon Verbesserungen also auch jetzt mit dem nächsten Fahrplanwechsel es vor anderen Züge auch zwischen den Ballungsräumen raus und rein bis Mitternacht also das heißt man kann noch in einer Großstadt in ein Theater oder ins Kino gehen und kommt noch heim das war vor ein paar Jahren ein Wunschtraum also es passiert in die Richtung da passiert einiges aber es müsste die Finanzierung für Chlora sein wir bräuchten auch eine Finanzierung die nicht von Verhandlungen abhängig ist sondern vielleicht eine zweckgebundene Abgabe wäre wie es einmal bei der Möst bei der Mineraliensteuer angedacht war da hat es diese berühmte Nahverkehrsmilliarde gegeben das waren damals aber glaube ich noch Schilling und das gibt es längst nicht mehr mehr nicht nur Schilling sondern auch die Zweckbindung gibt es nicht mehr da könnte man viel tun ja du sprichst es an im Grunde öffentlicher Verkehr im Regionalen hängt ab von der Bestellung sprich extra Bezahlung durch die Länder das ist bei keiner Autobahn je das Thema gewesen Autobahnen werden bei uns zum Teil ohne Bedarf gebaut und wie die Frequenz dann dort ausschaut hat keinen Einfluss auf die Mittel die für die Erhaltung und Sanierung und so weiter dort bereitgestellt werden ja klar also wenn ich ein Bundesland bin bevor ich mit meinem eigenen Budget also eine Landesstraße bau versuche ich die Aspenakt dazu zu bringen eine Autobahn zu bauen weil die kostet dann das Land das kostet das Landesbudget nichts die öffentliche Hand wir zahlen es trotzdem mit aber es kostet wenn ich den Bahnverkehr attraktiviere Detto oder auch in Wien wenn ich eine Straßenbahnlinie verlängere dann zahlt das Wien zu 100% wenn ich eine U-Bahn verlängere dann zahlt der Bund wenigstens 50% mit und das sind so Dinge gewachsen sind aber die einfach mit dem müssen wir langsam aufräumen und das in geordnete Bahnen bringen also aus dem Losspruch der Römer Teile und Herrsche haben wir Österreicher in Teile und Scheitere im Grunde produziert Beispiel Schweiz du hast das angesprochen es gibt dort einen nationalen integralen integrierten Taktfahrplan so was ist im Grunde bei uns gar nicht möglich mit dieser Struktur die Bahn die Bahn hat schon dass man die regionalen Verkehrsbetreiber mit einbindet ja und dann ist auch das Problem wenn zum Beispiel die Bahn verspätet kommt dann sagt der Busbetreiber ich habe einen Vertrag mit meinen Kunden mit den Fahrgästen ich habe einen Vertrag mit dem Verkehrsverbund ich kriege Benale wenn ich später wegfahre weil damit damit halte ich den Fahrplan für den ich zu dem ich vertrage ich verpflichte bin ich nicht ein ich fahre stur weg und wenn die Fahrgäste dem Bus nachwinken können ist mir das auch egal und weil das einfach nicht da drinnen ist das könnte man alles tun aber es passiert teilweise nicht Das heißt da ist der Bell nicht nur eine starke oder eine klare öffentliche Hand sondern auch eine vereinheitlichte öffentliche Hand und das Zersprageln dem österreichischen Gießkannen oder Föderalismusprinzip folgend ist hochkontraproduktiv ist hochkontraproduktiv man könnte mit dem gleichen Geld Besseres machen muss aber gleich sagen trotz allem der öffentliche Verkehr in Österreich ist verglichen mit anderen europäischen Staaten gar nicht so schlecht also und auch die Schweiz hat ein super Bahnsystem und man kommt überall hin mit öffentlichem Verkehr aber der Autoverkehr ist deswegen nicht geringer und innerhalb der EU also einen höheren Anteil an öffentlichem Verkehr hat noch Tschechien aber dann ist es schon bald vorbei eine letzte Frage noch und zwar zum Güterverkehr prinzipiell herrscht ja in unserem Soziotop jetzt keine Fritz Schindiger kommt gleich mit einer Frage dran herrscht keine glaube ich große geteilte Meinung darüber dass der öffentliche Verkehr auch wirklich von der Öffentlichkeit betrieben werden und finanziert werden soll allerdings wenn ich kenne viele Berichte im Güterverkehr wo die Bahn ja dramatische Einbrüche in den letzten Jahrzehnten erlitten hat schon auch von vieler Unternehmerseite her die Kritik es ist mit der ÖBB eigentlich den aktuellen Anforderungen an Güterverkehr mit der ÖBB eigentlich kein Staat zu machen es gibt die Werkgleise es gibt die diversen Angebote aber was Zuverlässigkeit Zeitgerechtigkeit und so weiter oder Überpraktikabilität betrifft ganz schlecht ist es im Güterverkehr aus deiner Sicht eigentlich wünschenswert oder vielleicht ein hilfreicher Anreiz wenn man da private Konkurrenz fördern oder oder mehr ermöglichen würde um da ein bisschen Lebendigkeit ein bisschen am Wettbewerb hineinzukriegen das ist insofern eine interessante Frage weil gerade der Güterverkehr ist liberalisiert und da sehe ich auch ein Problem das frühere Geschäftsmodell war die ÖBB fährt ganz Züge das sind Züge von Rotterdam nach Wien oder nach Wölz zu einem gewissen Preis macht damit gute Gewinne und kann damit den Einzelwagenverkehr also dass ich von irgendein Steinbruch oder von einer Papierfabrik im Tristingtäuf im Wagen abhole kann das querfinanzieren jetzt gibt es die Liberalisierung die ganz Züge machen jetzt andere billiger und der ÖBB ist teilweise das Größerl Geschäft noch übergeblieben und insofern wenn das so wäre ich meine natürlich die ÖBB ich bin kein ÖBB Lobbyist und muss sie nicht verteidigen aber ich kann jederzeit sagen dann könnte doch ein Privater kommen und könnte diese Verkehre machen das ist möglich er kriegt jederzeit eine Trasse auf der Infrastruktur aber eben das ist ein Gräscherlgeschäft das will keiner machen und die RCA macht es eben noch weil sie damit doch noch für viele Einzelwaggonen ergeben dann auch einen Zug sie halten sie damit über Wasser und dass in Österreich eine der wenigen Länder ist wo es noch diesen Einzelwagenverkehr gibt dass man die einfach von überall einsammelt führt dann dazu dass in Österreich 30% des Güterverkehrs immer noch auf der Schiene ist und das ist auch innerhalb von Europa gar nicht so wenig aber wie gesagt das ist liberalisiert es könnte jede private Firma kommen und könnte diese könnte da von einem Steinbruch oder von einem Sägewerk die Wageln holen sie tun es halt nicht und dann tut es doch die ÖBB oder die Salzburger Lokalbahnen oder alle die die dann doch irgendwie einen öffentlichen Auftrag haben oder eine öffentliche Verantwortung oder wo ein Politiker sagt gebetet tut es das noch wie vor also da hilft die Liberalisierung auch nichts jetzt habe ich was dazugelernt danke Fred Schindecke ich weiß dass du früher weg musst insofern gerne deine Frage kurz für den Livestream damit man das auch versteht was du gefragt hast wie schaut die Schulbusfinanzierung gerade im ländlichen Raum konkret aus was die Aufteilung unter den Gebietskörperschaften betrifft also eigentlich sollte die ganze Schüler- und Lehrlingsfreifahrt über den Familienlastenreichs ausgleichsfonds finanziert werden also das kommt vom Bund und da haben sollten eigentlich die Gemeinden und die Länder gar nicht damit beteiligt sein was aber sehr wohl ist dass diese Schülerfreifahrten quasi den Rest mitfinanzieren also da kann man in der Früh mitführen dann fährt am Nachmittag als Mittag noch ein Buß zurück und am Nachmittag was aber zwei Probleme bei dem ganzen Sinn ist das eine ist einfach dass ja die die Verkehrspolitik immer hinter der Raumplanung hinterher hängt das heißt man absiedelt wo und nachher muss die Verkehrspolitik die Fehler oder sollte die Verkehrspolitik die Fehler ausbessern und man ist immer zweiter und das zweite ist natürlich auch dass es jetzt früher ist man einfach also ich bin auch noch in die nächstgelegene Schule gegangen und durch diese Vielfalt mit ich habe hier einen Schwerpunkt für das sind Schüler und Schülerinnen jetzt auch mehr unterwegs als früher weil sie einfach einen anderen Schulschwerpunkt nehmen weil die Eltern ihre Kinder in eine Privatschule schicken was auch immer also es gibt das ist viel diverser und viel schlechter zum Bündeln wie es früher war wo halt alle aus dem Dorf in die Volksschule und nachher in die Hauptschule gefahren sind und das war planbarer und das wird jetzt sicher komplizierter aber prinzipiell ist das Ganze abgesicherte Finanzierung vielen Dank hat die Frage noch bis zur Diskussion Zeit Ja das wird was anderes aber wenn es kein Unternehmen gibt ja ich kriege ein Zeichen das ich nicht verstehe vom Kameramann bitte wiederholen also die Frage ist nochmal gestellt für einen Livestream war keine Frage wiederholen ok passt bei der nächsten aber wir machen jetzt eh Schluss mit Diskussion und gehen zum nächsten Vortrag lieber Heinz herzlichen Dank auf den Tisch und du holst ja dann deine Farbe wieder bei der Diskussion super der nächste Vortragende ist FH-Dozent Dr. Wolfgang Ammann er ist geschäftsführender der Gesellschafter des Instituts für Immobilien Bauen und Wohnen in Wien er ist ja ich würde sagen der Wohnbau Experte in Österreich hat einen sehr interdisziplinären Zugang zu der Thematik beschäftigt sich mit den ökonomischen rechtlichen politischen ökologischen Aspekten des Wohnbaus aber darüber hinaus auch generell des Bauen Immobilienwesens sitzt in internationalen Gremien zu der Thematik und ich freue mich über deinen Vortrag Wolfgang der im Grunde die Frage stellt wir in Österreich speziell in Wien haben ja quasi Wohnen seit dem Roten Wien so quasi als öffentliche Daseinsvorsorge in großen Teilen auch miterlebt das ist gehörig ins Bröcken gekommen ist der Wohnbau heute immer noch Sozialleistung unter Anführungszeichen oder ist er zunehmend ein Geschäftsanlage und Spekulationsmodell geworden und vieles darüber hinaus werden wir von dir erfahren bitte vielen Dank Reinhard für die Einladung und für die Themenstellung es freut mich hier bei einer Präsenzveranstaltung vortragen zu dürfen begrüße aber natürlich auch die hoffentlich vielen Zuschauer und Zuhörer an den Bildschirmen zu Hause um das mal so zu formulieren Konsumgut oder Sozialleistung was sind denn die Funktionen des Wohnens ich denke es macht Sinn hier einmal eine differenzierte Darstellung zu versuchen um die Vielfalt dessen zu beleuchten die Erwartungen die an das Wohnen herangetragen sind aus der Sicht des Bewohners bedeutet die Wohnung natürlich Wohnversorgung Sicherheit gegenüber den Gefahren des Lebens Sicherheit gegenüber den Umbillen des Wetters und des Klimas es bedeutet in Eigentumsformen aber natürlich auch das Thema Veranlagung dass man in selbstfinanzierten Wohnungen lebt und damit das eigene Kapital für die eigene Wohnnutzung heranzieht es ist in diesem Zusammenhang auch das Generationendenken von großer Bedeutung dass man Besitz aufbauen möchte den man in weiterer Folge an seine Kinder und Nachkommen weitergeben kann und deren Start ins Leben verbessern möchte aus der Sicht des Vermieters schaut es ziemlich anders aus der Vermieter ist natürlich daran interessiert mit einer Immobilie einen Ertrag zu erwirtschaften Ich bin nicht Corona erkrankt ich habe einen positiven einen negativen einen negativen Test Was positiv ist Ja was positiv ist Danke vielmals Es ist ein schlicht und ergreifend ein Frosch im Hals Danke Für den Investor ist aber auch bei der Immobilie die Investitionssicherheit ein großes Thema Wohnen ist diesbezüglich eine einigermaßen sichere Bank wie sich gerade auch jetzt wieder zeigt sind die Investments in Wohnen sehr viel sicherer als Retail oder Office die unter der derzeitigen Krise sehr viel stärker leiden Ein typischer Investor erwartet sich eine doppelte Dividende einerseits ein Ertrag aus der Vermietung andererseits auch eine Wertsteigerung der Immobilie Daraus ergibt sich die attraktive Performance dieser Investmentklasse Aus der Sicht der Wirtschaft ist Wohnen wiederum ein ganz anderes Thema Wir sehen den großen Stellenwert in der Wohnbau für die Bauwirtschaft für das Bauhauptgewerbe das Nebengewerbe die Einrichtungshäuser und was noch damit zusammenhängt hat Es ist aber auch und das war nach dem Krieg ein ganz großes Thema das leistbares Wohnen industriepolitisch von großem Stellenwert war weil man mit leistbaren Wohnungen ein Argument in der Hand haben wollte bei den Tarifabschlüssen gute Karten in der Hand zu haben Aus der Sicht des Staates ist es wiederum ein anderes Thema Die Leistbarkeit des Wohnens die Dienstleistung gegenüber den eigenen Bürgern ist natürlich etwas ganz ganz Wesentliches und es ist natürlich auch ein Politikum Günstiges Wohnen bedeutet aber auch dass Konsumkraft der Bürger für andere Bereiche zur Verfügung stehen Günstiges Wohnen hat zur Folge dass beispielsweise für Bildung oder für Investitionen oder für Verkehr und so weiter mehr Konsumkraft zur Verfügung steht und da steht Österreich ja im internationalen Vergleich relativ gut da gemäß EU-Sieg geben die Österreicher nur etwa 18% des Einkommens für Wohnen auf der EU-Durchschnitt liegt doch immerhin bei etwa 22% Wohnen ist darüber hinaus von eminenter Bedeutung für soziale Kohäsion das heißt dass die Bevölkerung die unterschiedlichen Schichten die unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung möglichst einvernehmlich nebeneinander wohnen dass die Gesellschaft nicht auseinander bröselt sondern dass ein gewisses Maß an Gemeinschaft und Gemeinsamkeit vorhanden ist der soziale Friede ist ein ureigenstes Bedürfnis ein ureigenster Wunsch des Staates er hat die Aufgabe dafür Sorge zu tragen dass eben in der Bevölkerung ein gewisses Maß an Ruhe an Zufriedenheit besteht dass es zu keinen unvorhersehbaren zu keinen unbeherrschbaren Entwicklungen in der Bevölkerung kommt auch hier ist Wohnen von eminenter Bedeutung wenn ich scherzhaft dazu sagen darf in Verbindung mit dem Fernseher Wohnen hat darüber hinaus freilich sehr maßgebliche fiskalische Effekte die Steuern die im Bereich des Wohnens eingenommen werden sind massiv für Mieten zahlt man 10% Umsatzsteuer beim Kauf einer Wohnung sind es 20% und natürlich die ganze Wirtschaftsleistung die mit dem Bau und der Renovierung von Wohnungen anfallen sind für den Staatshaushalt von sehr sehr großer Bedeutung zu guter Letzt spielt Wohnen bei der Stadtentwicklung eine sehr maßgebliche Rolle und ist auch sehr weitgehend steuerbar Stadt und Regionalentwicklung natürlich das heißt wir sehen in Wien dass der geförderte Wohnbau für die geordnete Entwicklung der Stadt für das Aufschließen eines neuen Stadtteils wie zum Beispiel der Seestadt Aspern von eminenter Bedeutung ist ohne den geförderten Wohnbau hätte die Stadt nicht die Instrumente in der Hand ein so großes Projekt wie die Seestadt Aspern über die Bühne zu bringen in einer Weise die weitgehend planvoll ist im ländlichen Raum spielt es natürlich auch eine sehr wesentliche Rolle hier ist der Wohnbau ein ganz wesentliches Instrument um die Wanderung der Bevölkerung zu beeinflussen sehr viele Bürgermeister und sehr viele Regionalpolitiker sind stark daran interessiert die Menschen im ländlichen Raum von einem Wegzug abzuhalten durch Angebote im Bereich des Geschosswohnbaus aber natürlich auch durch das viel geschimpfte Eigenheim das für viele Menschen doch ein Aspekt und ein Grund ist in der Herkunftsgemeinde zu verbleiben weil typischerweise ein Eigenheim in den größeren Städten dort wo die Jobs vielleicht leichter zu kriegen sind kaum realisierbar ist demgegenüber in der Herkunftsgemeinde wo man sehr häufig ein Grundstück über eine Erbschaft erhält doch auch für unterre und mittlere Einkommensschichten realisierbar und umsetzbar ist Wir sehen also dass die Ansprüche und die Ziele die mit Wohnen in Verbindung stehen sehr sehr vielfältig sind es gibt und das verwundert nicht erhebliche Zielkonflikte zwischen den unterschiedlichen Akteuren und den Ansprüchen gegenüber diesem Thema Wohnen und es gibt natürlich auch Interessen Konflikte Die Fragestellung die du mir gegeben hast geht im Wesentlichen darauf zurück ob welcher Aspekt des Wohnens größeres Gewicht hat das Recht auf Wohnen oder das Verfügungsrecht über Eigentum für denjenigen der eine Wohnung besitzt und diese vermietet sehr ausgeprägt ist diese Diskussion heute auch gerade im englischsprachigen Raum ob Wohnen als Commodity aufgefasst werden soll als eine Ware oder als ein Grundrecht als eine Art Infrastruktur und die Antwort auf diese Frage hat natürlich sehr weitreichende Auswirkungen auf beispielsweise Preisbildung also ob es als legitim aufgefasst wird die Preise die der Markt generiert staatlicherseits zu lenken einzufangen oder ob das nicht gerechtfertigt ist ob also mit Wohnungen frei gehandelt werden kann wie mit einem Stück Brot oder mit einem Auto heute frei gehandelt werden kann Preise generiert werden sollen die der Markt hergibt oder ob das im Sinne der sozialen Ausrichtung einer Politik nicht der Fall sein soll Ein kurzer Überblick über die Rechtsgrundlagen scheint hier aufschlussreich zu sein Wir hatten kürzlich das 70-jährige Jubiläum der UN Menschenrechts Charta die wurde 1948 beschlossen dort ist mehr oder weniger klar festgelegt dass es ein Recht auf eine Wohnung geben soll ähnlich gewichtet wie Gesundheitsvorsorge im Sinne einer Wohlfahrtspolitik es ist auch dort festgehalten dass es Schutz vor Eingriffen in der eigenen Wohnung geben soll also das heißt das Thema Sicherheit spielt hier eine große Rolle etwas später hat dann die Europäische Union ihre Grundrechte Charta formuliert dort ist von einem Recht auf Wohnen nicht die Rede Europarat vom Europarat beschlossen sie ist eigentlich völkerrechtlich verbindlich allerdings ist explizit festgehalten dass die Inhalte dieser Sozialkarta gerichtlich nicht einklagbar sind in der Sozialkarta wird ein Recht auf Wohnen postuliert und zwar mit den Mitteln der Förderung mit Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit und mit Maßnahmen zur Leistbarkeit der Wohnkosten Es sind noch einige Formulierungen drin hinsichtlich der besonderen Bedürfnisse für Menschen mit Behinderung für Familien und für ältere Menschen und es ist ein Recht auf Förderung für ausgrenzungsgefährdete Menschen festgehalten Im österreichischen Recht wurde die Menschenrechte Charta und auch die Grundrechte Charta der Europäischen Union in einer Vielzahl von Regelungen implementiert teilweise im Verfassungsrang und was vielfach schon diskutiert worden ist es gibt ein Recht auf Wohnen in der Verfassung Österreichs nicht Im Gegensatz zu anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich Es war immer die Argumentation dass wir ohnehin ein sehr sehr gutes System der Förderung des Wohnbaus und des sozialen Wohnbaus in Österreich haben und dass selbst wenn es ein einklagbares Recht auf Wohnen gäbe wie in Frankreich das im Rechtsweg fast nicht durchsetzbar ist Es gab Versuche in Frankreich dass Menschen am Ufer der Seine kampiert haben und dieses Recht einfordern wollten so in dem Sinne dass der Staat dafür zu sorgen habe dass sie eine angemessene Wohnversorgung haben Tatsächlich funktioniert das in der Praxis aber mehr oder weniger nicht und auch wenn wir uns die Eingliederungs Indikatoren von Eurostat ansehen angefangen von der Qualität des Wohnens über die Größe die durchschnittliche Größe der Wohnungen über die subjektive Zufriedenheit mit dem Wohnen hat Österreich eine außerordentlich gute Performance und eine deutlich bessere Performance als manche Länder bei denen ein Recht auf Wohnen in der Verfassung verankert ist in Österreich wird also Wohnen als Grundbedürfnis anerkannt als Grundbedürfnis das jedem Menschen zugute kommt aber nicht als ein Grundrecht jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Daten mitgebracht die für die Diskussion hoffentlich von Nutzen sind Sie sehen in der linken Grafik die orange Linie das ist die Entwicklung der Mieten nominell zwischen dem Jahr 2008 und 2018 in diesen zehn Jahren sind die Mieten im Durchschnitt um 35% gestiegen Sie sehen dann die blauen Linien das ist die dunkelblaue Linie der Durchschnitt aller Einkommen die sind in dieser Zeitspanne von zehn Jahren durchschnittlich um 27% gestiegen der Verbraucherpreisindex also die allgemeine Teuerung war etwa 19% und das unterste Einkommensquintil also die untersten 20% der Haushalte hatten hatten einen Zuwachs der Einkommen auch von knapp 30% Die gute Nachricht bei dieser Auswertung es sind also nach Einkommensquintilen alle Gruppen der Haushalte in Österreich über der Inflationsrate ausgestiegen Es hat also in diesen zehn Jahren 2008 bis 2018 jährlich einen realen Zuwachs der Einkommen gegeben Er war nicht dramatisch Er war in einer Größenordnung von etwa einem halben Prozent pro Jahr und eben über die zehn Jahre fünf bis acht Prozent Weniger gut ist dass die Mieten in einem anderen Tempo angestiegen sind bis ungefähr 2014 war der Anstieg ähnlich wie bei den Einkommen seit etwa 2014 also seit sechs Jahren haben sich die Mieten gegenüber den Einkommen eindeutig entkoppelt die Preise für Eigentumswohnungen sind übrigens noch deutlich stärker angewachsen als die Mieten was noch bemerkenswert und meines Erachtens auch durchaus problematisch ist Es gibt altersmäßig eine starke Schräg Verteilung Wir sehen dass die Haushalte mit Haushaltsrepräsentant über 60 Jahren um nicht weniger als 45 Prozent zugelegt haben im Abstand von zehn Jahren Das liegt vor allem daran dass unten sozusagen recht gut verdienende Haushalte nachgerückt sind und eher ärmere Haushalte gestorben sind Es ist also nicht ein übermäßiger Anstieg der Pensionen sondern dass im unteren Bereich wohl besser verdienende Haushalte nachgerückt sind und oben ziemlich viele hochaltrige Menschen mit ganz niedrigen Pensionen eben nicht mehr in der Statistik vertreten sind ganz anders bei jungen Haushalten bei den Haushalten mit Haushaltsrepräsentant unter 30 Jahren ist in diesen zehn Jahren das Einkommen unter der Inflationsrate angestiegen mit etwa 15 16 Prozent das heißt dass junge Haushalte heute weniger Geld verdienen real als vor zehn Jahren die Erklärung ist gleichfalls ziemlich naheliegend die Ausbildungszeiten werden länger und Sie kennen alle das Schlagwort der Generation Praktikum dass es also sehr viel schwerer fällt heute in den Zwanzigern bereits einen fixen Job mit einem sicheren und guten Einkommen zu erlangen verteilungspolitisch und wohnungspolitisch gesellschaftspolitisch ist das allerdings eine durchaus bedenkliche Entwicklung meiner Meinung nach ist das ein unterschätztes Thema in der öffentlichen Debatte dass junge Haushalte eine Einkommensentwicklung haben die eigentlich nicht zufrieden stellen kann bei der Wohnkostenbelastung zwischen Mietern und Eigentümern sehen wir große Unterschiede allerdings muss man da auf die Eigenheiten der Statistik achten wir haben bei den Eigentümern nämlich gemäß der Definition von dieser statistischen Quelle EU-Silk die Situation dass nur die Zinszahlungen nicht aber der Kapitaldienst als Wohnkostenbelastung erfasst wird ungeachtet dessen wir haben sehr sehr viele Eigentumswohnungen die ausfinanziert sind und da trifft die dargestellte Wohnkostenbelastung hundertprozentig zu wir haben bei den Mietern im Median 25% Wohnkostenbelastung das heißt dass ein Viertel des verfügbaren Haushaltseinkommens für die Miete und Haushaltsenergie aufgebracht werden muss das steigt beim untersten Quartil das sind die untersten 25% der Einkommen auf 35% und beim untersten Dezil also einer von zehn Haushalten mit den geringsten Einkommen die zahlen mehr als 50% ihres verfügbaren Einkommens für die Miete was selbstverständlich ein Zustand ist der so nicht akzeptabel ist allerdings muss festgehalten werden dass diese Daten vor Sozial Transfers sind die Wohnbeihilfe und die bedarfsorientierte Mindestsicherung bringt da natürlich noch einige Entschärfungen mit sich ganz anders bei den Eigentümer da sehen wir beim Median gerade mal 11% Wohnkostenbelastung beim ersten Quartil 16% und beim ersten Dezil 24% das heißt die allerärmsten Eigentümer haben eine geringere Wohnkostenbelastung als der durchschnittliche Mieterhaushalt die Wohnkostenbelastung der Mieter ist in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen um etwa drei Prozentpunkte die Wohnkostenbelastung der Eigentümer wegen der extrem niedrigen Kapitalmarkt Zinsen ist sogar gesunken aber noch einmal ohne Berücksichtigung des Kapitaldienstes bei der Finanzierung der Wohnungen Wenn wir uns die Sache aus Investorensicht ansehen es ist durch die Medien gegangen dass die Immobilienbranche frohlockt dass selbst in Covid-Zeiten die Preise statt zu fallen weiter gestiegen sind Aktuelle Zahlen bis ungefähr Juli August dieses Jahres deuten darauf hin dass im heurigen Jahr wiederum die durchschnittlichen Eigentumspreise in den Metropolenregionen um sechs sieben acht Prozent steigen dürften eine aktuelle Auswertung aus Vorarlberg zeigt dass bei den Eigenheimen im Jahresabstand 20 Prozent Preissteigerung eingetreten ist die Mieten entwickeln sich gleichfalls aus Vermietersicht positiv das bewirkt dass der Wohnungsbau weiterhin sich sehr sehr gut entwickelt zumindest sagen das die statistischen Zahlen Markus Riel hat mir in der Pause gerade andere Beobachtungen aus der Industrie mitgeteilt also es besteht hinsichtlich dieser Daten doch noch einige Unsicherheit wir haben uns die Baubewilligungszahlen im zweiten Quartal einmal angeschaut Sie erinnern sich zweites Quartal April bis Juni dieses Jahres also mittendrin im Lockdown und gemäß diesen Zahlen sind die Baubewilligungszahlen im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 um nicht mehr als zehn Prozent zurückgegangen was mich sehr verwundert hat wenn dem so ist und angesichts dessen dass der Markt sehr rege reagiert und die Behörden wieder ganz gut funktionieren ist davon auszugehen dass wir hinsichtlich der Baubewilligungen im heurigen Jahr mit einem blauen Auge davon kommen werden es könnte sein dass wir deutlich über 60.000 baubewilligten Einheiten sind vielleicht sogar in Richtung 70.000 das heißt von dieser Seite her sehen wir nicht nur gute Zeiten für die Immobilienwirtschaft sondern es könnte die Bauwirtschaft auch zu einem zu einer Quelle für Beschäftigung werden die in anderen Bereichen dauerhaft verloren geht also wenn mit dem Neubau noch zusätzlicher die Wohnhaussanierung in die Höhe geht was eine andere Initiative der Bundesregierung ist könnte die Bauwirtschaft mehr Beschäftigung aufnehmen als in Vor-Covid Zeiten Die Verteilung des Wohnungsneubaus hat sich allerdings sehr stark geändert vor 10-15 Jahren war noch rund 80-90% des Neubaus mit Wohnbauförderungsmitteln kofinanziert das hatte auch zur Folge dass dieser geförderte Wohnbau hinsichtlich der Einkommen doch eine gewisse Steuerung erfahren hat wenngleich bei uns die Einkommensgrenzen bekanntlich sehr hoch sind aber immerhin es gab eine soziale Ausrichtung dieses Neubaus der geförderte Wohnbau stagniert seit vielen Jahren da zeige ich euch jetzt gleich noch ein anderes Chart was diesen massiven Anstieg bewirkt hat insbesondere in Mehrwohnungsbau ist der freifinanzierte Bereich zuerst Anfang der 2010er Jahre ist der Neubau von Eigentumswohnungen von freifinanzierten Eigentumswohnungen ganz stark in die Höhe gegangen die Preise sind gestiegen es ist ein attraktiver Business Case geworden mittlerweile ist auch der freifinanzierte Mietwohnbau in Wien und Graz vor allem ein großes Thema geworden es gibt immens viel Investitionskapital insbesondere internationale Pensionsfonds die händeringend nach Großprojekten suchen von vermietbaren Objekten es wird den Bauträgern es werden den Bauträgern solche Objekte mehr oder weniger aus den Händen gerissen und weil sich die Investoren exorbitant hohe Quadratmeter Mieten erwarten wir sprechen da von 12,50 Euro 13,14 Euro plus Betriebskosten plus Umsatzsteuer weil die Quadratmeter Mieten so hoch sind werden die Wohnungen winzig klein es gibt also gerade in Wien derzeit eine massive Häufung von Kleinstwohnungen Mikroapartments und aus meiner Sicht steuern wir hier auf einen massiven Leerstand hin ich denke dass da die Investitionsrechnung von manchem Investor nicht aufgehen wird stadtstrukturell kann das natürlich durchaus nachteilig sein es sind auch sehr viele Privat Kunden private Investoren am Markt die ihr verfügbares Kapital in Wohnimmobilien stecken und sich die Vermietung dieser Wohnungen gar nicht antun wollen meine persönliche Einschätzung ist dass manches Investorenprojekt in Wien zu einem Drittel oder so direkt in den Leerstand hineingebaut wird was für eine Stadt natürlich nicht gesund sein kann und vom ökologischen Fußabdruck natürlich auch nicht vertretbar ist zur Entwicklung der Wohnbauförderung das ist also gewissermaßen die Sicht der Politik die Wohnbauförderung spielt in Österreich eine immens große Rolle hat politisch ein sehr sehr großes Gewicht ungeachtet dessen gibt der Staat Österreich im internationalen Vergleich relativ wenig Geld für die Wohnbauförderung aus das kann man nicht oft genug betonen alle Förderungen zusammengerechnet also die Wohnbauförderung der Länder der Sanierungscheck des Bundes bis hin zur Bausparkassenförderung verursacht verursacht in Österreich heute nur noch etwa 0,4% des Bruttoinlandsprodukts in Großbritannien auf UK haben wir schon mehrmals hingekaut auch diesbezüglich darf ich UK als Negativbeispiel relevant sind die geben allein für Wohnbeihilfen 1,5% des BIPs aus in Österreich also 0,4% für alle Arten der Förderung in Großbritannien 1,5% nur für Wohnbeihilfen in einem liberalisierten Markt wo die Mieten nach Verfügbarkeit nach Markt Nachfrage steigen und die Differenz zur Leistbarkeit der Haushalte über Subjektförderungen abfinanziert wird Die Wohnbauförderung hat allerdings einen starken Strukturwandel hinter sich bei den Förderungszusicherungen im großvolumigen Bereich sind wir relativ stabil mit etwa 20.000 geförderten Wohnungen pro Jahr das ist meines Erachtens nicht wirklich ein Grund zur Kritik die Förderung des Eigenheims ist demgegenüber komplett erodiert wir hatten ich habe es schon erwähnt früher einmal 80% der Eigenheime die mit Förderung kofinanziert worden sind heute sind es nur noch 20% das ist zum guten Teil darauf zurückzuführen dass die Wirkungen des Eigenheims stark kritisiert worden sind und die Länder diese Kritik aufgenommen haben um sozusagen Förderungen einzusparen Tatsächlich hat das aber nicht dazu geführt dass heute weniger Eigenheime gebaut werden es werden heute 2019 war eines der stärksten Jahre seit Jahrzehnten es wurden insgesamt wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe etwa 18.000 Eigenheime österreichweit errichtet schlimmer noch sie werden auch immer größer die Eigenheime die Daten die mir zur Verfügung stehen ist dass mittlerweile 180 Quadratmeter für ein Eigenheim eher die Regel als die Ausnahme ist was ökologisch und auch im Lebenszyklus der Bewohner natürlich eher eine durchwachsene Performance darstellt also das heißt das Ausklinken der Wohnbauförderung aus der Förderung des Eigenheims hat nicht bewirkt dass weniger gebaut wird sondern es hat bewirkt dass die Lenkungseffekte in diesem Bereich fast gänzlich verloren gegangen sind das Chart das ich Ihnen hier zeige sind die Förderungsausgaben das ist jetzt natürlich sehr unwissenschaftlich dass ich da die Dimension nicht hingeschrieben habe das sind Millionen Euro also über viele Jahre hinweg hat die Wohnbauförderung etwa zweieinhalb Milliarden Euro im Jahr ausgeschüttet seit etwa 2014 ist dieser Betrag sukzessive gesunken und hat 2019 erstmals die zwei Milliarden Grenze unterschritten es wird also derzeit so wenig in die Wohnbauförderung gesteckt wie in den 1980er Jahren nominell ohne Wert anpassung das ist auch das ist nicht nur negativ zu beurteilen sondern es ist auch darauf zurückzuführen dass die Produktivität der Förderungsmaßnahmen sehr viel besser geworden ist dass viele Länder bei der Gestaltung ihrer Förderungsinstrumente das historisch niedrige Kapitalmarkt Zinsniveau nutzen und dadurch mit sehr viel weniger öffentlichem Aufwand relativ viel nach wie vor fördern können und relativ viel Einfluss nehmen können auf die Bauentwicklung aber was sehr wohl als Botschafter übrig bleiben soll die Wohnbauförderung hätte eigentlich sehr viel mehr Geld als sie derzeit für diesen Zweck ausgibt sehr viel Gelder die früher für die Wohnbauförderung eingeplant waren wo es auch früher eine Zweckbindung gegeben hat sind heute nicht mehr zweckgebunden und fließen ins Landesbudget und werden von den Ländern für andere Sachen verwendet nur eine Zahl wir haben mittlerweile drei Bundesländer die allein aus den Rückflüssen aus ausstehenden Darlehen ihre Neuausgaben decken können und acht von neun Bundesländern schaffen es zusammen mit dem Wohnbauförderungsbeitrag den jeder Arbeitnehmer zahlt acht von neun insgesamt ist die Überdeckung in der Größenordnung von etwa 400 Millionen Euro also die Rückflüsse und der Wohnbauförderungsbeitrag bringen um etwa 400 Millionen Euro mehr in die Kassen der Länder als sie für die Wohnbauförderung ausgeben damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und freue mich auf Fragen und die Diskussion Vielen Dank Wolfgang darf ich dich bitten das gelbe Mikrofon zu nehmen und auf dem vorletzten Platz Platz zu nehmen und wir wollen jetzt darüber schweigen welches Bundesland weil es seine Rückflüsse frühzeitig am Kapitalmarkt verhökert hat Nein darüber wollen wir jetzt nicht sprechen Welches war das wohl? UK ist es die Erklärung dafür dass nicht so soziale Großbritannien den größten Aufwand sozusagen unter den EU-Ländern oder jetzt nicht mehr EU-Ländern für Wohnbeihilfen hat der dass quasi Staat und Wirtschaft der Staat mit Steuergeldern der Wirtschaft ihre Renditerwartungen sozusagen erfüllt erfüllen hilft weil die Bevölkerung gar nicht in der Lage ist diese Mieten zu zahlen ohne Zuschüsse Ich denke dass diese Interpretation zulässig ist Ein wunderbares Beispiel für die von uns schon seit vielen Jahrzehnten beobachtete Verschiebung von Sozialisierung privater Kosten und umgekehrt Ja eine Frage von mir wäre ich muss gestehen ich bin selber ein Nutznießer der Eigentumsbildung meiner Eltern im Wohnbereich und versuche das auch meinen Kindern weiterzugeben nichtsdestotrotz wie sozial ist es wenn und das ist in Österreich ein wirklich ausgesprochenes politisches Programm die Eigentumsbildung im Wohnbereich gefördert werden soll erstens mal wissen wir dass für Eigentumsbildung nur die oberen egal ob die oberen jetzt 70% oder 50% der Bevölkerung ausmachen Bevölkerungsschichten überhaupt in der Lage sind und das andere ist auch städtebaulich ist Eigentum ja eigentlich egal ob es die Sanierung ist oder Anforderungen wie Nachverdichtung von Siedlungsstrukturen eigentlich der Tod für jede Veränderung wenn irgendwo Eigentum ist egal ob es das Kleingartenhaus ist oder die dünn bebaute Einfamilienhaus oder der zu sanierende Wohnblock es ist immer ein Problem wenn das Eigentumswohnungen sind und die Transformation wäre um einiges der Ökologisierung um einiges leichter wenn es Mietwohnungen sind dazu kommt noch eines der reichsten Länder und liberalsten Länder die Schweiz ist ein Volk der Mieter also ich kenne kein mir ist kein Land bekannt vergleichbar mit Österreich wo die Eigentumsquote so gering wäre im Wohnbereich alles das jetzt zusammengemanscht wie zukunftsfähig im Sinne von sozial ausgewogen von demokratisch aber auch von in stadtplanerischer Hinsicht in baulicher Hinsicht zukunftstauglich ist denn diese explizite Förderung des Wohneigentums Es gibt in diesem Bereich wie in vielen Bereichen des Lebens also es macht keinen Sinn eine Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben die Punkte die du angeführt hast sind durchgängig richtig Wohnungseigentum ist wirklich ein großes Problem wenn es an das technische Ende des Gebäudes kommt die Beendigung einer Eigentümergemeinschaft ist ein Ding das eigentlich kaum denkbar ist und die Veränderungsresistenz ist natürlich sehr viel höher man hat mit vielen Eigentümern zu tun und nicht nur mit einem Vermieter wenn es darum geht nachzuverdichten Sanierungen durchzuführen und so weiter allerdings es wird jetzt gerade das Eigentumswohnungsgesetz Wohnungseigentumsgesetz novelliert also es ist zu erwarten dass zum Jahresende der Entwurf der Novelle rausgeht wo die Quorumsregelungen geändert werden eine Mindestdrücklage eingeführt wird und ein Right to Plug also eine gewisse Modernisierung gibt Wohnungseigentum hat ein paar Nachteile wie gesagt da stimme ich dir voll und ganz zu Wohnungseigentum hat aber auch etliche Vorteile einen der Vorteile habe ich angeführt wenn Wohnungseigentum nach etlichen Jahren ausfinanziert ist ist es eine ausgesprochen günstige Wohnversorgung auch das Eigenheim auf das Eigenheim trifft es übrigens auch zu das ist insbesondere im dritten und vierten Lebensabschnitt von großer Bedeutung wenn die laufenden Einkommen sinken dass man dann mit größerer Wahrscheinlichkeit ohne Verluste des Lebensstandards weiterleben kann das ist ein riesiger Vorteil es gibt eine Reihe weiterer Vorteile dass es zum Beispiel motiviert in Ansparungen und Investition sich zu orientieren also frühe Wohnungseigentumsbegründung ist auch ein Treiber für wie soll ich mal sagen den persönlichen Ehrgeiz es trägt dazu bei in jungen Jahren bereits Ansparungen zu tätigen es trägt dazu bei dass man vorausschauend sein Leben gestaltet und seine Einkommen und Ausgaben gestaltet es gibt Untersuchungen dass Eigentum mehr Identifikation mit dem Gebäude mit sich bringt es gibt Untersuchungen in die Richtung da kann ist es allerdings nicht so ganz klar was zuerst war Ei oder Henne dass in Eigentumsbauten die Gesundheit das Vermögen das Einkommen der Bewohner höher ist als bei Miete es kann also auch die Folge sein es muss nicht die Ursache sein aber es gibt eine Wechselbeziehung wir haben eine Studie für das Land Niederösterreich gemacht nachdem das Land Niederösterreich eine explizite Eigentumsorientierung hat und vor zwei Jahren ungefähr auch das das noch einmal politisch propagiert hat das Eigentum in den Vordergrund gerückt werden soll und sie haben ein paar Schlussfolgerungen vorgelegt die meines Erachtens schon zu beachten sind eine ist dass die Eintrittsschwelle für Menschen aus ressourcenschwachem Hintergrund gering gehalten werden muss das schafft Niederösterreich ziemlich gut in dem die Annuitäten für gefördertes Wohnungseigentum kaum höher sind als die Nettomieten im geförderten Bereich also Niederösterreich hat wirklich ein sehr vorteilhaftes System und insbesondere das Förderungsmodell junges Wohnen bietet hier ziemlich interessante Perspektiven das ist dann auch der zweite Punkt also einerseits dass wie in der Bildung auch einkommensschwachen Haushalten der Zugang zu Eigentum ermöglicht wird und das zweite Eigentum ist dann aus volkswirtschaftlicher aus staatlicher Sicht besonders vorteilhaft wenn man junge Menschen ins Eigentum bringt bei einem 50-Jährigen wenn der eine Eigentumswohnung kauft ist das schön für den 50-Jährigen aber volkswirtschaftlich von nicht sonderlich großer Relevanz wenn es gelingt in größerer Zahl 25-Jährige ins Eigentum zu bringen ist es für die aus volkswirtschaftlicher Sicht dann ein interessantes Thema weil diese jungen Menschen Eigentum bilden weil sie Kapital bilden weil sie irgendwann auch einmal Kapital haben wenn sie unternehmerisch tätig werden wollen also es sind eine ganze Reihe von positiven Effekten damit verbunden also zusammengefasst Eigentumsbegründung und die Förderung dessen scheint mir dann gerechtfertigt zu sein wenn diese systematische Benachteiligung von ressourcenschwachen Haushalten einigermaßen ausgeglichen wird und wenn es sich vor allem an jüngere Haushalte richtet ein Gedanke der mir noch dazu einfällt ist die Schweiz die ja für mich als Österreicher in vielerlei Hinsicht Vorbildliches zeigt und der man auch nicht vorwerfen kann dass sie den Markt verfälscht also das ist ja eine sehr marktaffine Gesellschaft hat Herr Krise kann uns das dann vielleicht noch ausführen wenn dafür Zeit ist gibt es ja das die Eigentümlichkeit dass Hauseigentümer Wohnungseigentümer quasi für eine fiktive Miete die sie an sich selbst zahlen würden Steuern zahlen müssen um eine Gleichbehandlung mit klassischen Mietern herzustellen also nur mal zum Thema also ich finde es immer interessant über den über die Staatsgrenze zu schauen was jetzt all diese Fragen betrifft eine letzte Frage noch an dich Wolfgang das Thema Vorsorgewohnungen das klingt noch harmlos Anlegerwohnungen oder wie du sagst im Grunde Immobilien spekulative Projekte die bis zu einem Drittel Leerstand produzieren kosten wertvollen Grund und Boden kosten städtische Infrastruktur ja es ist bewusster Leerstand im Grunde der oder sehenden Auges produziert wird gibt es aus deiner internationalen Erfahrung Länder die sich dem Thema bereits politisch stellen die da vielleicht einen für uns vorbildlichen Umgang damit haben oder ist das europaweit ein Thema dem man immer noch die Hände in den Schoß legend gegenübersteht also die Gruppe der leerstehenden Wohnungen ist der Teil des Wohnungsbestands der mit Abstand am schnellsten wächst das kann man mal festhalten wir haben mittlerweile etwa 900.000 Wohnungen ohne Hauptwohnsitz 900.000 sehr rasch wachsend das ist weltweit ein Thema weil der Neubau von Wohnungen eben viele Vorteile bringt weil es ein sehr interessantes Geschäftsmodell aus Bauträgersicht ist und weil sehr viele Menschen ihr verfügbares Kapital in Betongold stecken wollen das das zu verhindern oder oder zu deattraktivieren macht nicht allzu viel Sinn denke ich es gibt mehrere Aspekte dazu einer der aus meiner Sicht wichtig ist es gibt ja nicht nur sozial schwache Haushalte sondern es gibt in Österreich zum Glück auch viele Haushalte die etwas auf die hohe Kante bringen und ich glaube man muss den Menschen auch die Möglichkeit bieten zu investieren was für Möglichkeiten hat man denn zu investieren die Finanzprodukte bringen überhaupt nichts die Aktien die gehen rauf und runter wie Ringelspiel wie Achterbahn viel mehr Staatsanleihen die sind auch gegen null tendierend die Immobilie bietet halt den Vorteil dass etwas physisches vorhanden ist also selbst wenn es kracht hat man immer noch diese Wohnung und die Vergangenheit hat gezeigt dass die Wertsteigerung der Wohnungen eine beachtliche war und zusätzlich noch über die Miete eine zweite Rundit eine zweite Marsch eingefahren werden kann also ich glaube diesen Aspekt sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen dass auch der Mittelstand und der obere Mittelstand berechtigte Interessen haben zu investieren ein zweiter Aspekt was den Leerstand anbelangt es ist natürlich richtig dass es unbefriedigend ist dass auf der einen Seite Wohnungen da sind die bezugsfertig wären und den Markt vorenthalten werden und auf der anderen Seite gibt es Knappheit die Knappheit ist derzeit eine eher überschaubare also da haben wir nicht mehr so sehr das Thema nachdem die Zuwanderung ja stark gesunken ist und auf der Angebotsseite sehr viel dazugekommen ist ungeachtet dessen sollten Anreize geschaffen werden damit die Eigentümer ihre Wohnungen auch vermieten es wird immer wieder in die Diskussion eingebracht Leerstandsabgaben einzuführen es gibt zahlreiche Beispiele in deutschen Städten wo das versucht worden ist nach meinen Informationen hat es allerdings eigentlich nie wirklich gut funktioniert als Rute im Fenster vielleicht aber es ist extrem schwer zu identifizieren und zu beweisen wann ist eine Wohnung leerstehend stellen Sie sich vor Sie leben in Linz und haben in Wien eine Wohnung die Sie zweimal im Jahr für zwei Tage benutzen wenn Sie in die Oper fahren und Sie haben die Wohnung weil Sie sie Ihrem zehnjährigen Kind in zehn Jahren geben möchten wenn es dort studiert ist das jetzt ein Leerstand oder ist es kein Leerstand also das zu definieren ist extrem schwer es ist weiters extrem unpopulär politisch hier Sanktionen vorzunehmen eigentlich geht nicht mehr als dass man so beispielhafte Sündenböcke herausgreift und medienwirksam fünf Leute straft um eine abschreckende Wirkung zu erzeugen für viel mehr taugt ein Leerstandsabgabe nicht was allerdings sehr wohl ein geeigneter Ansatz wäre ist wenn man die Rücklage im Eigentum deutlich erhöht wenn also die Nichtbenutzung einer Wohnung teurer gemacht wird wenn die Rücklage mal bei 1,50 Euro liegt die Betriebskosten bei 2 Euro und dann noch die Umsatzsteuer also wenn wir bei 3,50 Euro oder 4 Euro pro Quadratmeter laufende Kosten sind ob sie vermietet ist oder nicht werden es sich viele Menschen überlegen ob sie nicht doch einen Mieter reinnehmen und zu guter Letzt das Mietrecht ist natürlich für einen Eigentümer der eine oder zwei Wohnungen geerbt oder gekauft hat ein absoluter Horror also das Mietrechtsgesetz ist eines der schwierigsten Gesetze und es gibt zahlreiche Fallstricke die es für einen Privaten wirklich schwer machen die Wohnung zu vermieten da sollte man meines Erachtens eine Regelung einführen da geht es ja um ein Konsumentengeschäft Consumer to Consumer und nicht um ein B2C also Business to Consumer also wenn ein Institutioneller mit einer Privatperson einen Mietvertrag aushandelt ist es völlig legitim wenn dort erhöhte Schutzbedürfnisse implementiert werden wenn eine Privatperson mit einer Privatperson einen Mietvertrag ausmacht sollte meines Erachtens die Sache anders behandelt werden vielen Dank und du hast uns auch schon einige Stichworte von unserem letzten Vortrag geliefert sei es das Wort Betongold es gibt ja die in den letzten Jahren die Beobachtung dass das Gold eigentlich nicht im Beton sondern im Boden vergraben ist weil die Wertsteigerung von Grund und Boden noch um ein Vielfaches vor allem in Ballungszentren höher ist als die von Immobilien ein weiteres Stichwort war man könnte es teurer machen Wohnungen nicht zu nutzen dasselbe gilt natürlich auch für knappen Grund und Boden man könnte es teurer machen mit ihm zu spekulieren ihn zu horten oder was auch immer Unanständiges mit ihm aufzuführen einen Experten für all das haben wir als unseren letzten Referenten ich freue mich sehr dass er den weiten Weg aus der Schweiz hergefunden hat Dr. Ulrich Griese er ist studierter Umwelt- und Verwaltungswissenschaftler und zum anderen auch Landschafts- und Freiraumplaner und hat nach beruflichen Stationen in Hannover oder auch in Berlin an der ETH Zürich promoviert ist auch beruflich in der Schweiz sozusagen geblieben er ist seit 2009 für die Stiftung Edith Marion in Basel verantwortlich für zum einen öffentliche Arbeit aber zum anderen auch für Forschungsfragen und seit 2020 auch Mitglied der Geschäftsleitung dieser Stiftung wir haben das Stiftungswesen und seine ja durchaus erfrischenden und segensreichen Früchte ja schon bei mehreren Orten Symposien wo wir Schweizer und auch deutsche Referenten eingeladen haben mitbekommen Herr Gries ist unter anderem auch mitverantwortlich für die Basler Boden Initiative wo er uns vielleicht darüber berichten wird für das Netzwerk Gemeingut Boden also wir sehen schon in welche Richtung seine Hauptaktivitäten gehen in eine für den heutigen Tag sehr grundsätzliche im wahrsten Sinn des Wortes er ist auch in einer deutschen Stiftung im Kuratorium nämlich der Stiftung Trias er ist Sprecher für Bau und Siedlungspolitik im Naturschutzbund Deutschland also im Grunde ich denke mir alle Fragen die bis jetzt nicht beantwortet wurden werden sie jetzt ungefragt beantworten ich freue mich sehr auf ihren Beitrag mit dem Titel Eigentum verpflichtet etwas das im deutschen Grundgesetz auch steht im Unterschied zum österreichischen und ja ihr Plädoyer für einen neuen Umgang mit Grund und Boden auch vor dem Hintergrund unseres heutigen Themas zwischen öffentlich oder staatlich und Wirtschaft vor dem Hintergrund der räumlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Umgangs bitteschön Herr Kriese ja vielen Dank Herr Seist für die freundliche Einführung ich bin gern gekommen und möchte auch gerne sagen dass ich auch deswegen gern gekommen bin weil ich einen kleinen Beitrag leisten möchte dafür dass wir ein Bewusstsein halten was normal ist und was nicht normal ist dass man eben sich begegnet im persönlichen und nicht nur virtuell ja Sie haben eine Vorlage jetzt muss ich natürlich liefern und das tut es auch sehr gerne viele Themen die ich da jetzt in einer relativ kurzen Zeit anspreche über die könnte man jeweils einen eigenen Vorteil halten deshalb hoffe ich dass Ihre Aufmerksamkeit und Wachheit noch ausreicht dass wir da gut durchkommen Sie sehen hier einen kleinen Überblick weil eben Eigentum verpflichtet bei uns in Deutschland also uns ich komme aus Deutschland deshalb ich wechsle immer mal also ich arbeite in der Schweiz wohne in Deutschland und bin aus Deutschland deshalb wechsle ich jetzt immer so ein bisschen hin und her also in Deutschland steht im Grundgesetz Eigentum verpflichtet sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen das ist die sogenannte Sozialbindung und dazu ein paar rechtliche Aspekte aber das verlassen wir dann weil ich Ihnen auch sagen will dass das Rechtliche das führt uns nicht so viel weiter wir müssen die Sache wirtschaftlich und auch politisch anschauen um wirklich an den Kern heranzukommen und ich werde dann in der zweiten Hälfte Ansätze zeigen wie wir zu einem anderen Umgang mit Grund und Boden kommen können und wie das aussehen kann das Rechtliche die herrschende Meinung in den Juristenkreisen ist dass dieser Spruch Eigentum verpflichtet das ist gar nicht in Auftrag vorrangig mal an den Eigentümer was man vielleicht denken mag sondern an den Gesetzgeber es ist nicht so dass der Eigentümer sozusagen dadurch verpflichtet wird und das möglicherweise auch noch einklagbar wird oder dass die Behörden sich auf diesen Satz berufen können und dem Eigentümer sozusagen aufgrund des Grundgesetzes sagen du musst dies und jenes oder du darfst nur jenes nein es ist der Gesetzgeber der hier gefordert wird wie gesagt herrschende Meinung es gibt dann auch Minderheitenmeinungen unter den Juristen aber die herrschende Meinung ist dass der Gesetzgeber aufgerufen ist Gesetze zu machen wo er eben Inhalte und Schranken diese Formulierung gibt es eben auch im Grundgesetz Artikel 14 definiert wo sozusagen der Eigentümer auch einen Beitrag leisten muss ja das Ganze steht aber auch unter der Überschrift Verhältnismäßigkeit das heißt der Eingriff Eigentum muss überhaupt geeignet sein um etwas zu erreichen er muss auch erforderlich sein es darf kein milderes Mittel geben und so weiter und so fort also es sind relativ frohe Hürden damit der Eigentümer ich spreche jetzt mal der einfache Teil vom Grundeigentümer es sind natürlich auch Eingriffe in andere Eigentumsrechte denkbar aber dass dieser Grundeigentümer gefordert werden kann und oft ist streitig was muss der Eigentümer entschädigungslos hinnehmen was gehört eben zur Inhalts- und Schrankenbestimmung und ab wann wird etwas entschädigungspflichtig und generell unbefriedigend ist natürlich und auf diesen Aspekt werden wir noch werde ich noch öfter zu sprechen kommen dass eben auch leistungslose Vermögenszuwächse zu entschädigen sind wie wir schon oft gehört haben heute die öffentliche Hand investiert und dadurch steigen die Werte und erfolgt dann Eingriff ins Eigentum wird sozusagen so getan als ob der Eigentümer ob ihm das alles gehört ja auch diese Wertsteigerung wir müssen das aber wie gesagt etwas anders noch anschauen nämlich wirtschaftlich das ist die Arbeit von Thomas Bicchetti das Kapital im 20. Jahrhundert wo er schön aufgezeigt hat dass Housing also in diesem Fall eben Wohneigentum vor allen Dingen eben seit 1950 ganz enorm an Bedeutung gewonnen hat im Vermögen in den Vermögenswerten die Landwirtschaft und das Schwarze hat drastisch abgenommen und die der Anteil des Wohneigentums hat deutlich zugenommen hier sehen wir in der Auflistung der Deutschen Bundesbank die Vermögensverteilung der privaten Haushalte in Quantilen und da sehen wir die 0 bis 20 dann eben 20 bis 40 und dann die letzten zwei sind in Zehntel 80 bis 90 und 90 bis 100 das heißt wir haben ungefähr etwa knapp die Hälfte der Menschen die praktisch über kein Nettovermögen verfügen der Haushalte entschuldige der Haushalte die praktisch über kein Nettovermögen vermögen dann steigt es etwas an und eben besonders wichtig ist natürlich zu sehen ist das ein Pointer eben dann die reichsten 10% besitzen eben überwiegend das ist sozusagen der größere Teil ihres Vermögens ist Immobilienvermögen es konzentriert sich also stark unter den besonders Reichen und was gar nicht so ins Auge springt aber was noch viel interessanter finde ich ist die Verschuldung wächst überhaupt nicht sozusagen entsprechend mit warum wird die nicht auch stärker nun ja unter den Reichen wird natürlich auch viel vererbt das heißt da muss ja gar keine Finanzierung mehr erfolgen nun ich will heute über den Boden insbesondere sprechen und deshalb ist es wichtig die Unterscheidung zu treffen ein Grundstück ein Grundeigentum setzt erst zwei Bestandteilen zusammen eben dem Boden und dem was darauf steht und da gibt es ja können Sie jetzt das ist jetzt mal so eine gegriffene aber eben letztendlich kann man doch deutlich unterscheiden zwischen dem Boden der ein wesentlicher Naturprodukt ist wo investiert es in den Bodenwert also die Bodenwerte schafft die Gemeinschaft es wird eine Bodenrente erzielt wogegen beim Haus das ist etwas was der Mensch geschaffen hat man kann es eben eher dem Privaten zuordnen als der Gemeinschaft und man erzielt daraus eine Kapitalrente das noch angeschaut Kostenerträge Finanzierung grob gesagt so ganz im Durchschnitt kann man sagen dass der Bodenwert ungefähr ein Drittel 30% eines Immobilienwertes ausmacht und die anderen 70% sind dem Haus zuzuordnen und das entspricht auch ungefähr einer Finanzierungsstruktur wenn Sie zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen für einen Grundstückserwerb müssen Sie ungefähr um die 30% ein Kapital mitbringen und der Rest kriegen Sie von der Bank also auch hier eigentlich eine ganz interessante Unterscheidung die auch sozusagen unter finanziellen Gesichtspunkten passt und jetzt müssen Sie eben die Finanzierung müssen die natürlich stemmen Abschreibung leisten Zinsen Tilgen und so weiter das muss aber aus dem Haus das kommt auch letztendlich aus dem Haus und der Rest sozusagen und wenn Sie sozusagen Eigentümer sind die übrigen Einnahmen sind das was übrig bleibt und letztendlich der Gewinn aber eben wer schafft welche Werte ich denke da gibt es einen deutlichen Unterschied dass eben die Werte des Bodens im Wesentlichen von der Gemeinschaft erbracht werden indem die öffentliche Hand öffentliche Infrastruktur schafft die Lage die Lage Werte letztendlich schafft und der Eigentümer baut natürlich sein Haus da hat die öffentliche Hand gibt es Subventionen das kann man machen klar aber wie wir gerade gehört haben es wird auch ohne Subventionen gebaut und deshalb ist die Frage natürlich wem steht eigentlich die Bodenrente zu was ist die Bodenrente die Bodenrente ist die Trastdifferenz zwischen zwei Böden von gleicher Größe bei gleichem Einsatz an Arbeit und Kapital also nehmen sie ein Grundstück mitten in der Innenstadt gleich groß wie ein Grundstück am Ortsrand und sie werden feststellen sie können an der Ortsmitte eine deutlich höhere Miete erzielen als am Ortsrand und diese Differenz ist die Bodenrente die hängt eben ab von Lage Ausnutzbarkeit in der Landwirtschaft Sprichung von Bonität klar auch da gibt es diese Unterschiede gibt es einen ertragreichen Boden oder einen weniger ertragreichen Boden das macht den Unterschied in der Pacht und damit weil das eine weil diese Ertragsdifferenz nicht auf der Leistung des Eigentumers beruht spricht man von einem leistungslosen Einkommen oder auch arbeitslosen Einkommen und das sozusagen jetzt vor dem Hintergrund der Finanzkrise und was wir immer wieder jetzt gehört haben auch die Zinspolitik mit den fallenden Zinsen bedeutet dass letztendlich der Wert nur deshalb steigt weil die Zinsen sinken und das macht sozusagen die Anlage in Immobilien so attraktiv im Moment die Formel Bodenwert gleich Bodenrente wie Zinssatz wenn der Nenner kleiner wird wird das Ergebnis größer und umgekehrt die unterste Leiste zeigt dass wenn sie ein Grundstück wir haben die Rente sagen wir der Betrüge 1000 Euro was auch immer Zeit spielt das mal keine Rolle im Monat oder im Jahr und sie haben das mal für 25.000 bei 4% wäre das 25.000 wert wenn jetzt der Zins auf 1% sinkt erhöht sich der Wert auf 100.000 und wenn aber jetzt die Zinsen wieder steigen und sie haben das für 100.000 gekauft dann müssen sie die Mieter erhöhen dann müssen die Mieter sozusagen sind dann die Dummen weil die natürlich am Ende ihren hohen Kaufpreis finanzieren müssen solche Grafiken haben sie auch schon oft gesehen wie entwickeln sich die Einkommen die Verbraucherpreise und hier in Orange das Baureife Wohnbauland die Kurve steigt schneller die orange Kurve steigt schneller als die anderen international gibt es Untersuchungen dazu dass eben in dieser Studie wo mehrere Länder untersucht wurden 80% der Preisanstiege gehen auf Bodenpreisanstiege zurück die Mieter zahlen zweimal weil sie einmal in der Miete natürlich für die Lage der Wohnung zahlen aber sie zahlen ja auch Steuern ein Mieter zahlt ja ganz normal auch seine Steuern und über die Steuern was passiert damit wird die Infrastruktur mit finanziert und die wiederum hilft dem Bodenwert mindestens den Wert zu halten wenn nicht zu steigern jetzt sind wir aber in eben hier heute in Österreich Deutschland und der Schweiz wir schauen mal was die Eigentümer sozusagen leisten dafür dass ihnen da so viel zufließt und es sind die OECD Länder die Grundsteuer in den OECD Ländern und die die Schweiz ist hier am linken fast am Ende links Deutschland und Österreich das einmal aufgetragen links der Anteil an den Gemeindesteuern das die der helle Balken da liegen wir in diesen drei Ländern sehr deutlich unter 20% Anteil an den Gemeindesteuern also welchen Anteil die Grundsteuer an der Gemeindesteuer und der schwarze das schwarze Quadrat ist rechts zeigt an wie ist das wie ist der große Anteil der Grundsteuer ein Gesamtsteuer aufkommen im Staat und das geht bis hoch maximal 10% aber auch hier liegen unsere drei Länder im deutschsprachigen Raum sehr tief um die drei unter drei Prozent weit unter 1% Österreich 0,5% Anteil am Gesamtsteuer aufkommen und 15% am Gemeindesteuer aufkommen aber sie sehen dass es andere Länder gibt insbesondere im angelsächsischen Raum da spielen die Grundsteuer eine ganz andere Rolle wir haben in Österreich eine Besonderheit die Bodenwertabgabe ist allerdings praktisch eine Bagatellsteuer die wird auf Baugrundstück erhoben ist aber nur 1% des Einheitswertes und die Einheitswerte sind auch in Österreich sehr veraltet zwar nicht ganz so alt wie in Deutschland 1973 ist das Stichtag bei Ihnen hier aber dadurch dass eben diese Einheitswerte so tief sind ist 1% auch entsprechend wenig und deshalb werden in Österreich auch nur weniger als 6 Millionen Euro im Jahr Wohnwertabgabe eingenommen das Ganze mal volkswirtschaftlich betrachtet sieht ja wie feucht aus heute wir haben also hier öffentliche Güter und wir haben private Güter ja und wir haben es gibt im Wesentlichen drei Einkommensarten Löhne eben Einkommen aus Arbeit Zinsen sind Einkommen aus Kapital und die Renten sind Einkommen aus Boden mal sehr vereinfacht jetzt ja was wie sieht es heute aus wir wissen dass die Belastung des Faktors Arbeit hoch ist in Deutschland wie auch in Österreich glaube ich ist es sehr ähnlich Zinsen werden auch besteuert natürlich aber verhältnismäßig kleiner und was passiert mit den Renten die sind zumindest in Deutschland aber eben was ich so weit ich im Bilde bin auch in Österreich sie haben keine Vermögenssteuer hier jetzt die erhoben wird wir haben auch in Deutschland zwar noch eine wird aber auch nicht mehr angewandt sie haben wie bei uns fast nicht erwähnenswerte Grundsteuer das heißt Eigentum aus Boden also Rennen aus Boden wird sehr schwach besteuert es gibt beim Eigentumswechsel Grunderwerbsteuer und solche Geschichten schon aber letztendlich doch sehr gering und deshalb findet sozusagen der Fluss findet eigentlich zu den privaten statt der Ökonom Alfred Marshall hat das Diebstahl am Public Value genannt nun Henry George wir kommen noch auf ihn zu sprechen ein Amerikaner der ein wichtiges Werk verfasst hat ich komme noch darauf zu sprechen sieht das mal ganz anders und er sagt es müsste eigentlich eine Kohärenz geschaffen werden dass wirklich sozusagen das was privat erwirtschaftet wird auch im Privaten bleibt und was die öffentlichen Güter sollten auch finanziert werden aus dem was die öffentliche Hand letztendlich schafft oder so abgebildet wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt sehen dass dass wir da eine Kohärenz herstellen die Bodenrente finanziert die öffentlichen Güter jetzt sagen Sie spinn ich spinn der wie soll das gehen das sind doch Milliarden ja es sind Milliarden in Deutschland heute um die also insgesamt ist das Steueraufkommen in Deutschland heute 800 Milliarden so knapp 800 Milliarden Euro hier ist es mal von 1970 auf 19 bis 2015 aufgezeigt auf 100% deshalb füllt sich der Kasten bis oben hin da sind unten die Gewinnsteuern die Lohnsteuern und die Gütersteuern gezeigt also insgesamt eben 100% und die Bodenrente das ist dieser gelbe Verlauf füllt den Kasten nicht ganz aber es sind eben einige hundert Milliarden die heute nur sehr gering gesteuert werden Ola Hout Löhr haben das mal anhand konkreter Zahlen aufgezeigt das sind jetzt die Zahlen von 2015 deshalb sind es hier nicht 800 sondern noch 700 Milliarden die Aufteilung der drei wesentlichen Blöcke Steuern und wie sie das beschreiben könnte es mal aus eine Geldsteuer sozusagen eine Abgabe auf Geld Bodensteuer Energiesteuer und da spielt eben die Bodensteuer eine hauptsächliche Rolle mit 500 Milliarden Euro dann haben sie das noch mal weiter detaillierter ausgeführt und konservativ gerechnet sagen sie dass die Bodenrente die Lohnsteuer komplett ersetzen könnte und die Personalkosten des Staates finanzieren könnte und wenn man es noch weiter ausreizt könnten sogar Einkommen und Gewinnsteuern komplett gestrichen werden und die staatlichen Fixkosten finanziert werden staatliche Fixkosten das ist deshalb interessant Herr Höchster Sie hatten ja auf ihn gewesen ja öffentlicher Nahverkehr ist selbstverständlich subventionsbedürftig so kennen wir das alle natürlich kennen wir das so ich rate mal einen Blick auf Hongkong zu werfen Hongkong ist wo alles Land im Staatseigentum ist alles über Erbbaurecht geregelt und der öffentliche Nachverkehr finanziert sich aus letztendlich Erbbaurecht Zinsen nämlich die Stationen wo die die halten also das Land wird das das dann an den Stationen überbaut wird darauf zahlen die Richter dieser Bauten einen Erbbauretzins und damit finanziert Hongkong seinen öffentlichen Nachverkehr und Hongkong ist der vielleicht sogar weltbeste also jedenfalls gehört sozusagen in die Spitze der Welt was Service Modernität und auch preisliche Attraktivität angeht weil nämlich die Infrastruktur komplett über Erbbauretzinsen bezahlt wird der Anrainer müssen die Fahrgäste nur noch den Laufenden sozusagen ich sag mal den Schaffner bezahlen der da vorne sitzt vereinfacht gesagt also nicht die Fixkosten sondern nur noch die variablen Kosten deshalb ist Hongkong so günstig im öffentlichen Nachverkehr und eben sozusagen ein ein profitables Unternehmen das wollte ich sozusagen damit sagen so wir kommen auf Steuern zurück jetzt will ich aber zunächst nochmal einen Blick zurück in die Geschichte werfen weil das auch lehrreich ist also ich lerne sehr viel aus Geschichte weil vieles schon mal da gewesen oder doch Anregung gibt für heute wir kennen aus dem Mittelalter Ober- und Untereigentum also Untereigentum also das Obereigentum ist jetzt nicht zu wechseln mit Obereigentum war der Boden und Untereigentum das was darauf errichtet wurde weil der Obereigentümer sozusagen der Chef war sag ich mal das war der Fürst sozusagen der 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 Stadtherr wir kennen die Begriffe Gründerleihe Stadt- oder Bodenleihe wo der Nutzer des Grundstücks noch eine Art Erinnerungszins gezahlt hat an den Stadtherrn an den Fürst um daran zu erinnern dass ihm eben der Boden nicht gehört wir kennen aus der Schweiz aber auch anderswo Almenden Alpkooperationen die Bürgergemeinden also in der Schweiz gibt es die Politischen Gemeinden so wie sie das auch in Österreich in Deutschland kennen aber eben auch noch immer die Bürgergemeinden und denen gehört teilweise relativ viel Land dass sie eben dann verpachten und daraus auch permanent Einnahmen erzielen für öffentliche Zwecke mit Beginn der Neuzeit Aufklärung Städtewachstum kam da was Neues es gab nicht mehr nur Holz sondern eben jetzt auch Massivbauten städtische Grundstücke haben einen Wert gewonnen das Bürgertum gewinnt einen Einfluss der Adel verliert einen Einfluss deshalb jetzt sozusagen es jetzt jetzt steigen sozusagen jetzt wird es überhaupt interessant oder viel auch interessanter Grundeigentum zu haben und wenn man was gebaut hat was Jahrhunderte halten soll dann war auch irgendwo naheliegend das verbunden zu sehen und das auch wieder veräußern zu können es gab damals aber auch schon mahnende Stimmen und Visionäre eben Rousseau oder Thomas Spence und Physikraten die gesagt haben nein Land gehört in es hat privat also Land sollte nicht privat sein Thomas Spence zum Beispiel hat eben auch damals schon gesagt 18. Jahrhundert dass die Einnahmen aus der Landpacht die öffentlichen Ausgaben finanzieren könnte und sollte aber eben die Entwicklung ging in eine andere Richtung Revolution Bürger und Menschenrechte Enteignung und die quasi Heiligsprechung des Privateigentums weil eben man wollte jetzt gerade man hat sich befreit von Fürst und Kirche unter Jochung und jetzt war sozusagen klar Privateigentum ist das höchste Gut und ist ein Recht das nicht einfach nur verliehen wird vom Staat sondern dass sozusagen dem das noch da drüber schwebt das ist eine Art Menschenrecht und wenn es zu einer Enteignung kommt dann muss das Allgemeinwohl überwiegen und es muss auch angemessen entschädigt werden also es war nicht die Idee man hat sozusagen übersprungen den Gedanken dass es vielleicht anders als staatlich noch in einer in einer Art Gemeinschaftseigentum münden könnte man wollte aber ganz bewusst weg von irgendeiner höheren Instanz man hat wirklich das Ziel realisiert letztendlich und so wurde es dann auch in den Verfassungen umgesetzt in den einzelnen Staaten dass das Privateigentum das höchste Gut ist egalitäre Bürgergesellschaft monopolfreie Märkte all das jeder und alle alle sollten und durften jetzt Eigentümer werden trotz allem immer wieder gab es Stimmen die das in Frage stellten und anders sahen eben der Begründer der Nationalökonomie John Stuart Mill der ja für Freihandel war aber er war auch für Land in Gemeineigentum und er hat eine schöne Formulierung möchte ich Ihnen gerne kurz vorlesen von ihm wenn man von der Heiligkeit des Eigentums spricht so sollte man immer bedenken dass dem Landeigentum diese Heiligkeit nicht im selben Grade zukommt kein Mensch hat das Land geschaffen es ist das ursprüngliche Erbteil des gesamten Menschengeschlechts es ist für niemanden eine Bedrückung ausgeschlossen zu sein von dem was andere hervorgebracht haben sie waren nicht verpflichtet es für seinen Gebrauch hervorzubringen und er verliert nichts dabei dass er an Dingen keinen Anteil hat welche sonst überhaupt nicht vorhanden sein würden allein ist es eine Bedrückung auf Erden geboren zu werden und alle Gaben der Natur schon vorher in ausschließlichen Besitz genommen und keinen Raum für den neuen Ankömmling freigelassen zu finden Henry 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 George war war eine ganz zentrale Figur weil er in Amerika ein Buch geschrieben hat aus Beobachtung in New York und auch Kalifornien Goldgräberstimmung wie quasi über Nacht Grundstücke die da entstehen und entstanden als wesentliche Ursache von Armut Sie kennen dieses Spielbrett vermutlich grob Monopoly das ist sozusagen eine der Urfassungen und die Erfinderin Lizzie Medi war eine Anhängerin von Henry George und wollte mit diesem Spiel dem Menschen diesen Gedanken der Spekulation und wie übel Bodenspekulation ist näher bringen es gab viele andere auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen kann aber eben diese Zeit Ende 19. Jahrhundert Anfang 20. Jahrhundert war eine sehr eine Zeit mit einem großen Bewusstsein für diese Fragen für die Bodenfrage die sogenannte Bodenfrage dann aber auch weiter nach dem Zweiten Weltkrieg die Architekten unter Ihnen Planer der Name Hans Benoui wird Ihnen ein Begriff sein auch er er war Freiwirtschaftler und hat eben den Satz formuliert der Boden der Allgemeinheit das Haus den Privaten letztendlich immer dieselbe Idee und seine Vision bestand darin dass die privaten Eigentümer quasi ich sag mal enteignet werden Ehe Ihnen aber ein Schein ausgestellt wird und die öffentliche Hand ein Schuldschein und sozusagen die öffentliche Hand das über Jahre abzahlt ein und finanziert aus den Erbbauzinsen die die Eigentümer neue zu leisten hätten da sind wir beim Erbbaurecht die Property Rights Theorie teilt Eigentum in verschiedene Bereiche oder auch einzelne Funktionen ein man kann Eigentum ja veräußern man kann es gebrauchen man kann es auch missbrauchen man kann es verändern all das und beim Erbbaurecht geht es darum dass ich den Boden zwar nutzen kann alles weitere mit ihm machen kann was jetzt im Rahmen des Baurechts was ein normaler Eigentümer auch dürfte ich darf es bewirtschaften ich darf Mieten erzielen und so weiter und so fort aber ich kann eben den Boden nicht veräußern das ist hier rot das ist sozusagen die wesentliche Funktion des Erbbaurechts dass der Bodeneigentümer ein anderer ist in der Schweiz und in Österreich 1912 in Gesetze gegossen in Deutschland 1919 das Erbbaurecht also hier nennen sie es ja Baurecht wie in der Schweiz auch hier heißt es Baurecht nicht Erbbaurecht nur in Deutschland heißt es Erbbaurecht weil es eben auch vererbt werden kann aber es kann auch hier vererbt werden es ist ein Grundstück Eigentum auf vergleichsweise lange Zeit weil ich das Grundstück nicht also den Boden nicht kaufen muss sondern nur einen Zins darauf zahlen muss reduziert es die Notwendigkeit Eigenkapital aufzubringen sodass ich günstiger letztendlich bauen und wirtschaften kann die Gegenleistung dafür ist eben dieser Erbbauzins an den Bodeneigentümer eine Art Miete letztendlich für das Grundstück in den Verträgen wird oft aber nicht immer eine Nutzungsart auch bestimmte Ziele da kommen wir noch zu schwächen vertraglich vereinbart und nach Ablauf der vereinbarten Zeit üblich sind oft diese bekannten 99 Jahre aber es können auch 60 Jahre sein in Deutschland kann man auch unendlich laufende Erbbauverträge machen jedenfalls wenn es zum Ablauf kommt fällt das Grundstück inklusive Gebäude mit allen Rechten und Pflichten an den Landeigentümer zurück allerdings bekommt der Hauseigentümer wird dafür auch entschädigt das wäre sonst etwas unfair und somit behält der Landeigentümer letztendlich langfristig die Gestaltungshoheit weil er dann in diesem Fall des Heimfalls Ablauf des Erbbaurechts wieder neu bestimmen kann er kann es selber machen oder er sucht sich einen neuen Vertragspartner die Wirkung des Erbbaurechts sind sehr interessant städtebaulich betrachtet insbesondere aber auch sozial es unterstützt eben das erreichen städtebauliche Ziele warum weil der Zins muss so oder so gezahlt werden also es macht keinen Sinn ein Baugrundstück im Erbbaurechtserwerben und da nicht drauf zu bauen also es ist ein Anreiz dann auch wirklich zu bauen und zu nutzen letztendlich geht so ein Stück Land dann auch dem der es wirklich braucht also jemand der es nicht braucht es macht für den keinen Sinn zumindest in größerem Maße ein Land zu halten das Erbbauzins kostet ohne dass er das wirklich braucht es stimuliert auch das baulich investieren weil der Erbbauzins hängt eben nicht davon ab wie der Zustand des Gebäudes ist und damit kostet eben auch je Bodenspekulation in der Schweiz haben wir das erwähnte Netzwerk Gemeingeboden wo sich einige Stiftungen zusammengetan haben die explizit intensiv mit dem Erbbaurecht arbeiten auch unsere Stiftung Stiftung Edmallen gehört dazu in Deutschland eben auch die Stiftung Trias die jetzt hier nicht in dieser Runde nicht dabei ist weil es jetzt nur Schweizer Einrichtungen sind und wir propagieren die breite Verwendung des Erbbaurechts beziehungsweise des Baurechts in der Schweiz und veranstalten also machen hin wie eine Veranstaltung oder geben Schriften heraus und unsere Stiftung beispielsweise jetzt eben wir haben Erbbaurechte mit Schulen mit Künst Atelier Gebäuden mit sozialen Einrichtungen aber auch Theater hier sind auf dem Erbbaurecht Grundstück entstanden oder eben auch hier in Leipzig also unsere Stiftung ist auch in Deutschland aktiv in Berlin und Leipzig unter anderem aber auch mit Wohnen machen wir Erbbaurechte das ist natürlich ein wichtiger Aspekt bezahlbares Wohnen ich hatte ja gesagt kapitalloser Zugang zu Boden das ist sozusagen ein ganz wesentlicher Vorteil des Erbbaurechts in Deutschland haben wir da noch § 9a des Erbbaurechts Gesetzes der sogar vorschreibt oder ich muss es anders formulieren der sagt dass Anpassungen des Erbbauzins an die Entwicklung des Bodenwertes ohne Belang sind also sozusagen die müssen nicht die dürfen sozusagen abgewiesen werden die laufen ins Leere also man darf in Deutschland anpassen an die Inflation aber eben nicht an den Bodenwert das macht es natürlich auch günstig auf lange Sicht weil wenn die Bodenwerte stärker steigen als Inflation würde man als Landeigentümer ja gerne an den Bodenwert anpassen und nicht nur an die Inflation dadurch entsteht also ein geldwerter Vorteil beim Erbbaurechtnehmer also beim Mieter letztendlich das ist ein Vorteil völlig klar aber es kann auch ein Problem sein oder es ist letztendlich auch ein Problem weil auch ein Eigentümer des Erbbaurechts oder eben ein Mieter in so einem Haus kann dann eben spekulieren und das möchte man ja nicht ja dass sozusagen das auf Kosten des Erbbaurechtsgebers sei es jetzt eine Gemeinde eine gemeinnützige Stiftung wie wir oder die Kirche oder was auch immer es soll ja trotzdem noch die Spekulation ausgeschlossen werden aber wenn ich dafür nicht vorsorge dann kann es eben passieren dass Differenzgeschäfte gemacht werden sei es bei Verkauf also ich könnte ich habe sagen wir mal 99 jährigen Vertrag als Erbbaurechtnehmer und nach zehn Jahren verkaufe ich das Erbbaurecht also ich sage mal ich bin ein Verein oder eine GmbH was auch immer oder auch ein Privater dann hat es immer noch 89 Jahre Laufzeit aber der Bodenwert ist meinetwegen jetzt hat sich verdoppelt in den zehn Jahren was ja keine Kunst ist in den heutigen Zeiten und jetzt kann ich als Erbbaurechtnehmer einfach ein bisschen mehr verlangen ich kann sagen das Grundstück ist halt die Lage hat sich toll entwickelt jetzt verlange ich von meinem Käufer also dem nächsten Erbbaurechtnehmer einfach ein bisschen mehr ohne dass der Erbbaurechtgeber dagegen was tun kann also der ist dem sozusagen der kann dem nur hilflos zusehen das liegt eben daran dass das Erbbaurecht auch als grundstücksgleiches Recht betrachtet wird rechtlich gesehen also ein Erbbaurechtnehmer soll möglichst wenig was ja an sich ein guter Gedanke ist aber soll möglichst wenig schlechter gestellt werden gegenüber einem Volleigentümer einem Eigentümer dem auch der Boden gehört wenn wir aber darüber reden Spekulationen wirklich zu verhindern müssen wir eigentlich in diesem unteren Bereich was tun dass nämlich auch die der Nutzen Fluss ein Stück weit begrenzt wird ja dass eben nicht solche Differenzgeschäfte zulasten des Gemeinwohls passieren und dafür kann man vorsorgen das ist dann allerdings ein bisschen anspruchsvoller das machen wir als Stiftung und andere Stiftungen machen das dass wir auch soziale Zwecke vereinbaren im Erdbaurechtvertrag das Schöne ist am Erdbaurecht dass es eben Vertragsfreiheit gilt ja also man kann alles mögliche vereinbaren im Erdbaurechtvertrag und was wir ganz das Thema von eben Wohneigentumsbildung also ich bin auch kein Freund des Wohneigentums letztendlich halte ich es also es sediert ja Wohneigentum sediert das wurde auch politisch Anfang des 20. Jahrhundert so eingesetzt ja es sollte den Arbeiter sozusagen vom Demonstrieren abhalten ja und wenn wir wie heute Morgen gesagt von der Notwendigkeit der Transformation sprechen dann ist es natürlich kontraproduktiv die Menschen noch mehr ins Eigentum noch mehr Eigentümer zu haben weil die sind dann sicher nicht für Transformation sowas schließen wir aus wir gucken dass wir eben wirklich dass der Geldwerte Vorteil im Projekt verbleibt dass er sozusagen dem sozialen Zweck zugute kommt und dass er nicht sozusagen privatisiert wird darauf kommt es uns als Stiftung an und da muss man dann vertraglich vorsorgen der soziale Nutzwert soll ins zu stehen und dann entstehen so tolle Projekte eben so eben wo auch die Mieter das ausdrücklich wollen ja die fordern von uns manchmal schärfere Klauseln für den Vertrag als mir dann wohlbar ist dann muss ich denen manchmal ausreden nee also jetzt mach mal halblang wir müssen den Vertrag auch noch ein bisschen offen halten für ich sag mal für die Dinge die so kommen im Laufe der Jahre wir wollen ja nicht alle fünf Jahre den Vertrag ändern müssen gut das ist mal das Erbbaurecht und das Erbbaurecht spielt natürlich auch für die Gemeinden eine große Rolle in der Schweiz jedenfalls in Basel in Zürich in Biel in Bern also in den Städten in vielen Städten aber auch in kleineren Ortschaften ist das Baurecht doch recht verbreitet und unsere Stiftungen und andere haben gefunden wir müssen das aber noch noch mehr unters Volk bringen sozusagen und haben dem haben eine Initiative gestartet in der es hieß dass die öffentliche Hand also in dem Fall der Kantonbasis Stadt sein eigenes Land nicht mehr ganz veräußern darf sondern nur noch wenn er denn was veräußern will im Baurecht abgeben kann und da gab es eben diese Kampagne das ist ja in der Schweiz so schön dass das möglich ist dass man auch als zivilgesellschaftliche Organisationen Initiativen starten kann und das wurde abgestimmt ich mache es jetzt kurz mit einer Zweidrittelmehrheit was ein riesentolles Ergebnis ist für eine zivilgesellschaftliche Initiative aber worum wir nicht herumkommen und das sozusagen eine Aufgabe die noch nach einer Lösung sucht das Erbbaurecht gilt immer weiterhin als Eigentum zweiter Klasse weil man eben nicht Bodeneigentum ist und ich hatte ja jetzt sogar Beispiele gebracht wo wir versuchen das noch weiter einzuschränken aber letztendlich müssen wir dahin nur das so zu denken ist eigentlich der verkehrte Ansatz das gilt natürlich nur so lange wie es überhaupt ein Eigentum erster Klasse gibt das heißt das normale Eigentum ist eigentlich das was es gar nicht mehr geben dürfte und dann würde sich auch diese erste Klasse zweite Klasse relativieren wenn der Volleigentümer nicht mehr diese Stellung hätte die er heute hat und in dem Zusammenhang möchte ich zu sprechen kommen auf die Reform der Grundsteuer zum Abschluss ich bin auch Mitinitiant einer Initiative in Deutschland die die Grundsteuer reformiert sehen möchte und zwar in Richtung einer Bodenwertsteuer und die Bodenwertsteuer ist letztendlich nichts anderes als eine Art kleiner Erbautzins für alle wir also in Deutschland musste die Grundsteuer reformiert werden aus verfassungsrechtlichen Gründen das wäre jetzt auch ein eigener Vortrag das führe ich jetzt nicht näher aus und jetzt ist es so neu dass nicht mehr die Grundsteuer allein bundesweit geregelt wird also es gibt zwar jetzt ein neues Bundesgesetz das ab 2025 dann eine neue Grundsteuer vorsieht aber die Bundesländer können abweichen von dieser Bundesregelung und einige Bundesländer haben erklärt abweichen zu wollen und das ist jetzt interessant weil auch die Bodenwertsteuer dort in diesen Diskussionen eine Rolle spielt die Bodenwertsteuer im Grunde könnte man sie auch Airboardzins drüber schreiben weil das was beim Airboardzins gilt gilt hier auch dass eben letztendlich Investitionen angerichtet werden dass Haus Ausbauten nicht zu einer steuerlichen Bestrafung führen sondern wer investiert zahlt nachher nicht mehr Grundsteuer anders als eben bei einer verbundenen Grundsteuer wo das Haus im Wesentlichen sozusagen den Wert bildet das Schöne ist weil die Bodenrente teilweise abgeschöpft wird wirkt es eben angebotserhöhend und Mieten dämpfend das ist eben ein richtiges soziales Argument und das Ganze ist natürlich viel einfacher wenn ich nicht Gebäudewerte Flächenwerte und so weiter erfassen muss was ja ständig im Wandel ist was von Haus zu Haus verschieden ist und so weiter in Deutschland können wir auf die Bodenrichtwerte zurückgreifen die werden seit Jahrzehnten flächendeckend erhoben und das ist sozusagen eingeübte Praxis ich lasse es jetzt aus auf Nachfrage gerne es gibt dann so halbe Sachen wie auch die wie heißt die Abgabe die sie haben Wohnbauland Abgabe und so weiter die nicht wirklich die Lösung sind und wir hatten eben die Kampagne wo sehr viele mitgemacht haben sehr viele Umweltverbände aber auch das Institut der deutschen Wirtschaft Köln der Mieterbund und viele andere mehr und eben aktuell tatsächlich in Baden-Württemberg ist gerade ein Gesetzentwurf in der ersten Lesung im Parlament der eine Bodenwertsteuer vorsieht und wir hoffen und wir hoffen das werden noch andere Länder werden damit bin ich am Ende ich hinten das habe ich nicht vergessen genau ich habe hinten auf dem letzten Podest alle möglichen Sachen ausgelegt dürfen Sie gerne sich bedienen und dem was Sie da gesagt haben möchte ich mich entschuldigen dass wir Ihnen nur eine halbe Stunde Redezeit eingeräumt haben es ist für mich ja wirklich ein Lerngewinn seltenen Ausmaßes gewesen das erste was ich lerne ist die Fortalzeit hat noch nicht aufgehört im Grunde besteht die bis heute das zweite ist die EU Zinspolitik ist ein gigantisches nicht Wertsteigerung sondern Wertvervielfachungsprogramm für die Besitzenden also unglaublich also in weit größerem Ausmaß als jede Andreas Novi Vortrag oder Michael Moore Dokumentation mir je vergegenwärtigen konnte alleine was Sie dargestellt haben eine gerechte Bodenbesteuerung würde im Grunde die Lohnsteuer und sämtliche Beamtenkosten sozusagen obsolet machen das ist gigantisch es zeigt doch warum die Linke in ganz Europa verloren im Posten ist nach rechts können Sie sich schlecht bewegen und nach links müssen Sie sich über dieses Thema drüber trauen und das wagen die nie also ich muss sagen vielen Dank und das auch so Themen die wir heute schon angesprochen haben wie die Förderung von Wohneigentum Sie sagen ganz richtig Eigentum sediert und es erklärt warum das gerade die rechten Parteien fördern weil jeder der etwas hat und wenn es noch so wenig ist hat ab dem Zeitpunkt Angst dass er es verlieren könnte und das führt zu konservativen Wählerverhalten wir kennen das aus der Schweiz Sie haben es angesprochen in Winterthur gibt es aus den 20er Jahren glaube ich Programme wo man die Arbeiter völlig über dem was Kapital ihnen eigentlich zugestehen wollte Einfamilienhäuschen ermöglicht hat damit sie den revolutionären Impetus komplett verlieren und das ist auch sehr gut funktioniert also vielen Dank nochmal ich hätte hunderte Fragen aber ich stelle nur eine weil wir die Zeit nicht zu sehr überspannen wollen Sie haben es angedeutet aber ganz klar ist es glaube ich allen von uns noch nicht was tut Ihre Stiftung konkret welche Projekte machen Sie wo ist Ihre Rolle Ja vielen Dank für die Frage Die Linke übrigens vielleicht das noch vorab wir haben echt bei der Grundsteuerreform wirklich Widerstand erfahren gerade von der Linken sei es SPD oder auch die Linke und auch Teile der Grünen weil die einfach nicht sich denken können das Haus wegzudenken als Vermögenswert das ist sozusagen so in den Köpfen drin dass sie die Grundsteuer als Vermögenssteuer betrachten das kann man natürlich machen aber eben es ist eine eigene Diskussion jedenfalls wir haben in Deutschland keine Vermögenssteuer deshalb sah die Linke die Chance über die Grundsteuerreform sozusagen durch die Hintertür wieder zu einer kleinen Vermögenssteuer oder ein Einstieg wiederum in eine Vermögenssteuer eine modernisierte Vermögenssteuer zu bekommen deshalb wollten die unbedingt dass das Haus mit bei ist und deshalb waren die nicht für unseren Bodenwertsteuer Ansatz obwohl man sozusagen nachweisen kann dass die Bodenwertsteuer in der Progressivität die großen Eigentümer viel stärker trifft weil sie eben an den teuren Lagen sind die sind natürlich gut investiert also man trifft den Vermögen eigentlich über eine Bodenwertsteuer viel besser aber das haben die Linken nicht verstanden oder unsere Stiftung ja ich wollte tatsächlich ich wollte jetzt heute keinen so einen Werbevortrag halten ich fand das nicht so passend aber wenn sie schon fragen nein nicht groß Werbung aber unsere Stiftung also wir sehen uns als Bodenstiftung die dafür da ist Grund und Boden aus der Spekulation zu nehmen uns gibt es letztendlich auch nur weil ich sag mal die öffentliche Hand da weitgehend versagt sich zurückgezogen hat aus dieser Art der Daseinsvorsorge ja Boden zu halten und wir haben allerdings insofern sind wir ein bisschen speziell unsere Stiftung hat nicht mit dem großen Vermögen beginnen können sondern da war einfach nur die Idee es braucht etwas wo man Grundstücke reingeben kann die dann sicher sind das heißt sie kaufen Land an ja wir eben kaufen ja wie will man kaufen wenn man kein Vermögen hat also wir sind angewiesen auf Schenkungen Erbschaften Spenden und so weiter oder auch zinslose Darlehen die uns von privater Seite gegönnt gewährt werden da haben wir einen Standortvorteil tatsächlich Basel ist eben Stiftungshauptstadt was man jetzt wenn man die Schweiz anschaut da ist herrscht doch ein gewisses Selbstverständnis in der vermögenden Bürgerschaft dass man was Gutes tun muss mit seinem Vermögen also die pietistische Schweiz und die Basel man muss was Gutes tun mit seinem erwirtschafteten Vermögen und man hilft dann Stiftungen wir bekommen da auch ab und zu Brotgruben ab also es gibt da ganz andere Projekte wo wir nur von träumen könnten jedenfalls hilft es uns an diesem Standort in der Schweiz zu sein dass uns eben hin und wieder auch Mittel zufließen und dann eben wenn wir nicht Grundstücke vererbt bekommen oder geschenkt bekommen dann kaufen wir auch Grundstücke an soweit sie vertretbar preisig vertretbar sind weil wir wollen ja nicht teuer ankaufen um dann teure Mieten verlangen zu müssen oder teure Airpods wir sehen die erfolgreiche Gegenreformation hängt uns nach wie vor nach darf ich denn Andreas Novi und den Heinz Hüggelsberger noch herausbitten danke für eure Geduld und die Zeit die ihr euch für uns nehmt und das mit dem mein Sager zuerst ich stelle dich auf eine Stufe hoch mit dem Michael Moore und nicht nieder also nur dass du es nicht falsch verstanden hast bitte danke auch für ihre Geduld und jetzt endlich auch Zeit für ihre Fragen die ich gerne wiederhole bitte bitteschön meine Frage meine Frage ist ob die dieser Grund diese Grund von der Steuern mit unserem Bau welches Grund verleichtbar ist das heißt der Besitz des Grund ist jetzt beispielsweise die 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 ich wiederhole kurz für den Livestream die Frage geht in die Richtung ob das skizzierte Modell des Erdbaurechts mit unserem vergleichbar ist dass öffentlicher Grund zum Beispiel von einer Gemeinde im Eigentum der Gemeinde bleibt aber für eine befristete Zeit dem Nutzer zur Verfügung gestellt wird ja also das ist genau so das ist Erbbaurecht in Deutschland Baurecht und in der Schweiz genannt oder eben auch in Österreich Baurecht genannt wo der Landeigentümer das Land behält und auf mehrere Jahrzehnte verleiht gegen einen Zins und das sind oft Gemeinden aber die Kirche ist da ein Klassiker und eben unsere Stiftungen sind da auch tätig ja weitere Fragen bitteschön Die erste Frage machen wir es in drei Teilen damit wir mit der Wiederholung zurecht kommen die Frage ist ob die Wiener U-Bahn-Steuer die im Zuge der Dienstgeberabgabe eingehoben wird zweckgebunden ist für den U-Bahn-Bau in Wien Ja also die Wiener U-Bahn-Steuer war lange Zeit eine Bagatell-Steuer das war glaube ich so 10 Schilling oder sowas pro Arbeitnehmer und Woche ist dann empfindlich erhöht worden und entspricht in etwa also der U-Bahn-Ausbau kostet jedes Jahr rund 160 Millionen Euro größtenlandungsmäßig die Hälfte zahlt halt das frühere Verkehrs jetzige Klimaschutz Klima-Ministerium und wie immer ich das letzte Mal angeschaut habe hatte die Wiener U-Bahn-Steuer in etwa das aufkommen was eben der Wiener Anteil ist also ob es jetzt zweckgebunden ist oder nicht aber auf jeden Fall zahlmäßig passt es oder sagen wir so dimensionsmäßig passt es zusammen und es ist auch etwas wie das in vielen Bundesländern diskutiert wird als Finanzierungsquelle für einen weiteren ÖV-Ausbau Aber das heißt im Grunde kostet es der Stadt Wien gar nichts weil 50% ist zusätzliche Abgabe von den Dienstgebern und 50% zahlt der Bund Genau es ist ein Durchlaufposten es geht nur in den U-Bahn-Bau auch der Betrieb einer U-Bahn ist sauteuer und der bleibt natürlich bei den Wiener Linien Da wäre es natürlich eine Anregung das was ich bei der Pinakothek der Moderne in München gesehen habe da steht errichtet nicht unter Bürgermeister sowieso Finanzstaatrat sowieso und Gretion Pletti sondern mit Geldern der Bürgerinnen und Bürgern Bayerns Das wäre auch schön wenn bei der nächsten U-Bahn-Station Stünde errichtet mit Geldern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber aus Mitteln Insofern schließt sich für mich nochmal der Kreis zur Beibehaltung oder Aufrechterhaltung des Feudalsystems Also bei uns geht das ins politische Selbstverständnis auch hinein was bei Ihnen vielleicht nur in der Bodenfrage noch weiterlebt Markus Teil 2 deiner Frage Teil 2 wäre das Thema Einbruch und Haus Du kannst ja wie beim Fliegen so eine selbst bezifferte Abgabe irgendwie an Orte zum Beispiel spenden das erleichtert das Gewissen Was mir in der Sache ein bisschen fehlt in Eigentum und da möchte ich das ein bisschen was der Herr Ammann heute gesagt hat der Eigentümer einer Fliegenschaft ist derjenige der mit Abstand am meisten in seine Eigenheit investiert und ich möchte eine Zahl von Heuer nennen die gesamte Bauindustrie und die gesamte Baummedienindustrie hat Heuer wahrscheinlich ein Rekordjahr weil noch nie so viel in Eigentum investiert wurde was sowohl Barrierefreiheit Wärmetechnischen Verbesserungen etc. drin und das fehlt mir in der gesamten Geschichte und man hat Entschuldigung Mitarbeiter das Gefühl man bekommt ein schlechtes Gewissen irgendwie aufgedrückt auf einem Einfamilienhaus Ich wiederhole Ich wiederhole das kurz der nicht unbegründete Einwurf ist zum Thema Eigentum dass die Investitionsbereitschaft in die laufende Ertüchtigung Instandhaltung und so weiter bei Wohnungseigentum um einiges Größe ist als wenn es um Mietobjekte gibt die man halt so halbwegs beieinander halten muss Wer möchte dazu antworten Bitte Herr Grise Ich kann das nachvollziehen allerdings möchte ich auch hinweisen zum Beispiel auf professionell und sehr viele davon sind professionell geführt Genossenschaften in der Schweiz Es gibt ja noch diesen Zwischenschritt zwischen Eigentum und Miete dass man Genossenschaftsmitglied wird dann hat man quasi etwas in der Hand ohne dass es einem wirklich gehört und die Genossenschaft wenn sie denn professionell geführt ist das ist natürlich schon eine Voraussetzung weil es gibt auch viele schlechte Beispiele aber wenn sie gut geführt ist dann wird da auch gut investiert und da werden die Liegenschaften auch in Schuss gehalten und es werden Neubauten realisiert also ich würde da schon sehr schauen auch nach solchen Modellen und auch wir als Stiftung wir haben auch viele Häuser im Eigentum die wir nicht im Erbbaurecht vergeben haben weil nicht immer nicht alle Mieter wollen Erbbaurechtnehmer werden und wir sorgen wir hoffen natürlich auch oder dass unsere Mieter zufrieden sind mit den Standards für die wir sorgen also sagen wir es heißt dass Mietwohnungen immer runtergewirtschaftet werden oder so das sehe ich nicht so also da gibt es viele Beispiele wo das sehr gut gemacht wird auch ein Mittelweg zwischen investieren und günstig mieten es muss ja nicht immer teuer investiert werden aber trotzdem solide und Markus ich möchte noch in Erinnerung rufen Herr Gries hat uns ja ein Zwei-Phasen-Modell angeboten das eine war ja nur quasi dieser Neu-Umgang mit dem Boden den ja niemand im Grunde investiert und hergestellt hat der uns gegeben wurde und was dann darüber sich befindet ist dann kann man ja trennen auch davon deine dritte Herr Gries-Modell Man muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, zu sagen, okay, das Grundstück muss ich zurückgeben, damit ich auf jeden Fall etwas anderes machen kann. Der dritte Wortmeldung geht in die Richtung, dass einer der großen Treiber des Bodenverbrauchs in Österreich betriebliche und Einzelhandelseinrichtungen sind, die oft nur von kurzer Dauer am selben Standort erfolgen. Und die Frage ist, wie weit man da nicht vielleicht in Richtung einer baurechtlichen Lösung kommt, dass eben sozusagen es vermieden wird, dass nach fünf oder zehn Jahren der Okkupation eines Grundstücks durch einen Betrieb, der dann weggeht, das Grundstück zehn oder 15 Jahre als Altglas darlegt und wieder neues Grünland in Anspruch genommen wird. Andreas Nowey, magst du vielleicht dazu was sagen? Ja, also ich glaube, ich bin jetzt nicht der große Experte, aber all diese Diskussionen laufen ja darauf hinaus, dass es eben, gerade wenn es um Boden geht, es ein anderer Typus von Eigentum ist. Der Karl Polany nennt es dann fiktive Ware, aber es ist eben nicht wie eine Semmel oder ein Computer und ist dementsprechend anders zu behandeln. Und das, glaube ich, ist einfach durchzudenken in den verschiedensten Formen. Und das fängt schon an, dass beim Kollegen Amann, ich ihm ja noch folgen kann und auch bei Ihnen, wenn Sie, sagen, Ihr Engheim rechtfertigen, was ja ein grundlegender Unterschied ist. Und da fand ich, dann wird es problematisch, also wird es definitiv problematisch, wenn kein Unterschied zwischen der ersten Wohnung, die dir gehört, und den anderen, die du als Investitionsobjekt verwendest, gemacht wird. Da sehe ich einen Riesenunterschied und da kommt ja dann die Grafik von innen, von Piketty rein, dass das natürlich ein wesentlicher Grund auch ist, der substanziellen Ungleichheit. Das ist sozusagen zu diesem, nur auch noch in die vorherige Debatte und da zu Ihrem Vorschlag. Jetzt habe ich ihn vergessen. Der Unterschied zwischen dem, was man eigentlich braucht und dem, was man darüber hinaus hat. Aber das läuft eben, da auch anzuwenden, diese Regel, ich habe die Unterscheidung gemacht, die ja sehr kompatibel mit ihrem Vorschlag war, zwischen Alltagsökonomie, Marktökonomie, Rentenökonomie, grundsätzlich die Qualitäten des Wirtschaftens anzuschauen. Und damit auch der Bodennutzung und der Nutzung dessen, was man selber beigetragen hat, was man nicht beigetragen hat, was ist Spekulation, was ist Eigenarbeit. Keynes unterscheidet zwischen Entrepreneur und Spekulant oder Rentier. Diese Qualitäten wieder in die Debatte zu bringen und sie dann gesellschaftlich anders zu behandeln, das, glaube ich, könnte ein Ergebnis auch des Symposiums sein. Ulrich Grieser? Ja, zum einen, wenn ich dich schon nochmal in Frage stelle, also der größte Flächenverbrauch, zumindest in Deutschland, ich kenne jetzt nicht die Statistik für Österreich, aber Deutschland und auch Schweiz ist natürlich schon der Einfamilienhausbau, einfach weil sozusagen der Landschaftsverbrauch ein ganz anderer ist. viel mehr Erschließungsanteil, viel zu wenig Haus auf relativ zu viel Grundstück. Also der Landschaftsverbrauch ist definitiv am größten im Einfamilienhausbereich. Die Abgabe, also eine Bodenwertsteuer würde selbstverständlich helfen, um solche Situationen wie zehn Jahre brachliegendes, wie auch immer, Gewerbegrundstück, zumindest tendenziell zu vermeiden. In Dänemark, die haben eine Bodenwertsteuer, die kennen diese Art der Brachen in dem Umfang, wie wir es in Deutschland kennen, gar nicht. Ja, weil das einfach zu teuer ist, ein Grundstück über Jahre oder Jahrzehnte brachliegen zu lassen, das macht da keiner. Bitteschön. Ich hätte eine Frage zum Bauboom in der Wohnungsfrau, schon zu dem offensichtlich provozierten Leerstand, der aus meiner Sicht ein Problem darstellt, aber ich nicht verstehe, wie man wissentlich als Baufirma oder als Investor mit diesem Leerstand oder in einem Leerstand investieren kann, weil ja als Investor möchte ich ja ein Vermögen machen. Und Sie haben gesagt, zum einen geht es natürlich um den Boden, der gesteigert wird im Wert, das ist das Erste, und natürlich um die Mieteinnahmen zum Zweiten, wenn die Mieteinnahmen dann komplett wegfallen, verstehe ich nicht, warum man da so viel hinein investiert. Also das ist der Punkt. Darf ich die Frage jetzt mal Teil 1 nehmen? Die Frage bezieht sich darauf, wie im spekulativen Wohnbau, der in den letzten Jahren sehr zugenommen hat, quasi sehenden Auges Leerstand produziert werden kann, weil das ja eigentlich irrational oder unökonomisch ist. Da reiht sich natürlich ein in die irrationalen Bürobauten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, und die Irrationalität der finanzwirtschaftlichen Entscheidungen im Immobilienbereich generell. Wer möchte dazu was sagen? Ja, ich sage, dass die Unmengen an Geld, die die Nationalbanken weltweit und die EZB in Umlauf gebracht haben, tendenziell auch der Vermögensverteilung entsprechend aufgegriffen werden, produzieren solche Probleme. Wenn die Zinsen null sind, auf einem Ende, dann hat man in der Wirtschaftskrise überschießende Aktienkurse, wo jeder weiß, das muss einen anderen Grund haben, als die Leistungsfähigkeit der Unternehmern. Und dann hat man als zweite Quelle und Möglichkeit, in die Immobilien zu gehen. Ich glaube, dass den Investoren schon bewusst ist, dass es ein Risiko ist. Aber es ist ein Abwägen von verschiedenen Arten des Risikos, wie mit diesem überschüssigen Geld umgegangen wird. Und dass da ein Potenzial ist, dass die Blase platzt, ist definitiv gegeben, sowohl an der Börse als auch bei den Immobilien. Und ich würde es jetzt nicht vorhersagen, aber dass es ein Potenzial gibt und dass diese selbstverstärkenden Prozesse passieren können, auf jeden Fall. Ich kann nur als Antwort ergänzen, dass die Pensionsfonds natürlich gezwungen sind, auch zu Recht gesetzlich gezwungen sind, einen Teil ihrer Investments, weil sie ja Sicherheiten für in 30 Jahren bieten müssen, sozusagen sicher anzulegen. Und als sicher gilt nun mal das Immobilieninvestment. Und es wird leider nicht die Frage gestellt, wie rentabel ist dieses Investment. Die Buchwerte stimmen. Ich habe so und so viel Quadratmeter Beton gekauft und das hat in der Fiktion den und den Wert und die und die Langfristigkeit. Der Effekt ist ganz klar. Es haben bereits die ersten Pensionskassen ihre unter Anführungszeichen Ausschüttungserwartungen an die Pensionseinzahler für in 20, 30 Jahren heruntergeschraubt, weil ganz klar war, dass es das nicht spielen wird mit den leerstehenden Immobilieninvestments. Das heißt, wenn die Blase nicht platzen sollte, was durchaus sein kann, dass sie das tut, dann wird ja ganz langsam die Luft ausgehen und wir alle, privaten Pensionsbeitragszahler und innen, werden das dann einfach an dem Minderrückfluss spüren. Zweite Frage. Die zweite Frage zielt in die Richtung ab, ob nicht das Überangebot durch diese oder dieses Angebot oder diese vorhandenen leerstehenden Wohnungen eigentlich die Wohnungsmietpreise senken müsste. Im Prinzip haben Sie recht, ja. Das ist dann die Frage, was sozusagen stärker wiegt. Ist sozusagen die Angebotsausweitung wiegt die Stärke auf die Senkung oder ist es die Bodenwertsteigerung, die trotzdem ja stattfindet, weil eben immer noch mehr Kapital in Immobilien drängt, steigen natürlich auch die Bodenpreise und das ist die Frage, in dem einen Ort, in der einen Stadt mag es so ausgehen, woanders so. Also das ist letztendlich auch so ein bisschen, ja, Weltwirtschaftsgeschehen, wie wird Europa dastehen, wo gehen die Anlagen hin, gehen sie mehr nach Asien und so weiter. Das ist ein Riesending. Also, aber das sind letztendlich völlig, das sind die Faktoren, die dann reinspielen. Auch da eine ergänzende Antwort noch dazu. Es werden zum einen im Luxussegment solche Wohnungen errichtet, zum anderen aber auch im Massen-Menschenhaltungssegment. Und für die kann man gar nicht so viel Miete verlangen. Die Mietennahmen müssten noch dazu versteuert werden. Das kann man sich eigentlich alles sparen, wenn man einfach nur die Wohnung leer stehen lässt und alleine der Gewinn, wie Sie sagten, durch die Wertsteigerung der leerstehenden Immobilie ist so toll, dass ich mir das gar nicht antun muss, dass ich irgendwie mit einem Mieter herumtue. Also eine leerstehende Wohnung ist ja mehr wert als eine vermietete Wohnung. Das ist mal das eine. Dann haben sich steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, Verlustvorschreibungen, diese ganzen Geschichten. Ich bin da kein Experte, aber auch das spielt da mit rein. Das sind komplexe Berechnungsvorgänge, die dann wahrscheinlich getätigt werden. Wir haben das in Berlin. Und in anderen Großstädten der Welt, dass sie Wohnungen haben, die irgendeinem, naja, ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber sei es jetzt in Arabien oder in China, Millionäre und so weiter, die haben halt ein paar Wohnungen und dann kommt einer mal, ein Sohn oder eine Tochter für eine Woche nach Berlin. Und der Rest, die anderen 51 Wochen, steht die Wohnung halt leer. Also da gibt es die verrücktesten Sachen. Im inneren Bereich Londons ist mehr als die Hälfte der Wohnungskäufe mittlerweile durch quasi nicht in Großbritannien wohnhafte Menschen getätigt. Das sind im Grunde Anlagen. Weitere Fragen? Bitteschön. Ich wollte nur ganz kurz sagen, einerseits zu dem, ich habe gestern erst mit einem Sankt-Gölten-Immobilienbesitz gesprochen, der hat gesagt, die Mieten gehen in Sankt-Gölten runter im Moment. Der einzige, wo kein Markt ist, was überhaupt nicht geht, sind Eigentumswohnungen. Also er meint, das, was in Sankt-Gölten zurzeit am Markt ist, wird drei bis fünf Jahre dauern, bis man geholfen hat, und zwar überhaupt nicht gut ist. Und das Zweite, was ich sagen wollte, zu dem Vortrag von Herrn Amann, der leider nicht mehr da ist, weil er gemeint hat, es ist extrem schwierig festzustellen, Leerstand ja oder nein. Ich kann mich zum Punkt zurück erinnern, wie lange es gedauert hat, die Diskussion, wo Einkommen zu versteuern ist, für Leute, die in verschiedenen Ländern Wohnsitze haben. Und selbst dort hat man eine Lösung gefunden. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei Wohnungen so schwerer ist, das festzulegen? Die Frage ist, also die Wortmeldung war zum einen, ob es wirklich so schwer ist, Wohnungsleerstand und dann entsprechende Gebührenerhöhung oder Leerstandsabgaben zu berechnen, festzustellen. Und der andere Teil der Wortmeldung war, dass in Sankt-Gölten einer Erfahrung nach die Immobilienpreise derzeit, die Wohnimmobilienpreise derzeit sinken. Gibt es die Mieten, Entschuldigung, gibt es Experten unter uns? Also nur kurz, nur noch einmal, ich glaube ja, dass das Problem einmal in erster Linie ein politisches ist. Und man hat ja das auch auf diesen zwei Ebenen immer argumentiert, dass es in gewisser Weise keine Legitimation oder Legitimität für bestimmte Eingriffe gibt. Aber ich glaube, dass aus den Erfordernissen der Transformation, die Kosten, die für Corona anfallen und so weiter, eine Debatte einfach ansteht, wer, was ist zu schützen, was brauchen wir wirklich und wer hat einen Beitrag zu leisten. Und da ist ganz klar, dass es nützlichere und weniger nützlichere Wirtschaftsformen gibt. Und der Leerstand ist definitiv eine der weniger nützlichen. Wenn das politisch einmal klar wäre, dann ist der Weg findbar. Und bei Zweitwohnsitzen macht man es über die Stromrechnung oder den Wasserverbrauch. Also das ist technisch vorstellbar. Das kann man dann auch in abgestuften Formen machen, damit auch das Beispiel, das hier angeführt ist, irgendwie behandelt wird. Aber es ist die Frage, will man es wirklich und wenn man es wirklich will, braucht man und findet man wahrscheinlich auch die Expertise, es umzusetzen. Wie der Wolfgang Ammann eben gesagt hat, wie du sagst, es ist sehr unpopulär, den Leuten sozusagen da hinein zu pfuschen. Weitere Wortmeldungen? Ansonsten würde ich sagen, der Abend ist ausreichend weit vorgerückt. Herzlichen Dank für Ihre Geduld, für Ihr Interesse, für Ihre Teilnahme. Herzlichen Dank an die noch hier verbliebenen Referenten. Es war extrem interessant. Und ich darf noch ankündigen, dass nach dem letzten Raumplanungssymposium, also wie heißt es schön, nach der Wahl ist vor der Wahl, nach dem letzten Raumplanungssymposium ist vor dem ersten Nachhaltigkeitssymposium am 19. November, am selben Ort, findet das erste dieser Reihe statt, unter dem Titel von unseren Kindern geborgt, ja, zu Möglichkeiten von der Wegwerfgesellschaft zu einer Kreislauf, Wegwerfgesellschaft, ja, zu einer Kreislaufwirtschaft, vor allem im Bereich Bauen, zu kommen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. Applaus Applaus